hallo leute und ein herzlich willkommen wieder zum neuen real life online live stream heute wieder als 1 zu 7 boss mag rumpelde pumpel wir sind back am start mit unserem wunderschönen ist das ist das ein was ist das für ein blau das hat doch einen namen von gtr mit einem wunderschönen blauen gtr mir fällt gerade so ein das hat ein bisschen was von jp sein der ist ähnlich von vom blau ton her ja doch das sieht aus wie jp sein oder so ein bisschen den habe ich aber tatsächlich davor schon so gemacht sogar selber auspuff was denn da los auf jeden fall fahren wir heute damit rum bis es zu einer ausschaltung kommt heute auch fett im titel finden wir eine lösung ich muss nämlich ehrlich sagen dieser dieser gang krieg den wir derzeit haben der rastet ja komplett aus schon jetzt seit monaten seit monaten haben wir den und es gibt kein ist es keine lösung in sicht ich will heute echt mal gucken ob wir vielleicht eine lösung haben dass wir das entweder irgendwie beenden können oder sagen wir mal ich habe auch überlegt vielleicht so ein feines standoff wisst ihr was ich meine und dann sagen ja komm hier hier da zack zack weil das jetzt monatelang nur noch in dieser kleine rum rennen die ganze zeit angst haben du kannst nirgends mehr hingehen das ist halt ja und wir kommen einfach auf keinen punkt glaube ich und da ist mittlerweile schon so dass auch die leute teilweise keinen bock haben ich muss ehrlich sagen ich habe da auch keinen bock mehr drauf es ist einfach schon zu viel geworden und vielleicht finden wir heute eine lösung ich werde auf jeden fall gucken und ich bedanke mich schon mal für die ganzen leute wieder donated haben vorm stream hier zum beispiel machen der lump und einer kommt schon wieder als flachwitz man braucht schafe scheren zum schafe scherner ja und wenn ich diese sie brauche ich kein mehr mehr und ich habe einen guten witz über was hefeteig und er geht so liebste grüße aus berlitz gott alter das ist ganz schlimm vielen dank mark an der lump liebe geht immer raus an ich du weißt bescheid die besten flachwitze kommt von mark an der lump ach ja und wichtig information leute nochmal hashtag werben guckt gerne in den shop vorbei jetzt habe ich meinen shop sogar auf youtube verlinkt das geht jetzt irgendwie mittlerweile schaut gerne vorbei also ich glaube seht ihr produkte gerade unten im stream wenn ihr unter unter beschreibung in seht ihr da produkte wenn ja schreibt einzeln chat wenn nicht dann null oder zwei keine ahnung ne schaut gerne vorbei ihr könnt euch jetzt eintragen es werden die led schilder nach bestellt adventskalender habe ich nachgefragt produktion das geht sich mehr aus es waren 850 stück limitiert das heißt für die die adventskalender noch bekommen haben ihr habt glück gehabt das waren die letzten für dieses jahr aber nächstes jahr werden wir auf jeden fall mehr produzieren lassen und wichtig ist wie gesagt led schilder kommen auch neue da könnt ihr auch eintragen lassen da kommt ein 1 zu 7 led schild auf euch zu genauso wie 1 zu 7 schlüsselanhänger da freue ich mich ziemlich drauf kleine werbung am rande leute schreiben 1 für leute die youtube premium haben sehen es glaube ich nicht okay cool ein paar leute sehen es panisch ja da kann man sich auf youtube sogar produkte einblenden das ist wirklich ganz nice so wir starten durch leute fahren wir mal los und ich brauche mal ein bisschen kohle ein bisschen akkohlen brauche ich bin ich komme auf null da muss ich mal gucken so dann muss ich gucken einen tag muss ich auch so langsam wieder mal ist das schön jetzt wieder mal mit dem gtr zu fahren das ist aber sonst immer mit den gepanzerten autos ist halt ja man ist zwar gesichert aber der gtr ist hat schon geil wir fahren mit chipis gtr rum so johnny lang für chip werden dann der martins 4300 grüße aus msh schönen abend viel spaß herrschleck also sie kurz getrautend ich bin über mixix dank für 2 euro serz und grüße aus tirol immer start geld ist dabei dank für euro deine küsse mit euro dabei gerne der echte moin feier dich übel leichter pusten draußen nicht wenn david 2006 aber für euro sinds linkes bein skaffi sind beide mit geworden vielen dank dafür auch die hellkett 18 ist dabei seit zwei tagen wach auf einen auf einen geilen studie rollt komm so servus mega cooler du zauberst sicherlich vielen lächel ins gesicht danke ich habe zusammen und da testen torsten kann ich ja auch noch die testen torsten die minuten erste spende und eine kurze frage und statt die bewerbungsphase wieder ich weiß es noch nicht dann wenn zu weit ist hätte ich gesagt dann wenn es soweit ist jungs und mädels dann starten wir durch oder freddie king warum haben polizisten meine schiere dabei und verbrecher den weg abzuschneiden auch das ist aber auch das könnte wirklich straight zu machen sein der witz er könnte straight zu machen sein so florian anderen adventskalender ist echt gut geworden das freut mich also für die 850 leute die den adventskalender bekommen haben gruß getraut ihr seid jetzt die einzigen mit einem adventskalender aber mein shop hat halt auch nicht gedacht dass ich habe ich meine ich habe ohne witz ich habe zuerst überlegt soll mir überhaupt adventskalender überhaupt machen ich habe niemals gedacht dass die leute so auf adventskalender abfahren ich wusste das nicht wir haben 850 stück gehabt auf einmal sind die nach einem tag waren die weg gefühlt ich glaube eineinhalb tage hat es gedauert waren die weg einfach komplett ausverkauft adventskalender best-selling produkte abendskalender keine ahnung wie das zustande gekommen ist aber weiß am anfang ich echt überlegten adventskalender wer kauft denn verkauft den eigentlich adventskalender aber dann sind wir auf die idee gekommen mit dem design mit dem mit dem gta design dann war ich überzeugt das ist geil das kommt gut auch mit dem poster was dabei war ist das schon eine nice idee dann ich habe ja auch zwei stück zu hause also es sind nicht ganz 58 stück im umlauf ja es sind 848 sind im umlauf gewesen der zwei habe ich zu hause einer für schandelein für mich nächstes jahr einfach 2000 stück produzieren ja da kommst du da kommst du zwei tage aus für bestellungen genau ich gehe mal auftanken oder ich glaube hier wobei hier schon oft kartell vorbeigefahren das ist aber wobei das medic das wird schon passen ach stimmt ich habe ja kein geld da war ja was ich habe ja keine kohlen bitte zahl mir die kohlen aus ich habe ja nichts 50.000 komme ich damit aus ach rubellose wurde schnell da habe ich essen dabei ich habe noch essen aber relativ okay so was dann nämlich mit so dollar chokladen nämlich mit sandwiches sandwiches mit sandwich haben sie auch extra sandwich soße auf dem sandwich soße rubellose schauen wir mal ob ich heute mal ein zink ey wie lange ist denn oh ich habe gewonnen schön ich habe heute glück direkt aber es wäre sehr schön wenn ich jetzt mal ein zehntausender wieder gewinnen würde das wäre mal ach komm aber wisst du was er hat mir gesagt ich habe glück wenn ich jetzt nochmal ziehe am los dann ist vielleicht was los heute ach bitte bitte einmal ein zehntausender das wäre supi ach nö mit dem 10i 1,250 aber hey wieder gewonnen aber insgesamt verloren weil ich habe nur 1,250 gemacht aber oh nochmal gewonnen alter jetzt hier geht aber die luce heute ab bei rubellosen aber hallo heute habe ich ja mal richtig hart glück aber ich dachte das wäre ein win perfekt die wassermelonen hat mir reingekackt komm jetzt jetzt ein zehntausender der muss jetzt der muss jetzt ziehen komm 5000 oh mein gott bitte 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 oh bitte einmal bitte einmal noch dings ja 5000 gewonnen gut das reicht mir ich bin ich bin glücklich ich habe gerade richtig hart abgestaubt ich habe jetzt gerade aus paar ja ich habe jetzt 3958 dollar gemacht also nicht ganz ein bisschen mehr weil ich habe ja vorhin ausgegeben das ist ein biker hoffentlich ballert er mich nicht gleich um die um die gesucht beginnt ja ich habe aufgehört doch früh genug ich habe ein bisschen kohle gemacht fast money so so waren wir das ja so testetoren habe ich auch vorgelesen so italia wie geht's und auf einen guten stream mir geht es sehr gut ich hoffe die auch mal lieber die letzte nacht ziemlich durchgemacht aber heute sehr spät das aufgestanden perfekt so vorstellen auf 3 0 geht richtig hart was weiter ich erzähle ich jetzt mal was ich habe mich gestern angesetzt ich wollte gestern alle polizei autos optimieren für 3 0 weil sie noch nicht alle optimiert ich setze mich ran um 21 40 zum optimieren ich habe ein auto gehabt lapd crown victoria ich bin einfach bis 7 uhr morgens an dem auto gesessen für ein auto von 21 uhr 40 bis 7 uhr morgens für ein fahrzeug optimiert sachen gefixt umge umgetan ich habe ja ich baue ja in meinem auto sachen ein ich fixe texturen ich schaue das alles perfekt ist duftbaum habe ich noch eingebaut der der woppelt im auto ich habe einfach bis 7 uhr morgens gebraucht für das eine auto und ich dachte mir so eh moin also wenn das mit allen autos so geht dann tschüss zeit das ist auch der grund warum ich die letzten tage nicht gestreamt habe weil die zeit einfach auf null war weil immer rlo 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 3 0 dauerhaft nichts anderes aber ich bin falsch gefahren ich wohne hier oben wo fahr ich denn hin also mein kopf ist voll mit rlo 3.0 derzeit sehr viel für ein auto bis 7 uhr morgens erkennt es nicht das 7 uhr morgens ich habe mich nicht mal angekündigt ich habe mich nicht mal angekündigt leute ich bin nicht mehr im funk ich tue jetzt so ist vielleicht wer anderes ganz kleinen strich hat er bis zum so aufgemalt glaube ich also jetzt ab kaputt der pfeift jemand aus dem letzten loch ja ja nani nanipo nanisch das nicht an die nein floh nicht geschluckt entschuldigung er hebt gerade ein flugzeug ab Ich bin heute mal unangekündigt da. Guten Tag. Oha. Oh mein Gott. Ich bin zerschrocken. Ja, ich war das Vorbild im Nani und was hier drauf reagiert. Was, Flo? Was ist das? Ich glaube Flo hat irgendwas gegessen. Ja, ich bin noch am schlucken. Äh, okay. Ja, es könnte leicht sein. Es könnte aber leicht sein. Fünf Leute schärf ich ja nicht mehr kennen. Warte. Was ist denn passiert? Ups. Was ist denn passiert? Wir sind beim Heli-Flug zu weit rausgeflogen und dann abgestürzt. Und die Kate, die ist vermutlich mit dem Motorrad da am anwesenden. Und vor Unglück, die hat angeteckt, ist verlust. Ui. Ja. Aber ja, Ramli, jetzt siehst du Chefchen mal. Genau, Ramli, das ist Chefchen. Hallo. 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 Das ist sehr unangenehm, das... Ja. Ich ähm... Ja, weißt du, wir wissen aber alle, was jetzt arbeiten. Ich... Ja, ja, natürlich, natürlich. Die Beste eingeweiht. Ich bin mal so frei und geh mal. Okay, ja. Ja, Servus. Hi. Servus, hallo. Ja, das ist halt... Cringe. Ja, ich bin also immer sehr... So, du kannst Chefchen, oder? Ja, ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass so viele auf einmal Gedächtnisverlust haben. Wie viele fünf? Ja. Vier, ja. Vier, oder vier waren es? Vier. Drei durch den Heli und die Kate vermutlich durch Motorradunfall. Ja. Eieieiei. Okay, das ist schockierend. Und das ist alles, aber alles eigenverschulden, ne? Ja. Ja. Das ist noch verwirrender. Hoppasa. Aber mir sieht das eigentlich aus, also sonst geht es aber allen gut. Es haben jetzt alle alles gut überstanden erstmal die letzten Tage. Weil ich war jetzt lange nicht da. Ich war, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen nicht mehr hier. Du hast nicht viel verpasst. Du hast, gefühlt, 10.000 Stunden Suche verpasst. Und wenn wir sie einmal gefunden haben, ein 10-minütiges Schussgefecht. Und dann wieder ein Suche. Wieder versteckt. Aber wie läuft das jetzt derzeit so ab? Also es ist eigentlich immer noch dasselbe Spielchen, wie es immer war. Ja, suchen, nicht finden. Es macht halt absolut keinen Spaß, weil sie verstecken. Und ganz direkt gesagt, weder sehr viele vom Kartell, haben das jetzt schon gesagt, und mehrere von uns auch. Es hat eigentlich niemand mehr Bock auf den Krieg, weil es 07,8 hat. Gestern um 31 kamen die an. Dann waren wir zu vieren. Ich muss auch ehrlich sagen, der Grund, warum ich ein bisschen Urlaub genommen habe, ist auch, was mich schon ein bisschen angepisst hat. Es pisst uns, glaube ich, alle mittlerweile an. Von uns, es pisst uns an. Cardells, FDs, ANLs, BD. Es findet jeder zum Kotzen mittlerweile. Zivilisten. Ja, ich bin ja heute eigentlich da, um euch zu sagen, dass wir da vielleicht eine Lösung finden. Das war eigentlich heute der Stichpunkt, den ich heute ansprechen wollte. Ähm. Die Frage ist, finden wir, also glaubt ihr, dass wir mit dem Kartell irgendeine Lösung finden können? Oder glaubt ihr, die sind so abgehoben, dass sie sagen, nö, kein Bock? Ihr hätt doch... Glaubst du? Ach, da hat der Router reingeschissen. Das gefällt mir. Hallo Router! Hallo? Entschuldigung, ich hab grad nichts gehört. Kann gleich sagen, dass ich kurz Mittagsschläfchen mache. Wie redest du mit mir? Kein Problem, könntest du es wieder? Ja, ich weiß nicht wie lange. Kann sein, dass ich gleich wieder Mittagsschläfchen mache. Okay. Kann sein, dass ich zusammenbreche. Ich hab gleich meine Medikamente nicht genommen. Oje. Das ist ja bei unterwegs. Na, wir haben ja schon so irgendwie gemacht, dass mit dem Kartell geredet wird, mit der Führung, dass Corona das Verlierergeld, unter Anführungszeichen, an den anderen gibt, sondern das Hälfte Hälfte als Spende ans FD ANL geht. Finde ich mega. Das wär ne gute Idee eigentlich, ja. Weil dann profitieren weder wir, das Kartell profitiert nicht. Wir zahlen einfach jeder euren Teil und das geht dann als Spende auch zum AMR beziehungsweise FD, weil die derzeit mit dem Krieg am meisten Arbeit gehabt haben von allem. Ja, das stimmt. Das ist ein soziales Moment. Die Frage ist halt, ob jemand von denen dort ist und ob da wer da ist, mit dem wir Kontakt aufnehmen können. Ich muss mal gucken, weil ich muss ehrlich sagen, das Problem ist, es geht auch schon viel zu lange. Wir finden keinen Punkt. Es hört nicht auf. Na, Liam, Kurt, für die habe ich gerade ein Schöpfchen vorgeschlagen, dass wir es eventuell so machen, unsere Führung und Kartellführung zusammensetzen und eventuell sagen, wir lassen den Krieg jetzt gut sein und der Kriegserlös, was eigentlich, sagen wir mal, unter Anführungszeichen die Gewinner bekommen würden, wird Hälfte Hälfte als Spende ans FD beziehungsweise AMR gezahlt. Also, dass wir mäßig an einen Unentschieden gehen und dann an die, sagen wir, Staatsdirektion ein bisschen was zahlen. Genau, ja, ans AMR und FD, weil die am meisten mit uns zu tun gehabt haben und am meisten Kopfschmerzen mit uns gehabt haben. Dann profitiert Corona von uns beiden und AMR und FD freut sich sicher für die Entschädigung. Router Mode, ja, es kommt demnächst. Ja, eben, das wäre ja vom Chef jetzt gerade die next step gewesen, ob wir jemanden von denen erreichen. Ja, dadurch, ich würde mal ein bisschen durchrufen, gucken, ob ich wen erreiche. Ähm, werden wir heute den ganzen Tag sonst probieren. Wenn nicht, machen wir uns heute einen schönen Tag, weil, äh, in G keiner da ist. Ja, ich schau mal. Ich ruf mal durch. Äh, Problem ist, hat Toni wieder eine neue Nummer, weil der wechselt die ganz schnell. Gute Frage. Gibt's da nichts Neues, weil sonst rufe ich ihn auf der Nummer an, die ich jetzt eingespeichert habe. Oh, wieder mal auf der und schon vergleiche mal die Nummer, die du eingespeichert hast mit deinem Tablet. Ja, ja, schau ich mal schnell. Ich will erstmal eintragen. Warte, ich will kurz das Freddy da. Nee, ne. Nee. Der Chefchen ist da. Oh, mich hat er eingetragen. Vielleicht ist er da, keine Ahnung. Ja. So. Kunden. Einen ist eingetragen. War es nicht Kunden? Ah, hier. 13491. 13491. 13491. 13491. 13491. 13491. 14492. 15502. 16501. Avamos Amo! 15501. 14501. 15iern 10501. 18501. 1552. 17501. geben dass die noch nicht wach sind aber es könnte sein dass sie aufstellen dann soll er so probieren dass ihr den arsch hier bewegen ist richtig probier mal aber es ist wann war jetzt freddy das letzte mal da wann war der da er hat aber darüber noch nicht gesprochen oder ist er schon mal auf die idee gekommen ich meine jetzt auf die idee gekommen hier irgendwie was zu machen meine lösung zu finden und ich hatte also das mit der lösung mit dem fd fand ich geil was ich nämlich vorgeschlagen hätte sonst sonst die brutalere weise genommen ich hätte die final standoff gemacht einfach aber ich finde das mit dem ich finde das tatsächlich mit dem fd und amr ist eine gute sache ich finde ich auch dass wir wenigstens was gutes noch tun da habe ich darf ich fragen was stand war der stand war der dass wir eine lösung finden müssen dass wir diesen krieg mal beenden können damit jetzt endlich mal ruhe einkehrt weil es wir finden keinen punkt also beidseitig finden wir keinen punkt jetzt war eben die idee dass wir das geld was der verlierer ja gibt wie das zusammenlegen kartell 1 zu 7 wir legen das zusammen und spenden das dem fd und amr genau das war der standpunkt also ist das doch der vorschlag den wir vor ein paar tagen schon mal untereinander besprochen hatten aber mit dem heute besprochen aber nicht mit frei wir hatten einen wir hatten das so unter uns so sag ich mal so die mitarbeiter und so hatten damals darüber gesprochen über so einen standpunkt und dass wir das halt mal so das war gestern oder vorgestern hatten wir darüber gesprochen und das war halt auch eine lösung wo ich sage das wäre für alle eigentlich mal das beste das denke ich auch er schaut jetzt aber irgendjemanden aufwechsen kann von denen und er schreibt mir sms sobald einer von denen runter ist alles klar danke ich gehe kurz runter ich mache mich mal fertig ja schon mal was raus also die idee ist nicht schlecht das ist halt dann ich sag mal ohne das ist stromausfall stopp du ist da hier drin oh ich sehe nichts ich sehe nichts was meinst du ich nehme mein handy warum habe ich über die Tasche noch mein handy ja schau schau du hast noch was wollte ich kurz kaufen gehen ist auch kein problem naja ist gut ich bring den Karton weiter ja dann hast du keine mehr ja ich muss sowieso runter ach ist das schön handy zu haben mit äh mit Taschenlampe ist das schön ach hier sieht man wieder was glaub ich ne doch nicht Handy mit Taschenlampe beste beste Leben so die hätten meine Taschenlampe kaufen äh waffen nehmen sie denn eine Taschenlampe oder so ne so Waffen kaufen ich habe ja alles dabei glaube ich ne ähm aber warte ich habe glaube ich meine ah doch habe ich dabei Werkzeugkasten wäre ganz gut haben wir noch Werkzeugkästen Werkzeugkästen ja ein Werkzeugkasten haben wir noch haha ich habe den letzten gehabt jawoll so und ähm Waffen kaufen gibt es hier Taschenlampe haben wir Taschenlampe natürlich haben wir die für 20 Dollar das Stück im Lager aber sowas von ach noch besser viel angenehmer oder durch zack 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 der letzte macht die Türe zu ne so wie sich das gehört ok ok hab ich trotzdem zu dabei und um 1900 Zeitung zu lesen na jo wie lange ist denn schon Stromausfall ne er schaut in die Garage paar Minuten ok ja er muss aus der Garage rausfauen dann wieder irgendwo dieses geile Auto ne schade ja Stromausfall ist Leute so warten bis die Stadtwerke den Strom wieder anstellen ja Pinter was denn du da aufm Boden servas was los er überlegt er denkt grad nach Stadtwerke so ähm würdest du uns jemanden vorstellen wer wär das Jake hab mir noch was von der BZ jemand oh nö ich weiß ganz genau wer gemeint ist ja ja muss man aufmachen warte mal ganz kurz bleib mal dran Liam hast du Zeit für wer würdest dir gern jemand vorstellen wer Ninel äh ja ja passt wo ha Liam wo schlag was vor nimm doch die Docks unten ja treffen uns bei die Docks unten da am Bier ja Bier da Versicherung da oben aber also ich dachte unten haha wurscht naja doch Docks ja ja bei den Docks da Versicherung hahaha wer kennt sie nicht ich würde aber sagen wir fahren da alle hin hm ja wir auch vermeiden auf jeden Fall bewachen die wir wissen ja nicht was los ist deswegen ne ich kenne diesen und Katja ist ja schon mal da oben bei den Docks also wir wissen zwar nicht wie viel aber er ist mindestens da ja ja klar aber ich würde halt äh nicht denn äh jetzt nicht schießen oder so ich würde halt warten was passiert wenn sie schießen schießen wir auch aber ich werde nicht ich werde nicht die Person die anfängt zu ballern die kamen gestern um 31 wenn sie bald die aussteigen und auf mich zählen schieße ich auf die ist mir scheißegal wer da steht also die sind in 3-4 Minuten bei einem Bier oben ja aber was haben die jetzt gesagt das war eine Pizzeria die wollen uns nur jemanden vorstellen ah ok keine Ahnung warum auch immer alles klar ich fahre mit dem GTR ne dass ich ein bisschen unauffälliger bin am Straßenverkehr best CD ever GTR fahren Leute unauffälliger geht's nicht also unauffällig ist relativ mit einer komplett ungetönten Frontscheibe ach oh mein Gott hier ist ein schönes Kfz oh jetzt riech ich schon R wir haben anschnallen auf 3-0 haben wir anders gemacht das ist ich habe mich ich habe es auf eine andere Taste gelegt bei Waffen zuletzt bitte warten boah ich bin fast zu fahren alter heute Ausflug hier boah der geht ja so geil boah so ein geiles Auto aber guck dich das mal an das Biest das ist schon das ist so ein Stück Kfz ist das es ist so geil was würde ich dafür tun so ein Auto zu besitzen der hat halt preislich 160.000 Euro für so ein Auto 150, 160 musst du hin blättern das ist so traurig jetzt sind wir mal gespannt was da passiert ich habe kopflos und dumm ne gibt der den was macht der denn was ist denn falsch mit euch allen könnt ihr alle nicht Auto fahren ich fahre hier ganz normal ich habe nichts gemacht ähm wo treffen wir uns genau? so und wir am Ballflot oh ne ich bin falsch gefahren ach ne ey ey so ein lecker Bio jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht der Typ der mich da äh gerade gemobbt hat wenn er 50 mal rein gefahren ist komplett aus dem Konzept äh ganz kurze Frage hatte heute einer Kontakt mit einem Tim Schäfer? nicht dass ich wüsste an welchem Parkplatz seid ihr denn bitte? ich sehe euch nicht ich war nicht über dir wir sind oben auf dem Pier drauf ach oben alles klar ja er ist wieder Lost Alter ihr seid ja unten am Parkplatz das ist der Sound wie spielig ja ja ich war abgebildet ja ich war abgebildet so sieht ein Familienausflug bei 1-7 aus nö eher länger 4-5 wie wärs mit 7-8 ja 7-8 echt so ähm muss mal durchlesen hier es ist schon so viele Donets ich nicht vorgesagt aber es tut mir so leid Leute aber es ist einfach wieder zu viel ich bin wieder viel zu viel am Start hier die hier rausgewummelt haben ja hast du eigentlich mitbekommen wer ein Bloodhout bekommen hat? nein guck mal in die Liste ja warum hat der ein Bloodhout bekommen was passiert? er war seitdem wir das neue Gelände eingeweiht haben nicht mehr da ja er war für eine Woche abgemeldet hat sich danach nicht mehr gemeldet nicht mehr gemeldet und hat als Aussage getätigt er hatte keinen Bock auf den Scheiß oh genau ok er hat keinen Bock und keine Motivation auf die Scheiße und keine Motivation auf die Scheiße genau so hat das ausgedrückt also er hat uns eigentlich im Stich gelassen und auf uns geschissen mit Absicht ja ja kann man so sagen weil er keinen Bock hatte ok ja gut dann kann ich verstehen äh weißen die sie kommen ja die kommen schon ne fast verteilen ne ok dann weiß ich Bescheid das ist ja traurig er war eigentlich immer äh ja ein langes Mitglied ja oder war also das hab ich mir jetzt nicht von ihm erwartet muss ich sagen aber im ersten Krieg war ja auch oft da ja es macht Sinn sich zu weiter halten in der Tat absolut das ist traurig ich mein ich wusste das schon in OC aber IC ist das halt immer traurig dann zu hören mhm dann haben wir mal ein Problem ich hab keine Ahnung ich check jetzt nicht wirklich warum sie uns den vorstellen wollen der ist so bei der Pizzeria keine Ahnung vielleicht haben die einen Kontakt oder so ja was servus hallo hi oh wunderschön ja ich wollte euch ihn mal vorstellen der schneide bei euch oder was nein nein Jacob ist schon länger bei der Pizzeria mhm 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 also ich könnte ihn euch vorstellen zum Thema Kontakte knüpfen und so ja ok inwiefern Kontakte die Kontakte die ich eben genauso zu euch genauso wie zu euch habe im Sinne von äh Greenzeug mhm 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 wie habt ihr jetzt telefoniert was was war denn jetzt gerade ausgemacht ich bin grad ein bisschen verwirrt ausgemacht oder dass ich ihnen euch vorstelle dass wir das ihr euch da kommt dass ihr euch mit ihm da Kontakte griffen könnt wenn es um den Greenzeug geht Marc verwechselt das jetzt nicht mit dem Telefonat von vorhin, das ist was anders. Er wollte uns nur ihn vorstellen. Ah ok ok ok. Ich habe gerade was komplett anderes im Schädel gehabt vorhin. Ja ich weiß schon was du in Kropf hast, aber das hat mit dem nichts zu tun. Aber alles klar, verstehe. Er wollte uns wirklich nur ihn, Jacob, vorstellen. Ich bin ja auch schon länger bei euch, ich kann Jacob gut vertrauen und ich weiß dass er da keine Scheiß mehr. Ok, jetzt hat sich das ein bisschen vermischt bei uns. Ja, das ist gut, kein Problem. Ok, also er ist neu bei euch und... Nein, nein, Jacob, wie lange musst du schon mal beziehen? Das ist eine gute Frage, 4-5 Wochen. Habe ich aber noch nie gesehen. Ja, ihr seid ja im Moment leider nicht so viel bei uns Pizza kaufen, sonst hättet ihr mich schon gesehen. Ja gut, stimmt, stimmt. Also die von euch, die bei uns Pizza kaufen waren, die kennen mich eigentlich. Ich habe euch da schon gesehen. Warst du nicht von Galindi? Nein? Ja, einmal ja. Na gut, dann haben wir geredet, ja. Ja, das hat sich aber erledigt. Soweit. Beziehungsweise geklärt. Bordet ihr, hast du auf die Docks? Nein. Es fuhr gerade unten zur Versicherung zwei schwarze Fahrzeuge mit rotem Perleffekt. Was ist denn der ganze Name? Jacob Venom. Bist du eingetragen? Ja. Jeder Film. Also Venom. Telefonnummer. 800. Er hat gerade einen. 45 gewesen. Ich dachte schon, er ist der Kontakt zum Kartell irgendwie in einer Hinsicht, aber... Ja. Komplett lost, Alter. Ich sollte bei euch ja schon eine Liste stehen. Komplett lost, Mann. Aber ich habe... Und zwar hat sie sich jetzt so vermischt, ne? Bovich, Bovich, Bovich. Ja, ja. Richtig. Wie der Koppel ist vermischt alles. Wie der Koppel ist vermischt alles. Ein bisschen zurückspulen, da weißt du es. Ich kann ja gut hier zurückspulen, hier auf YouTube. Ich glaube da... Mach fünf Minuten. Ich habe ihn da fix eingetragen. Ich könnte nachschauen. Gut. Ich habe ihn da fix eingetragen. Passt. Ja gut. Freut uns und... Joa. Ebenso, ja. Einfach vorbeikommen. Und verkaufen. Klappt alles. Sollte klappen. Bei uns geht das relativ flix, glaube ich. Ja. Okay. Man jetzt gerade ein bisschen blöd, aber wird schon besser. Ja. Wobei... auch jetzt machen wir die Geschäfte. Macht ihr wieder? Ja. Wir haben das die ganze Zeit schon. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Ja gut. Ihr habt ja recht. Derzeit ist ja wenig Stress so an sich. Weil... Wir suchen ja eh nur. Dann passt das schon. Jawohl. Perfekt. Gut. Super dann. Vielen Dank euch. Ebenfalls. Also man sieht sich. Man sieht sich. Tschau. 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 Wie gesagt. Ich habe das jetzt voll verwechselt. Ich dachte gerade... Ja ja. Das war mir schon klar. Aber mit wem hast du da telefoniert vorhin? Wer war denn das? Das war der Maximus Power vom Kartell. Gott, 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 Gott. Okay. Aber das mit den Docks... Das war nicht das mit den Docks oder wie? Nein, nein. Das war er jetzt. Weil er uns dann vorstellen wollte. Ah, okay. Ja, gut. So verwirrt. Also du hast jetzt zwei Telefonate geführt und ich habe das vermischt. Genau. Zum Beispiel Maximus Power. Der schreibt mir... Ja gut. Ich dachte nämlich... Du bist im selben Telefonat noch drin. So irgendwie. Ja gut. Dann... Das ist der Sound. Ja. Vor allem hätte ich noch nicht... Dann hätte ich nicht den Lieren angeredet. Und dann hätte ich die persönlich angeredet, wenn du da bist. Nein, nein. Es passt schon. Ist das auch gerade? Ja. Sehr komisch. Die haben aber heute schon einmal gehört. Die komische Sirene beim Auschnuss. Hab ich die Sirene kurz übernagelt? Nein, nein. Die war heute schon einmal beim Auschnuss. Keine Ahnung. Die hat die Sonar und doch so fern. Ja? Die ist so nah und doch so fern, ja. Die Frage ist, was tun wir jetzt dabei? Bis die sich melden. Ähm... Ja, wir könnten einen schönen Ausflug machen. Tag genießen. Okay, Ram, die hat gerade die Drehleiter wohl gesehen. Die ist Richtung West Highway gefahren. Ausflug klingt cool. Ich würde gerne mal wieder mal ein Motorrad ausfahren. Wir wollten ja letztes Mal eigentlich eine Tour machen damit. Aber irgendwie hat sich dann ja das Kartell gezeigt. Und dann mussten wir schon umsteigen. Ich wollte euch mal... Was für Motorrad, Straßenmotorrad, Chopper oder... Ja, Chopper. Wir haben... Wir sind letztes Mal mit richtig vielen Choppers rumgefahren. Das war richtig geil. Okay. Vor allem mit der Weste passt das sehr gut. Nüsse muss ich mal davon noch eine kaufen gehen. Ja. Ne, eine Motorradgang. Na ja, schon unsere Weste. Hast du keine? Ah doch. Ich hab keine Chopper, ne? Achso, eine Chopper meintest du? Ich dachte gerade Weste. Ich dachte mir gerade her, hast du keine Weste da oder was? Da muss man sie ja kaufen gehen. Ne, ich meinte, sie sieht nämlich gut aus mit der Weste. Ja. Ist klar, wie ja. Ja, ja. Ne, macht schon Spaß. So ein bisschen Präsenzzeige in der Stadt. Ja, aber wenn sie sich melden, dann... Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie sich heute noch melden. Dass wir dann einen guten Ding finden. Weil, eh, ganz ehrlich. Ich muss diese scheiß Kleidung jetzt schon die ganze Zeit tragen. Es pisst uns doch alle an, oder? Fühl ich. Fühl ich. Ja, ja. Ich will endlich wieder hier mit Shorts stehen und nicht mit langen Ärmeligen und ach. Allein das verlassen. Ich muss noch ausnutzen, bevor der Schnee da ist. Ja, genau. Mach gern beat, ey. Ey. Ey, ich hab voll Lust auf Eurte. Aber jetzt ist wieder arsch kalt. Unter Maskenladen gehalten. Boah, ich muss mal gucken. Dann können wir vergleichen, wer die schnellste Chopper hat. Aber... Was kostet der? Was für zufällig? Boah, nicht viel. Ne, 20.000 hab ich bezahlt. 20, 30k, ne? Mehr nicht. Äh, 18. 18, ne? Okay, Bruder. Also das ist echt günstig. Ja, das würde ich sagen. Wollen wir mal einen Chopper kaufen. Jo, passt. Dann machen wir das. Also für alle, die einen Chopper haben, können sich die ausparken. Wer eine neue kaufen will, geht sich jetzt auch eine kaufen und dann treffen wir uns. Jo, dann gehen wir noch eine kaufen. Jo, passt. Perfekt. Auf geht's. Auf geht's. Wer muss denn jetzt alle eine kaufen? Machen wir wieder eine Chopper-Tour? Habe ich voll Bock drauf. Eine 107-Tour. Wir haben schon lange keinen 107-Ausflug mehr gemacht. Was ist denn jetzt der Plan bei euch? Chopper kaufen. Unser Plan heute. Chopper kaufen. Ein geiles Stück Kfz. Ach, wir fahren runter Richtung Einweiß. Kann mich irgendeiner beim Liam am Haus abholen, bitte, um mich runternehmen. So. Du meinst an dem gelben da bei uns am Geländer? Genau. Jo, ich komm. Xix hab ich ja vorgelesen, ne? Ich glaub, ich hab's gar nicht geholfen. Äh, Johnny Line. Dank fürs Glückwerden. Äh, Krogoks. Halxion. Eike Eküson. Kennen dich seit ca. 20.000. Bin OG. Und 1,2. Damit der Kontostand wieder gerade ist. Dankeschön für 1,20. Muss er wieder gerade sein. Ey, vielen Dank. Er ist schon lange dabei seit 20k. Da bist du im Urgestein. Wirklich. Schon so lange am Start bist. Der Gerdi, der echte. Alter, danke für 20. Ohne Superjet, der Gerdi. Der allerechte. Unglaublich. Also ich weiß nicht, was heute mit den Kopflosen los ist, aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Habt ihr das gerade gesehen? Weit und breit kein Auto. Er spawnt vor mir und fährt rein. Wir fahren heute alle rein. Das geht mir so auf den Sack. Das ist unglaublich schlimm heute. Die wollen mir heute alle auf den Sack gehen. Alle wollen mir auf den Sack. So. Tobias. Ja, mal Dank für den Euro. Dann das sehr hart ist wie am Start. Moin. Wie geht's dir? Wünsche dir viel Spaß. Was für mir geht's sehr gut? Ich hoffe für dich auch mal lieber sehr hart. Der Romantisch. Hallo mein Name ist Romantisch und bin Romantisch. Das ist halt wirklich Romantisch. Migo 31. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Dankeschön. Maurice. Henning. Bist der Weste. Dankeschön. Fluriburi. Spare gerade 500 Euro, die ich dir da spenden werde. Bitte nicht. Das ist zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. 500. Ein bisschen zu viel. Geh? 2800 Dollar. Da sind die. Da sind aber die gewonnenen 2800 wieder weg. Die ich vorhin gewonnen habe. So da ist das Ding. Ey das. Ihr könnt sagen was ihr wollt. Aber das Teil ist geil. Oder? Wisst ihr was wir machen? Wir tun sogar die Waffel weg. Wer braucht ne. Wer braucht schon ne Waffel? Ach kacke. Ich muss zu einem anderen Auto. Ach komm. Da ist jetzt auch kein Kofferraum. Bitte. Ah doch ist. Ach so ein geiles Ding ist das Ding. Aber ich fühle das schon. 1 zu 7 auf Bikes ist schon. Auf so Chopper, Harley Sachen ist das schon nice. Die geht auch gut. Die fährt richtig geil. Ihr gebt euch. Wie easy der Wheelie zum ziehen ist. Aber Stoppy kann sie glaube ich kein. Ah doch sogar Stoppy. Man kann sogar Stoppy machen. Ey das ist ja wie selten das ist. Dass du mit nem Bike in GTA ein Stoppy machen kannst. Also richtig. So war so ein fettes Ding. Eigentlich geht das gar nicht mal so. Wie geil. Okay das Style ist 1 A. 1 A plus. 1 zu 7 MC. Beste Kennzeichen. Liebe West oder? Ich fühle das Ding. Und damit heute auf Tour fahren. Bis das Kartell kommt und wir uns treffen und gucken was dann passiert. Also wenn das Kartell heute raus kommen sollte, wird es sehr spannend. Ja. Warum habe ich Weste abgezogen bekommen? Hast du schon gemacht? Hier rein gerannt? Nee. Leute warum ist meine Weste so niedrig? Wird schon die Grund haben. So. Dankeschön an Wer hat noch Donatel.de. Tobi911 einen guten Abend. Simba und ich sind wieder dabei. Kuss und Gruß geht raus an euch zwei. Dann der Black Devil. Dank für Subware. Der Rockstar Prime mit 1 Euro dabei. GamerGrow dann für 1 Euro. GTA-Fixion 1 zu 7. Danke für 2 Euro. Wie geht's dir? Und kennst du mich noch? GTA-Fixion 1 zu 7. Sagt mir was. Gruß geht raus. Und ähm. Danke für 2 Euro. Wündchen. Der Kurt Kurt. Steht dein Baum allein im Wald. Das soll ein Witz sein mittlerweile. So ein Anti-Witz. Rollt ein Ball um die Ecke und platzt. Das war schon der ganze Witz. Der Anti-Witz. Richtig lustig. Ist halt echt so blöd. Der ERAX. 15. Danke für den Euro. Auch Johnny Line mit 5 Euro. Kannst du mich grüßen? Heißt der Johnny. Grüß mal. Grüß mal. Joni. Nicht Joni. Äh Joni. Joni. Oder Joni. Ich geh nur ganz schnell mal gucken ob das. Oh Polizei. Ich da vielleicht noch was anbauen möchte. Oder abbauen möchte. Die Harley Softail ist das oder? Ja. Vielleicht andere Felgen. Also schauen wir mal kurz Felgen Typ. Ähm Motorrad. Boah da könnten wir schon. Oh Alter. Boah ey. Sollen wir das machen? Komplett. Der Auspuff ist einfach dasselbe. Oh Alter. Komplett Blackout. Boah. Ich würde das hart fühlen. Auch wenn jetzt viele schreiben. Nein. Macht das mir kacke aus. Aber ey. Ich würde das. Ich würde das fühlen. Weil die dann komplett Black wäre. Oder die. Alter. Oh. 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 Auf Black war. Einfach zu. Und komplett schwarz. Alter. Das war. Das sah richtig heftig aus. Sah aus wie aus so einem Film. Also ist es nochmal. Alter. Oh. 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 Warte. Ich probiere es mal. Wenn es mir nicht gefällt. Tue ich das nochmal umändern. Pass mal auf Motorrad. So. Wir können vorne und hinten. Komm mal ja. Aussuchen. Wenn es mir nicht gefällt. Kommt es immer nur um. Boah. Alter. Hohohohohohohohoho. Bruder. Okay. Das ist jetzt. Das ist. Das ist. Das ist. Absolut heftig gerade. Also. Ich weiß nicht. Ich feiere das gerade. Ich schaue nochmal Felgentyp. Nochmal den. Anderen Felgentyp an. Ähm. Aber ich finde das. Ballert hart. Das ist schon. Maximal. Was du rauszuholen kannst. so auf so einem Teil. Hallöchen. Hallo. Oder die hier. Ne. Aber ich weiß nicht. Ich. Ich finde das hier brutaler. Alter. Das sieht aus wie die absolute Zerstörermaschine. Wenn du das machst. Gut. Ich lass. Ich lass das mal so. Ich bin. Oh warte. Hupe. Ich brauch auch ne neue. Hupe. Ich weiß nicht welche Hupe ich hab. Weil die alle hupt. Haha. Man weiß nicht mehr welche Hupe man hat. Alter Flumaro mitn Fofi. Ey. Vielen Dank. Clown. Hüli. Ich bin. Das Ding. Soll's heute jemanden aufschmeißen. Boah. Geil. Alter. Die Felgen sind Baba. Ich bin so froh, dass ich jetzt geändert hab. Alter. Hohoho. Gebt euch den Schlitten. Das Ding sieht halt einfach nur noch aus wie der Gerät. Es ist wirklich der Gerät. Fährst du anmelden Chef? Äh. Meine ist die ganze Zeit schon angemeldet. Ich hab ja meine schon gekauft gehabt. Achso. Ja. Ich fahr kurz anmelden. Jawohl. Boah. Alter das Teil. Ey. Aber das ist. Das ist sowas. In Real Life will ich sowas nicht fühlen. Sowas zu fahren. Ich bin in Real Life so gar nicht so der Typ. Aber. Einfach jetzt so hier im RP das so zu sehen. Mit dem schwarzen Outfit. Alles. All black. Everything. Ist halt. Schon irgendwie cool. Gebt euch das Teil mal. Boah. Was steht denn da drauf? Kann sich lesen. I can't read it. Was steht denn da drauf? Ich muss mal gucken was da alles drauf ballert. Äh. Egnod Motorcycles. Egnod Motorcycles. Ist das richtig? Trin. Cam USA steht drauf. Ah. Da ist ein Texturfehler. Guck mal hier. Da ist ein Texturfehler. Eingeschlichen. Eieieieiei. Wobei das stört gar nicht so. Ich finde das sieht so irgendwie cool aus. Wenn das hier so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Da steht hier. Äh. Harley Davidson. Das sind Harleys. Das wissen wir. So. Da. Also die Spiegel. Kann man die abmontieren? Ne. Oder. Warte. Kann man die Spiegel? Konnte man die nicht abmontieren? Warte. Hier kann man vorne das Ding dran ballern. Das finde ich aber nicht so cool. Vorne kannst du das Teil hier anmachen. Ich weiß nicht. Aber das ist halt auch. Ne. Das ist hier den. Am Sitz so ein Metallteil brauche ich auch nicht unbedingt. Ne. Warte ich mal hier auf die Jungs. So. Äh. Black Devil. Danke fürs Subwären. Äh. Das war vorgelesen. Vorgelesen. Äh. Fendgamer. Heiksun steht zwar noch im Stall. Aber habt ihr versprochen. Dass ich dich jetzt wieder mehr verfolgen werde. Äh. Der Fendgamer. Natürlich. Steht gerade im Stall. Warst du überhaupt geistig da Holger? Ne. Okay. Ich fahr mal kurz Richtung Hauptplatz. Ich schau mal was da los ist. Ah Motorradtour muss sein. Aber äh. Hier nochmal. Vielen, vielen, vielen herzlichen Reiz an Flumaro. Für 50 Euro und ehrenhaften Fees die heraus gewuppelt wurden. Der Like hat geht auf Flumaros Nacken. Leute lasst alle mal ein Like da. Würde mich sehr hart freuen wenn ihr jetzt einen Like da lassen könntet. Support diesen Kanal kostenlos. Lasst auch kostenlos ein Abo da. So macht man es hier richtig. Opa la. So. Och ne komm ey. 101 geblitzt hier. 2 Dollar. Ne 72 Dollar bezeichnet. 2 Dollar. Ne 72 Dollar bezeichnet. Witz doch hier ist grad niemand da an sich. Ne. Wir sind grad online. 156. Ich spür davon gar nichts. So viele Leute sind heute da. Boah aber ich sag euch wenn wir das heute durchkriegen mit dem Kartell ne. Ich würde mich so freuen für das. Fürs AMR. Dass die mal ein bisschen Kohle auch so bekommen. Wie geht denn der? Nein hier. Wie. 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 Hamßsss. Haben sie auch kleben stoff dabei mit dem sie sich an die straße kleben können. Na leider heute zu hause vergessen. Auch sehr schade. Ja. Ja, wünsche ich Ihnen einen schönen veganen Tag. Sind Sie eigentlich schon vegan? Nein, ich bin nicht vegan. Ja, ist aber nicht gut, wenn Sie dann so ein Auto fahren und nicht vegan sind, oder? Ähm, ne. Also unterstützen Sie es weiterhin. Also nicht vegan zu sein. Genau. Also. Ja gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem Elektromobil mit dem Kennzeichen vegan. Danke. Der schwebt immer höher. Tschüss. Ey, das zahlst du mir. Da holt ihr den auf Wuppen der Tatsache zurück. Er hat Elektroautomus. Du kennst es eigentlich vegan? Und er sagt, er ist nicht vegan. Beste, beste Bruder, ey. Einfach fürs Meme. Er macht's fürs Meme. Na, Kamera. Das ist der Sound, oder wie Spindel. Arschkammer. Wisst ihr, was es geil ist? Passt mal auf. Das ist ja so geil. Ey, warte, ist jetzt irgendwo ein Cop in der Nähe? Marc. Mein Name. Wo bist du? Äh, ich stehe gerade vom Hauptplatz Richtung Garage. Fahr ich runter, Richtung Tüngarage. Hier. Es stehen jetzt zwei, vier, sechs, acht Leute am Gelände von, ich glaube, zwölf eingetragenen oder dreizehn. Also, äh, Gelände ist der Treffpunkt. Ich komme mal vorbei. Jo. Komm auch hin vorbei. Ich habe nur, ich habe nur lachen müssen. Da stand jemand mit dem Elektroauto mit dem Kennzeichen vegan am Hauptplatz. Musste ich unbedingt drauf ansprechen. Ich hätte ihn geschlagen und den nicht drauf ansprechen. Bist du schon vegan? Ich habe ihn das gefragt, er hat gemeint, er ist nicht vegan, aber hat das Kennzeichen auf dem Elektroauto. Habe ich ihn gefragt, ob er, äh, ob er schon Klebstoff hat, dass er sich auf die Straße kleben kann. Naja, dann hätte der wenigstens, äh, nicht vegan drauf machen sollen, wenn er nicht vegan ist. Ja, stimmt nicht, vegan ist ein schönes Kennzeichen gewesen. Oder CO2-Arm. Klebstoff 1. War der Stoppie, ey, guck mal, guck mal, guck dir den Stoppie an. Also hier gerade schwer, weil das so runterging, aber jetzt. Geil, feier ich. Beste Motorrad Io West, wirklich. Ich lobe es. Oh, 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 Alter. Warmblinger kann man auch anmachen, ja. Boah, Polizei. Wo ist ein Dogrod passiert. Jetzt hat gleich die 1-7-Chopper-Gang, äh, Richtung Sandy hoch, hätte ich gesagt, zu den Bikern, machen wir mal einen Ausflug. Oh, ne, die Hupe. Du hast mir die geile, du hast mir die geile, du hast mir die geile, du hast mir die geile zum Auto gemacht. Das ist der Sound auf der Spende. Und ich hab da erstmal 45 Minuten warten müssen, bis die Kops kam. Boah, Alter, guck mal die ganze Chopper-Gang an. Und dann kam ein Kopf, ähm, hieß es. Geil, Alter, gibt euch das mal. Das Strike ist auch da. Ja, die da ein bisschen mit mir diskutiert hat. Also, geredet hat. Okay, das ist heftig. Und die durfte nicht über meine Witze lachen, als sie im Dienst war. Einfach einen Totenkopf. Einfach einen Totenkopf. Ja, und, äh, dann hat sie dann doch draußen gestanden und dann musste sie doch lachen. Ich hab ihr gesagt, sie soll jetzt lachen. Ansonsten stirbt die Geisel. Geil. Boah, geil, da hab ich richtig Bock drauf heute. Selbstverständlich ist sie gestorben. Richtig Bock. Hat sie eine Kugel gekriegt. Weil die mich belogen hat. Ja, dann reiten wir los, oder? Ja, rauf auf die Satte und wir fahren mal bei den... Es fehlen doch. Aber das ist so. Äh, wie bitte, ich hab, äh, ich konnte es nicht verstehen. Kamst du mit dem Motorrad zum Gelände oder machst du nicht mit? Ich komme, ich komme, ich muss nur mein Motorrad abholen. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen. Also, wir sind eingetragen 14 Leute. Einer ist in der Garage. Der musste mal dringend auf die Toilette. Wir stehen jetzt aktuell neun Leute, wenn ich das richtig zähle. Wir können noch mal beim Kartell vorbeischauen und gucken, ob er da ist. Auf dem Moppad. Na klar, warum nicht? Hallo, das ist doch... Das ist doch nicht so schlimm. Also, du bist doch Vlies auf dem Rücken oder ohne? Ja, ohne, ich fahr ohne rum. Ich hab keinen Bock angehalten zu werden, bin ich ehrlich. Ich fahr ohne. Ich hab, du, wenn's ist, dann mach ich nen Drive-Buy. Ganz ehrlich. Drive-Buy vom Motorrad ist easy. Ja gut. Kann man mit P90 Drive-Buy machen? Ne, nicht von meinem Motorrad aus. Aus nem Van geht das so, nicht auf dem Motorrad. In Van, ja gut, dann, äh, ich hätte ne... Hä, ich hab ne MP5 dabei? Ich glaub, mit ner Uzi geht das aber. Mit ner Uzi geht das aber. Ich hab nur eine Kraft dabei. Ist egal, brauchst du nur Block 18 mitnehmen. Oder uns, was kommen mit der SMG von einem. Stimmt. Ja, die geht auch. Ich sollte vielleicht machen. Die hau doch auch nicht rein. Ich muss auch noch mal holen. Wollte nochmal Weste full aufmachen. Äh, RicoXD 2003, danke von 10er, Alter. Vielen Dank, die Meerhuhnnisse. Hi, kennst du mich noch? Und vielleicht mal Gizi anrufen. Könnt man auch mal machen, ne? Habe ich dir die Tür von der Nase zugemacht? Ne, alles gut, alles gut. Gibt Schlimmeres. Funk, check. Gibt Schlimmeres im Leben. Servus. Auf, auf. Servus. So, Rudi, der... Ab, Rudi, danke für 3 Euro. Grüß mich bitte. Rudi, Grüße geht raus. Ja, Bruder Rudi. Ja, da müssen wir immer mehr zur Versicherung fahren. Ja, ja, wir machen hier Chopper. Ich weiß, ich hab eine. Hä, was ist? Ich weiß, ich weiß, ich bin mal davon ausgegangen, weil... Treibsand? Ja, irgendwie verschwinden jedes Mal Autos hier unten. Hilfe, wo haben wir uns? Hä, hallo? Guten Tag. Ui. Äh, ich versteh's auch nicht. Achso, die Autos schlupfen hier rein, ne? Ja, wir fahren dort. Wir hatten jetzt schon wieder eins. Pass mal auf, wir müssen aber wissen, wo das Auto durchschlüpft, wenn man es parkt. Das wäre gut zu wissen. Meins kann ich dir zeigen. Meins stand da, wo die Bikes dran stehen. Katsache. Boah, ich weiß aber, warum es passiert. Ich weiß schon, warum es passiert. Da kommt so ein Zauberer vorbei und dann so... Hey, aber das hatten wir gestern bei meinem wieder. Ja, aber kennst du nicht so Zauberer sowas wie, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, David Hasselhoff. Wie heißt der doch mal, der eine Zauberer, der so bekannt ist, dieser... Houdini? Nein, nicht Houdini, wobei Houdini macht... Nee, äh, wie heißt der denn, der, ähm, mit schwarzen Haaren, der... Äh, da war eine Wand. Schische Nummer 1, der kennt doch jeder, der hat die Freiheitsstatue damals weggezaubert. Äh, ich weiß nicht. David Copperfield, jetzt habe ich es, David Copperfield. Ach, Copperfield. Sonst machen wir so ein, äh, bitte nicht Parken-Schild hin. Ja, du meinst schon, wie gesagt, gestern hier? Das Problem ist, das passiert überall, je nachdem. Überall, okay. Also gestern stand, meinst du, wie gesagt, da und der ist von weg. Und da drüben hatten wir es auch schon, da drüben am Baum. Ja, cool. Also, teilweise auch aus der Garage raus, das ist, ja. Ganz cool. Aber wenn es in der Garage steht, dann passt es jetzt nicht, ne? Äh, ab und zu auch schon. Okay, alles klar. Ich helfe Ihnen ganz kurz. Ja. Ähm, wir wurden gestern beschossen von den Kartellern. Ja. Die stellen ihr Auto da am Gebüsch ab und schießen dann übers Gebüsch drüber. Ja. Nur zu hinten vor. Alles klar, weiß ich Bescheid. Und, äh, der ihr Lieblingsplatz ist meistens entweder das, das Gebüsch da, oder wenn wir hinten sind, stehen die hinten am Tor und schießen übers Tor drüber. Ja, wir können auch, ähm, hier vorne stehen. Da ist ein bisschen sicherer, glaube ich, hier vorne, oder? Ja, genau, da, also, das ist da ziemlich safe, so. Ja. Oder halt, oder halt gegenüber auf dem Golfplatz auf dem Dach. Mit einer Golden Runde. Auf geht's. Alles klar, weiß ich Bescheid. Wo fangen wir jetzt hin? Versicherung, hab ich gerade gehört. Ja, Versicherung. Damit Igor sein Motorrad kriegt. Jawohl. Äh, Igor? Jo. Du kannst meins nehmen, ich muss leider jetzt schlafen gehen. Ich hab ne Harley, wenn du willst. Das ist das Sound, aber ich bringe. So gut, dann fahren wir gleich los, ne? Ja, ich tank kurz. Ah, Tankstelle müsste ich auch fahren. Ja, Tankstelle wäre echt nicht schlecht. Ja, dann fahren wir gleich zu ner Tanke. Dann fahren wir zu der an. Kommt noch jeder bis zur Tankstelle, äh, Bank, äh, Bank dorthin? Oberhalb der Nationalbank, oder? Ja, genau. Bist in der Plastik. Jawohl, dann fangen wir mal los. Äh, viel Spaß, ne? Igor hat, äh, Code Zero. Ja, hab ich auch. Äh, wollen wir auf ihn warten, Chef? Ja, ich fahre mal rechts ran. Ich werde aber ein Foto machen. Und uns alles schön in der Reihe aufstellen. Sind wir alle maskiert? Ja, wir sind alle maskiert, passt. Ja. Ich mach mal ein schönes Foto. Die Lampen bitte anlassen. Dass ich sie schön sehen kann. Oh ne, ich muss mich mal Insta neu einladen. Oh ne, ich weiß mein Passwort nicht mehr. Instagram. Twitter. Nee, Twitter war das, ne? Das ist toll, dass du nicht überfahren wirst, Marc. Ich habe gerade auch ein bisschen verfehlt. Ja, ja. Boah, Alter, 1-7. Boah, Alter, 1-7. Oh ne, mal Internet war wieder kurz weg. Ich hoffe, ich kann das noch posten, Alter Mein Internet mal ganz kurz wieder Alter, der Evil Eye mit 107, euer Röntgen Ich dreht ruhig Also der ist derzeit schon im Internet echt beschissen Ich kann so kotzen mit meinem Anbieter Derzeit ist echt beschissen, Alter Alter, der Evil Eye, ich weiß nicht, wurde das jetzt gerade vorgelesen? Hast du das jetzt überhaupt gehört? So Könnte den Motor wieder abstellen, hab ein schönes Bild gemacht Ich, den Motorradfahrer, fahr hin Motorrad Ja Erstmal selber liken das Bild, so machen wir das richtig Was ist hier, da willst du Geld einzahlen Da wischt so eine Potsau ekelhaft Da pisst der Busch rein Warte, ist das von Karl-Heinz noch da? Wo wir den Hai da gemacht haben? Haben wir das hier noch irgendwo? Da hat ja Karl-Heinz diesen Hai fotografiert Können wir schon schäbeln, weil es gleich ganz vorne am Torbhausen Er kommt direkt auf uns zu Der Hai 17.1 Alter, der Evil Eye, vielen Dank für 107 Euro mit ehrenhaften Fees mit dabei Also es ist dir gerne viel Spaß beim Stream noch, Alter, vielen herzlichen Dank Ich hau nochmal einen fetten, fetten Herzregel raus an dieser Stelle Leute, lasst alle mein Herz im Chat Lasst ein Like da Wir sind gerade über 8000 Leute Schallert den Like-Button kaputt Lasst eure Liebe hier Würde mich sehr freuen Leute, unterstützt diesen Live-Stream Das ist der großartige Rot-Beert Also wenn sie sich mal denken Warte, was ist mit Robert los? Die armen Leute, die gerade gegenüber im Beverly Hills Hotel übernächtigen Freddy King Was ist die beste Waffe gegen veganer Wurstwasser? Ich stelle dir mal vor, du kippst in so eine Flasche, so Wurstwasser rein, in so eine Pistole, weißt du Sind wir jetzt alle? Ja Perfekt, dann auf geht's Abgestockt, auf geht's Los geht die Luzi, Leute Bitte da vorne, schnell beim McDonalds stemmen, bleiben schärf Jawohl Bei Mickey, Alter Komm mal zu Mickey Geh mal zu Mickey Einkaufen Motorrad-Tour ist immer lustig, weil du weißt nie, wer zuerst auf die Fresse fällt Ich hab meinen verloren Jetzt schon? Ja, irgendwer hat's da hingelegt Wir sind gerade erst 2 Meter gefahren gefühlt Ich sag noch, mal schauen wir uns das erstes hinlegt und es liegt schon jemand Und dann ist es halt Alles easy Alles easy Wie was ist das? Hahahaha 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 Wir könnten schon vorfahren tanken, damit wir nicht so viel Platz dort verbrauchen Ich hab immer das Gefühl, dass es gleich irgendwen hin liegt und dann erstmal ins Krankenhaus geführt werden muss Alter, wie das aussieht Bruder Biker Gang ist da Aufhören das Ding Also Flex hier mal vorgelesen mit 2 Eurenchen, Dankeschön US Army 81, Dank für 5 Euro Manuel Rost mit 5 Euro Jetzt mit den Motorrädern könnt ihr euch Hells Angels nennen Ja, dann hätte ich ein Problem, wenn du das in real life machen würdest Wenn du dich dafür ausgehen würdest Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, bitte keinen echten Gangnamen auf RNO Es könnte, es könnte, sagen wir mal so, auch wenn es nur im Spiel wäre, es könnte in die falsche Richtung gehen Du wirst ja, wenn du Hells Angels Kleidung anhast und du gehörst dich dazu, in real life jetzt auch Dann kannst du mit denen Probleme bekommen, ist no shit so, du musst also das schon respektieren Du musst diese Dudes respektieren auf ihren Bikes und lasst ihr Logo nicht in Schmutz ziehen Ich würde mich das auch never trauen, im Spiel zu machen Aber weiß ja nie, ne Aber weiß ja nie Er sagt, wir haben auch keinen echten Gangnamen bei uns auf RNO Werden wir auch nie haben So Bloods and Crips werden wir auch nie haben Wenn dann, ähm, die Grove oder Also es halt einfach irgendwas eingefallen ist, ne Ähm, Rico XD 2003 Dank für den 10er Meerhorn, ist ja mal vorgelesen, ne Äh, ist ja mal auch vorgelesen Die mediterrane Nudelpfanne mit 374 Sag mal bitte mit hoher Stimme Uh, wuh Schönen Abend zu dir, Cody Ja, habe ich schön gemacht Äh, Loco Vatos Mit welchem Anbieter telefoniert ein Jedi Yoda Phon Sind alle jetzt bei der Tankstelle? Hallo Das ist der Sound auf der Spende Warte mal, ich glaube, dadurch, dass mein Internet zerschallert, äh, muss ich meinen Sprachchat noch machen Hallo Ja, hallo Ah, jetzt höre ich wieder was Entschuldigung, ich habe heute echt Probleme mit dem Funkgerät Ne, das haben wir gerade alle kapiert Ah, okay Ah, ja, ich wollte gerade fragen, ob die, ähm, ob schon alle da sind, ähm, an der Tankstelle Ja, positiv Vielleicht müssen alle da sein, ja Jawohl, dann können wir losfahren Wir fahren zum, äh, East Sideway hoch Ja, okay Fahr mal zum Bikern vorbei Alter Das ist von der Gang Wir fahren jetzt gleich mal im Kartell vorbei Und schauen, ob die da sind Oder ob irgendwer von denen da ist Aber die können ja uns ja immer noch runterschießen, theoretisch Oh ne, ich hab Durchfall Ja, wir machen halt eh einen Stopp bei den Bikern Was weißt du Er fährt zwar wieder Oh ne, ich hab Durchfall Schau mal wie schnell das Ziegen fährt Das ist Schon schnell Aufpassen LKW Oh ne, ich hab gleich Nitro gezündet Ich Oh Nitro zünden auf dem Bik Stimmt 2.60 auf dem Ding, Alter Soll ich probieren? War ich Nitro dabei? Ja, ich hab Oh, ich hab acht Stück Nitro dabei Wollt ich denn die her? Die gehören nicht mir Ah, die waren auch zum Admin-Testen da Ja, super Ich glaub, ich hab Kopf in der Bikern Auf der Bikern ist die Dann bin ich vorbei Heiliger Die haben mitgeblitzt Ich hoffe nicht, Alter Achtung, Coyoten auf der Fahrbahn Ich bin mega weit fit für euch Wir sind jetzt Wal-Mart Die ersten fünf oder vier Fünf Ich bin jetzt erst an der Tanker Uff Ja, wie gesagt, wir fahren zu den Bikern Das Bike ist eigentlich Full-Tuned und fährt 170 Ja, meins auch Jetzt fährt 180, aber das war Wenn du hochziehst, bist du ein bisschen schneller 200 Ich hab halt eben nass gezündet Ach du, ich wurde komplett weggefetzt Ach du F... No, 걱정... Ist er dich weggefetzt? Ich hab noch vor Ort Ist Someone zu weggefetzt worden Von dem Haus Nein Nein Also, war die Anzeige an die Polizei War das das Blaulichtfahrzeug? Nein Der BMW Ui, da riebe dann aber Notarzt Ihr glaubt mir einmal bewusstlos nach Ui. Nein. Mal weg von der Straße das Ding. So was kommt ich mir jetzt nicht gedacht, dass uns wer anfährt. Der kommt da um die Ecke gesprungen, ich zieh voll zur Seite und die Hintermerfer hat er weggahaut. Ja, ja, ja. An der Verfolgungsjagd war was. Ja, ja, der hat kein Verfolgungsjagd gehabt. Das war tatsächlich ein Biker, der uns entgegenkam mit dem Auto. Ja, aber dahinter war Polizei mit Blaulicht. Alter, der wurde gerade verfolgt, frisch. Ich komm da reingefahren, auf einmal ein Fünfer BMW in der Luft, querstehen. Ich darf voll ausgehen, ich bin hinten. Zack. Den hat's denn da jetzt erwischt? Ja, ich bin es. Wir rufen mal zusammen da her. Ja, die sollen sich das mal angucken. Ich schau mal, wie's denen geht. Also so kann's schon losgehen mit der Motorradetour, Alter. Ganz geil. Und Biker fährt uns nieder, ey. Ich glaub es nicht. Oh ne, ihr geht's euch nicht gut. Oh, mein Auto will weh und mein Knie. Da ist noch ne Langmache hinten drauf. Also ne illegale, die sollst du das wegpackt. Nicht, dass der einfach vorbei kommt. Ja, ist irgendwo ein Auto. Ja, das ist jetzt... Die Frage... Hat schon wer gerufen? Rettung? Also ich nicht. Doch keiner, aber ich frag mal. Ey! Stellt eure Bikes am besten hier hin. Ich hab jetzt mal ein Bike umgefahren. Ja, ja, hier hochstellen, hier hochstellen. Nicht hier stehen lassen auf der Straße. Achtung, da kommen mehrere goldene Fahrzeuge vom Grape Seat raus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verstecken, verstecken, verstecken. Wir verstecken uns. In den Busch rein, in den Busch rein. Mach schon den vorm Bikerbar Richtung Sandy rein. Ja, aber vielleicht kommen sie da rüber. Ich hab ja gesagt. Das ist aber trotzdem lustig. Das ist genauso passieren wie beim letzten Mal. Die sind doch trotzdem lustig. Hinsetzen. Ich wundert das eh, dass wir die gar nicht suchen heute. Nö, wir wollen ja heute eigentlich eher Frieden mit denen schließen, anstatt umzufalten. Das ist gar nicht mitbekommen. Soll ich das mal ziehen jetzt im Busch? Ich bin gerade aufgewacht. Ah, jetzt wo im Busch sind. Ich erzähle das mal. Buschfunk. Also. Äh, ich bin ja, ich war jetzt eigentlich da. Jeder ist schon angepisst. Es ist nur suchen, schießen, suchen, schießen. Wir kommen auf keinen grünen Punkt. Ne, ist das kein Schießen mehr. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Weil wir in den Busch sitzen. Ne, ähm, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Und deshalb haben wir gesagt, ähm, wir schauen, dass wir vielleicht ne Lösung finden. Und dass wir, ähm, das so machen, dass wir den Krieg irgendwie beenden können. Und dann zahlen beide Seiten einen Betrag. Diesen, ich sag mal unter anderem schon Verlierervertrag. Weil es gibt ja dann keinen Verlierer, wenn wir uns da einigen. Und, äh, das Geld geht dann ans AMR und ans FD. Als Spende. Aha. Wenn die die ganze Zeit mit uns überlastet waren. Äh, genau, genau. Das, äh, wäre der Plan jetzt eigentlich von unserer Seite. Also die Frage ist, ob das Kartell das auch machen möchte. Die werden dumm, wenn sie es nicht tun. Ja, ich sag mal, ich weiß halt nicht, wie es dort aussieht, ne. Ich weiß nicht, ob die Motorfahrer kommt. Ja, was sollen sie machen? Wir sind hier im Busch. Die chillen hier einfach. Wenn der fragt, was die hier machen sollen, wir machen grad nen Buschausflug. Ich, ich kann hier eh nicht raus. Ich steh auf der Fahndung. Oh, ach so, ihr Don, passt eh. Der war ja was. Der Cop, der mich auf die Fahndung gesetzt hat, der war ein bisschen mad auf mich. Ach so. Ja, passiert. Ich hab aber die Cops deswegen random verfolgt, ne. Ja. Ich ziehe mal meine Maske raus. Man hat sich unsere Motorradtour beerledigt für heute, würde ich sagen. Ne, warum? Ich weiß gar nicht, wer da ist. Der ist doch scheißegal, oder? Okay. Ich lass mir jetzt nicht die Motorradtour verhauen, nur weil das Kartell da ist. Busch, ja weh. Schau, wie die Polizei guckt, was da los ist. Guck. Und wir chillen ein bisschen. Ich feier's. Wir sind grad einfach zu 10 im Busch drin. Ah ne, ich hab ja jetzt kommt. Guck, guck. Ist der ausgestiegen? Ja, jetzt kommt der, glaub ich. Der ist unterwegs und der Officer, was grad da steht, war der von der Verfolgung. Ach, der war bei der Verfolgung dabei. Ja gut, dann soll ich mich mal hochkretschen? Ich kann eigentlich rausgehen, oder? Ja, ja, ich geh mal hoch. Nur nicht, dass er jetzt Angst bekommt. Guten Tag. Ja, zeig mir auf den Tag, ich könnte mir schon schreiben, ja? Oh, hoi. Ja, verscheid mit unserem Namen. Hallo. Die Verletzten am besten bitte hinsetzen dann. Ich liege im Busch, ich hab ne illegale Langwaffe dabei. Bzw. aufm Rücken? Oh, ich kann ja mal eine Maske ausziehen. Vince, ich lieg auch noch im Busch. Hallo. Wurde jemand von uns angefahren, falls Sie fragen, was da los ist. Ja. Haben Sie es mitbekommen? Ja, hab ich mitbekommen schon. Ja, der ist da abgebogen und dann, ja. Oh, Ball spielen. Oh, Ball spielen. Igor, komm mal bitte links an den Busch von dir. Du hast genau was du durfst. Ui. Oh, nicht aufs Polizeiauto. Oh Gott. Oh, Opola. Hä? 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 Hui. Falsch spielen. Aufs Polizeiauto. Guck. Die Scheibe kaputt. Ich war es nicht. Ich war es nicht, Leute. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Guck. Der sinkt einfach. Einmal der sinkt davon. Es sind zwei. Ach, ne zu geil. Ah, deshalb liebe ich solche Ausflüge. Was sind so lustige Sachen. Ja, bei dir steht er noch. Bei mir ist er runtergeholt. Guck, wer die Sachen aus der Box holt. Guck. Da war ich ein Foto von. Ein privates Foto für mich. Da bin ich bei. Da bin ich bei. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Mal gucken. Kann ich das Foto als Hintergrundbild machen? Äh, das werde ich mal gucken. Äh, das werde ich mal gucken. Ja! Oh ne, ich brauche ihn mittig. Nein, ich brauche ihn mittig. Was sagst du? Ach nein, ich brauche ihn mittig. Hast du gerade Zeit? Oh, das ist schlecht. Was brauchst du? Habe ich ihn vielleicht hier als Hintergrundbild setzen? Nein, ich brauche ihn mittig. Links oder rechts? Ne, links brauche ich ihn glaube ich. Sorry. Äh, East Highway, Mark. Ja. Sollte aber in den Hauptstadtbar rufen für die zwei Bikes. Äh, ja, ich weiß nicht. Sind die Totalschaden? Ja, ne, aber ich glaube nicht, dass wir noch weiter fahren können. Sie kommen auf die Farben. Also, findest du? Ich seh jetzt nicht mal, welches Bike da beschädigt wurde. Welches war's denn? Ja, aber unsere Leute könnten nicht mehr weiter fahren. Wahrscheinlich, weil die werden nicht zu meinen Socials kommen. Ja, oder sie rufen's halt hier ab. Das können sie auch machen. Wollen wir's hier abstellen? Irgendwo? Leute, sollen wir die Bikes da stehen lassen von euch oder abschleppen lassen? Ja, keine Ahnung. Frag doch die Bike, ob ihr bei denen die Garage stehen könnt. Oder so. Ich glaube nicht, dass die Bikes noch fahren können sonderlich. Ja, dann lassen wir's hier abschleppen. Wenn man jetzt links so ein Foto macht. Mit dem Herrn hier. Dann kann ich das, glaube ich, so abspeichern, ne? Vielleicht lässt der Mechaniker da noch kurz zwei Minuten über mein Bike drüber zu gucken. Ob man das reparieren muss. Ich glaube, dann kann ich mir das abspeichern, ne? Als Hintergrundbild. Ah, nicht ganz. Typisch U-Reinkommen. Ich muss, ich muss gucken, wie ich den abspeichern muss. Ich muss so. Und dann hier, wo das RLO, äh, Hood anfängt. Ab hier müsst's dann gehen, ne? Mal schauen, ob das hinhaut. Wie sind eure beiden Namen? Hä? Von mir? Ich verstehe gerade gar nicht, wie das funktionieren soll. Warte ich hier das Hintergrund setzen? Ja. Hier sind wir anpassend, ey. Was sind da irgendwas setzen? Ne, der geht links rüber. Also ich muss schon links das Foto machen. Ich glaub zumindest solltest du verbleiben, weil der steht ja auf der Fahndung. Ja, jetzt krieg Freddy's Ohr. Ich muss, ich muss irgendwie schauen, dass ich den links ins Bild bekomm. Schauen wir mal. Ja, und Ramby hat die langen Waffen aus dem Rücken. Und jetzt hier so links im Bild drin ist? Ja, er hat ne Muskete auf dem Rücken und die darf der hier führen. Linker geht's nicht. Mit Waffenschein? Mit Waffenschein? Ja. Die Frage ist, ob er einen hat. Ja. Ja, so geht. Ich glaub, Ramby hat einen Waffenschein an. Das Hintergrundbild. Ein Kopf, der grad ins Polizei-Tablet guckt. Das ist doch schön. Ja doch, ich muss ganz links rüber und ein bisschen weg zoomen. Dann geht das. Dann kann ich das als Hintergrund nehmen. Servus Jimmy. Schon cool. Gut, ich setz aber ein anderes Hintergrundbild. Wie kann ich das hier machen? Einstellungen? Allgemein? Ne. Hallo, wie kann ich mein Hintergrundbild? Ach, ne bitte nicht. Perfekt, danke, tschüssi. Ein Jodis-Sign? Ah, hier. Ja, Moin, der hat's aber auch wieder. Hat's aber auch wieder hinbekommen, ne? Der Dude da vorne. Ne, ich möcht' das Normale. Das Ding hat's mal einer, die soll ne Sperrzone errichten. Ah, hier. Anzeigehelligkeit, ne? Hintergrund. Ah, da sind sie. Warum? Ah, das sind die normalen Standarddinge. Weil die Ureinwohner durchdrehen. So, perfekt. Schade. Ich hätte einen Polizisten, der da hier sein Hütchen aufgestellt hätte. Oh, der tut sie wieder abbauen. Och, ne bitte. Das muss ich aber schnell machen. Das muss ich aber schnell machen. Schnell, 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 schnell. Oh, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Warum rennst du weg? Nein! Ne. Oh, ne. Ich hätt' Zugang gehabt mit dem Hütchen drauf. Egal. Egal. War auch geiles Auto. Geiler Sound, ne? Ich will weiter Ball spielen. Ich spiel' dich wieder da. Ich spiel' ein bisschen Ball. Schau' mal, ob ich den hier hoch bekomme in der Zwischenzeit. Weißt du, Bikertour ist schon geil angefangen. Der erste fällt auf die Fresse. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Okay, das ist glaube ich nicht mein. Ist das mein Ball? Ne. Wo ist denn mein Ball hin? Wo ist denn mein Ball hin? Mein Balli! Mein Ball ist weg. Das ist dein Ball kaputt, ja. Okay, kann ich mir anschieben. Den auch nicht. Keine Ahnung, wo mein Ball hin ist. Das ist weg. Schön. Geh wie? Ja. Sehr schön. Du musst mit dem Straßenwagen kommen. Ja, da könntest du, ich glaube du könntest das sogar schaffen mit dem Straßenwagen. Hier kurz rüber zu kommen. Oli aus Lübeck 1 zu 7. Heute dein erstes Video geguckt. Top Entwicklung. Dankeschön. Freut mich. Das erste Video geguckt. Lamenti. Hexion, kennst du mich noch? Dich kenn' ich noch natürlich. Bin wieder da. Was hab' ich verpasst? Hatte einen sehr stressigen Tag. Und dein Ziel ist noch ein schönes Tagesende. Kuss. Ja? Wer ist denn das da drüben? Biker. Was macht der denn? Äh, der steht nur da und beobachtet uns. Okay. Schau drüber. Achso. Kann ich hier mal sagen, dass sein Kollege uns einfach gefahren hat? Ja. Also anscheinend, wenn er da drin gesessen hat, weil die dieselben Farben haben. Ja. Die Biker im Auto müssen zusammenfahren. Biker im Auto fahren. Weißt du? Das lustige ist. Die Biker, die mit dem Auto unterwegs sind, fahren Biker zusammen. Die eigentlich sonst immer mit dem Auto fahren. Also es ist... Versteht ihr was ich meine? Seid irgendwie komisch. Ja und ist RicoXD. Danke fürs VIP werden. Ähm, MrTobiLP auf dem tollen Stream. Ach ja, kennst du mich noch? MrTobiLP sagt mir grad nichts, aber Kuss geht raus. Dankeschön. Oh, Jeff, die kann ich nicht vorlesen, aber Dankeschön, Jeff für 5 Euro. Rudi, der... Ab und ich danke immer für 3 Euro. Jeff und Rudi sind noch VIP geworden. Colin, moin, was geht alles, was beinahe hat? Was hast du verpasst? Alles. Dakaki, Andi. Viel Spaß heute. Kennst du mich noch? Flos, Flöhe. Natürlich. So, Toast. Ciao, danke für 2 Euro. In Finn grüße ich. Gesundes rechtes Ohr. Bin wieder da, kennst du dich noch? Gesundes rechtes Ohr kenn ich natürlich. Loose Gaming, dann fürs VIP werden. Marcel Nidenhuber. Ne, Niederhuber. Niederhuber. Danke für den Euro. Vielen Dank. Michelle Wenz haut raus für 4 Euro. Auf einen spannenden Stream. Dankeschön. Fabian Unhab, danke für 1 Euro. 7 Cent. Rico XC, danke für 5 Euro. Ich lese jetzt schnell alles vor. Jetzt geht die Tour gleich weiter. Martin Ruprecht, danke für 5 Euro. Siff, endlich vielen Dank für 1 Euro. 7 Cent. Von die Biker. Und der will sich aber dann bei uns persönlich entschuldigen. VLM Yoko, einen guten Abend dann allein zu 7. Ebenfalls einen guten Abend zurück. Oli aus Lübeck. Moin, das mit Spendern am Ende ist gut. Finde ich auch. Jetzt müssen sie auch wieder anfangen mit uns. Aber dieses Mal können wir wirklich nichts dafür. Shadow 4, Moin, ihr Wuppels. Wie geht's? Schönen Abend, uns geht's gut. Ich hoffe, die App-Shadow. Danke. Ähm. Wackener Lump. Ich finde es gut, dass Rehkits Rehkits heißt. Naja. Und Menschen, die Obst entsteinen, haben Kernkompetenz. Das ist gut. Grüß die YouTuber, herzlich. Grüß. Adler Lump. Hab wieder was gefunden. Oh, wie übel. Oh, Sunny 1 zu 7. Bald einfach 42 Monate VIP. Hab noch einen schönen Abend. Alter, das ist echt schon lang. Die, die beiden da. Guten Tag. Äh, okay. Ich sehe jetzt die Kalt sitzen. Genau vor mir sitzen sie. Ja, die selber bitte mal aufstehen. Vielleicht sehe sie grad nicht. Ich höre sie auch nicht. Ah, jetzt. Okay. Gut, passt. Dankeschön. Du, Katz, schon mal die Trage will. Ich freue mich, willkommen, Marc. Komm näher rein. War der Ben von die Balkar. Mhm. Der will sich dann persönlich bei uns entschuldigen. Boah, ist okay. Ist passiert. Ist doch. Ja. Alles gut, ja. Passt. Aber immerhin schön, dass der sich entschuldigen will. Okay, einer darf sich dann... Ja, das war der Grund, warum sie das... ...wird bei mir mitgehen. Und der andere geht beim Kollegen. Der hält mit. Die andere will uns. Darf einer mitkommen auch immer auf die Trage sich draufsetzen. So, Toast. Die Joke-Grenfe zu eurem heute Morgen. Moin. Find der Allerechte. Was macht der Pirate am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Ja, dann können wir ihn einmal zur Seite schieben. Wir gehen ein bisschen weiter hinten aus dem Menschenmassen. Lara. Dankeschön, Lara. Stink nochmal für 1,30. Yamase, Yamase auch dabei. Jo, bin auch wieder dabei. Habe heute Geburtstag. Auf und gut finden. Alles Gute. An Yamase, Yamase. Ich geh da ein bisschen weg. Will hier nicht so stören. Was ist der Sound da für Spende? Schlaf gut. Okay. Ja. Was ist der? Ja. 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 100 euren shop gelassen dankeschön wiege in die wiegler dann wird auch 100 euren shop aus ehrenhaft soll ich da alles vorgelesen was ging alles ich habe alles vorgelesen leute zu dem motor dank für zip sein seit 16 monaten stone man um die gc wir warten gerade bis jetzt weitergehen kann und joel kannst du vielleicht reddosh als getränk in den shop machen würde bestimmt besser ich setze mich mal drauf zur sicherheit dann ist das ganz links und das ganz rechts jetzt geht es ja gleich weiter leute jetzt konnte ich jetzt konnte ich diese zeit schön nutzen um ein bisschen was vorzulesen kurzer hat sich der 500 euro immer anderen doppelt jemand anderen doppelt bitte jemand anderen doppelt storm and um die geht es darum bin sehr gut ich hoffe die auch mein lieber mal am stiesel sound pack dies warum heute nicht nicht wichtig sie für nbk danke für jetzt könnte ich ein bild machen wie das abbaut theoretisch aber weißt du unser ziel wäre direkt hier vorne gewesen das ist traurig dass es so weit gekommen ist dass hier zwei leute einmal umgeleitet und hatten der andere scheinwerfer als ich bin ich blöd guck mal da eine scheinwerfer textur drauf ich nicht weiß nicht was ich für anders gemacht habe vielleicht scheibentönung oder sowas ich meine was weiß ich schon oder ich weiß auch nicht oder das ding hat lackierungen echt jetzt das wusste ich gar nicht dass das den lackierung hat deshalb hat er da eine rote schrift ich dachte schon wo kommt die rote schrift ja moin heftig auch wir finden eine lösung das ist mir noch samuel kenne ich noch kusgetreiber ist wir warten immer noch hier an der kreuzung wir können immer langsam wieder aufbrechen ja also wie gesagt unsere verletzten sind versorgt die hat abschleitbar die beiden laden die bikes gerade auf also wir könnten theoretisch weiter fahren ja dann aufsatteln bikerbau oder ja erstmal bikerbau vorbei schon ja ah mein alter homelind auch da was macht homelind da weg grüß euch ich glaube bei der bikerbau brennts oder so wie hat neben dem projekt hallo 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 illiter summer besuch ist da hat sie gebrannt ähh ne der hat sie der steckt irgendwie da vorne im auto fest der kopf oh und ist durch nagelbänder gefahren oh ja Und ihr macht gerade eine schöne Bike-Ausfahrt? Jaja, wir machen gerade eine Tour, wir schauen gerade ein bisschen durch. Schicke Maschinen. Ja. Und chic, ne? Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Aber ihr habt eh gesagt, wir machen einen Biker-Club gleich aufnehmen auf euch. Das ist so weiter mit den Bikes. Es ist halt schon wieder so spannend. Ja, warum? Keine Ahnung, wenn ihr einfach so umfahren könnt oder habt ihr alles mittlerweile abaktagelegt? Naja, also ist so, die sind ja gerade noch schon unterwegs, aber wir haben sie schon vorhin gesehen. Aber ja, wir schauen, dass wir da eine Lösung finden, vielleicht mal. Achso, okay. Naja, aber derzeit ist noch keine Waffenstille, also kann jederzeit passieren. Mhm. Moin. Der Kiesel ist schön. Ben, bist du das? Ich renne zurück. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, das war nicht mein Plan. Hä, wo ist Ben? Ich pack hier nicht auf der Straße. Ich seh' lustig aus, ich weiß, aber irgendwie muss ich aufpassen. Das kann ich auch ein bisschen so sehen, aber... Das geht gar nicht. Definitiv. Die 80er aus den Grüßenbänden. Echt? Das ist die Sounder, wir springen nicht. So, da hast du dann zu verkommen. Ich muss an der Hand sein, der und so... Alter Schwede. Das musst du, äh, uns nicht so sagen, jetzt grad nicht... Ich denk wohl Mülleimer. Die sind grad nicht da, die sind jetzt grad... Äh, ich suche ein paar Mülleimer. Oh, scheiße. Also, äh... Nee, der Grüne funktioniert nicht. Alter, da hinten ist doch ein Blauer, oder? Vielleicht... Ja, da hinten ist einer. Ja, gut, das war einfach ziemlich unglücklich, sag mal. Ja, doch, ist grün, ja. Ja. Wo seid ihr gerade alle? Aktuell soll ich bikeern. Was hoch, ihr da? Ich muss mit Nostwerk hauen, ich hab zu viel dabei, das gehört nicht mehr. Ich rüst mich aus, dann komm ich auch hoch. Och, jetzt... Oh, da hinten ist einer. Nee, doch nicht. Ah, nee, ach komm, leco. Leco mia, de la popo. Keine Mülleimer weit und breit. Tödlich geworden. Genau, tödlich. Ich kann das so nicht ernst nehmen, ne? Boah, ich tank das Ding mal voll. Ne, ne. Ajo, fresh Ben. Alles gut. Ups. Ein Kratzer Ben. Erstmal Kratzer im BB machen, wer kennt's nicht? Ich betank das Ding mal, egal, so nett wie ich bin. Mein Rost ohne Witz, ein Energy Drink, Red Dorsch im Shop will Paletten kaufen. Ja, dann heißt es wieder, ja schau mal, der bewirbt Energy Drinks, weil es ja so ungesund ist. Picapo, aber ich selber trinke es ja auch. Aber ich weiß, dass Energy Drinks on Mass halt nicht so gerade das gesundeste ist. Dann kriegst du wieder gegen den Kopf geworfen, ja der wirbt für Energies. Ich habe ja schon Anfragen bekommen von so Booster, Gaming Booster, habe ich alles abgelehnt. Aufgrund dessen, weil diese Leute, die das immer bewerben, immer so ein bisschen, ich sag mal, kritisiert werden, dass sie es bewerben. Weißt du halt, so Gaming Booster ist ja auch Koffein und so drin und das ist halt nicht auch on Mass gesund, sagt man. Dann soll man es auch nicht bewerben. Gut, ich bin jetzt jemand, ich weiß, dass es nicht gesund ist und ich trinke es halt trotzdem. Ist halt immer die Frage, ob man dann sowas überhaupt anbieten soll im Shop. Ich meine, ich von meiner Seite aus würde das gerne machen, also nicht das Problem. Dann kriegst du wieder alles vorgeworfen so, ja, du bewerbst doch Gaming Booster, du bewerbst dir Energy Drinks, das ist alles ungesund, schlechtes Vorbild. Aber ja. Ich sag so, die Masse macht das Gift, sag ich immer, wenn du dir mal einen Energy Drink reinballerst, am Tag ist das nichts Schlimmes, finde ich. Problem ist immer die Masse, die du dir reinballerst und bei Gaming Booster ist immer das Problem, da kannst du dir halt mit einem Gaming Booster deinen ganzen Bedarf an Koffein reinballern oder sogar mehr, wenn du das falsch reinschüttest. Ist halt immer die Sache, ne? Der Marsch ist richtiger Tarnungskünstler. Ja, das ist halt immer die Frage, will man sowas bewerben? Ist halt die Frage, ne? Glaubst du, glaubst du er kennt Ben so? Weiß ich nicht. Ich werde bis heute nicht verstehen, warum zum Beispiel Olympia mit McDonalds zusammen auch geworben hat so. Also so Sportler mit McDonalds, das verstehe ich bis heute. Oder Nutella. Die ganzen Fußballer, die Nutella beworben. Verstehe ich? Der Zusammenhang einfach. Ich bin Fußballer und jetzt schwingen wir erstmal fett Nutella aufs Brot, weil das so gesund ist. So auf die Art und Weise. Wisst ihr was ich meine? Ich hatte so Migräne. Hat immer so einen faden Beigeschmack. Also nicht nur Nutella, nur die Werbung. Die Supersporter Nutella essen. So, ähm. Tatsache. Schöne Grüße aus Luxemburg. Bist du best? Dankeschön. Grüß zurück. Also Cops sind gerade beschäftigt. Block out. Block out. Block out. Block out. Habt ihr was zum trinken da? Ja. Was willst du haben? Ich hätte gerne ein Bierchen, würde ich mal erst rein zischen. Jo alles klar, ich geh dir gerade eins hin in der Bar holen. Oh, danke. Ja, aber das ist immer vom Motorrad fahren immer ein Bierchen rein. Das ist äh. Ja, das ist gerade recht der Mann. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Ach, ein Bier geht ja immer. Ach sowieso. Ein Bier vorher, ein Bier währenddessen, ein Bier nachher. Das schlage ich auch nach dem dritten Kasten. Montes alt bekanntes Nutella Brot. Montes Nutella Brot ist doch mit ein Kilo Nutella beschmiert. Vor allem wenn man durch sein eigenes Nagelband fährt. Das ist irgendwie andere Leistung. Oder durch irgendein Nagelband fährt. Es bleibt der Montes. Ich bitte eins halt, reicht. Alles klar. Das ist der Vito Van, der in Richtung Sandy geht. Oh, bitteschön. Lass dich schmecken. Dankeschön. Sonst soll wer in der Runde hier ein Bier? Ich hab noch ein paar. Wurmgewärmtes Bier. Boah. Bist du sicher, dass das Bier ist? Das ist Bier, ja. Das weiß niemand. Ich bin nach einem Bier immer dicht. Guck. Hast du noch ein Bier gerade? Ja klar. Hast du ein gutes Pisswasser dabei? Oder weg ist es? Das sollte ein Corona sein. Das sollte ein Corona sein. Ob da immer noch oder ist der woanders mitgefahren? Richard? Bitte? Ich gehöre mal gerade an dir. Ich war mit dem Hütchen ganz genau, ne? Wenn das ein grüner ist, ist alles gut. Dann stand der hier auch schon zum Platz. Ja. Der Kauksi-Sau-2-Abendzirn könnte immer wieder ihr Fahrzeug einführen. Das könnt ihr gedacht sein. Ich wüsste halt nicht, was die in den USA machen sollen dann. Aber jo. Ein Trabi. Das ist eben Schmidt. Grüße. Das hast du mir noch vorgelesen. Das ist das Auto für Spinde. Und dann kann ich mir meine Freude in dein Herzdrehen bekommen. Wir sind elf Monate zusammen. Kriegst ein Herz in Chat. Lass alle ein Herz in Chat da. Alle mal ein Herz in Chat da lassen. Ich hab mir aber nix draus gemacht. Ich bin einfach ganz mal mit 100. Selly-Sun, na du, alles klar. Bei dir kennst du mich noch? Selly-Sun kenn ich noch? Jawohl. Bus geht raus. Alles klaro. Dann dachte ich mir so, um, fahr ich mal schneller. Da Flo Gaming, danke für n Euro auch. Danke. War eine Motorräder. Und ich dachte mir so, hm, schwierig. Wie nennt man einen intelligenten Menschen in Österreich? Tourist. Warum werde ich jetzt hier geflamed, Alter? Ja, danach waren sie hinter mir. Aber ich... Ach. Es wäre lange Knast geworden. Ich wollte eigentlich anhalten und mich dann entschuldigen, aber... Nur dazu wär's nicht gekommen, dann hätte mich... Sif, NBK, danke auch nochmal für deinen Boni. Äh, it's Keks Cookie. Findet den Kalender viel zu schade zum Aufmachen. Ey, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr den Kalender kauft und ihr wollt die Schoki trotzdem haben, ne? Und ihr wollt ihn nicht aufmachen, geb ich euch nen Tipp. Für die, die sich den Kalender dann irgendwo hinstellen wollen. Ihr könnt ja oben diese Lasche aufmachen am Kalender. Also den so wie nen Karton auspacken. Dann oben die Schoko rausziehen und dann das wieder reintun und wieder zumachen. Dann ist die Schoko draußen, die könnt ihr dann essen. Und der Kalender ist halt immer noch schön. Ist halt nicht nur im Zweck eines Adventskalenders. Weil du ja Türchen für Türchen aufmachen solltest. Aber so kannst du dann immer noch den Kalender an sich so behalten. Das ist ja noch gleich wie original aussieht, nur ohne Schoko drin. Ist so ein kleiner Tipp, falls du das Design so behalten möchtest. Musst halt oben dann wieder zukleben, ne? Aber dann sieht das auch gut aus. Und dann kommen auch keine Ameisen oder so, wenn du irgendwo mal Schoko liegen lässt. Oder? Dann ist da für 10 Jahre Schokolade drin. Einmal dann Sonne stehen lassen, schmilzt der ganze Adventskalender weg. Kannst du die ganze Zeit die Fliegen aufessen? Hab ich das auch schon gesagt. Dann hast du mir gesagt, ja, kommt doch am Helm. Ne, Helm ist unterquem. Weinst du so ein Scheißhelm, der dir die ganze Kopfhaut schwitzen lässt? Danke, nein. Perfekt. Meine Glatzer bleibt trocken. Ja. Meinst du so nicht glänzen? Ich bin am Ausch. Ja doch, aber wenn es schweißig wird, dann ist das Glanzpolier mitgeweckt, ne? Das ist halt das Eklige dabei. Gut, dann kommst du erstmal nicht. Check. 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 Du heiliger Operkot, das ist das Opa. Moin. Wardo. Was ist das? Geht's hier? Alles gut. Ich hab da grad jemanden mit ganz anderen Augen gesehen. Heilige Mutter, konnte es erst das sein? Ich dachte klar, so ein Junge steht neben mir. Oh, perfekt. Ohi. Ah, wunderbar. Ey, pass auf, gleich, gleichfertig die Menschenmenge rein. Pass auf. Oh, zurück. Ich steh schon mal weg. Ja, ich auch. Ich hab das Gefühl, dass der gleich in uns reinfahren wird. Ich hab das Gefühl, dass hier gleich ganz andere Dinge passieren wird. Ja, ne? Seh ich auch so. Free Parking. Ich wusste gar nicht, dass ihr ein Schild habt, wo Free Parking draufsteht. Aber Park at your own risk steht. Aber Free Parking hier überall anscheinend. Stimmt das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehen muss, kann ich hier einfach parken. Oh, das würde ein Feuerball geben. Ja, aber wenn der Zahnarzt in der Stadt ist, dann hast du einen langen Weg zu laufen. Ja, stimmt, ja. Feuerball? Manchmal sogar mit Freibier. Ja, Freibier. Ich brauch jetzt echt irgendwo Mülleimer. Ich hab so viel Scheiße dabei, ich loswerden muss. Weil dann irgendwo vorbeifahren. Ich weiß gar nicht, vielleicht ins Handypark, was auch können immer sein. Ja, ja. Wir werden jetzt eh Handy hochfahren. Wir fahren dann mal mit dem Kartell vorbei. Und dann fahren wir nochmal auf den Chilert, schätze ich mal. Gibt's doch den Feuerwehrmann. Der nimmt es bestimmt. Der ist reingefahren und gegen die Wand geklatscht. Hat da mehr Kopfweh? Der Pan. Bitte. Kommen Sie mal mit. Die KB, danke für den Euro. Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt wieder unauffällig. Ich bin die ganze Zeit, ne? Es wird eh vorbei. Da wird jemand poliert. Ekeken, danke für den Euro. Tobi mit einen Euro. Ekeken, das ist echt cool. Dankeschön. Servus bin auch wieder da. Katja versteckt, sie fand sie sieben. Was nen Name. Ekeken, kannst du Joel? Bord me. Mach den Abmuster. Stimmt schon. Tobi, danke für den Zini. Vielen, vielen Dank. Ja, ich, El-Hub. Endgamer, Spende 2 bin fast fertig mit der Arbeit. Kann ich in das Team in Ruhe schauen? Das ist doch schon die dritte. Glaub ich. Schon die dritte. Ja, wir schauen, dass wir gleich losfallen. ich muss meine Sachen loswerden und dann können wir wieder abdrehen weil ich müsste meine Sachen loswerden. Dann fahren wir mal los. Ja wir fahren dann mal. Ich muss meine Sachen wegkriegen und dann fahren wir los. Jawohl, eh verschiedene Abends. Ja wenn ich gerade deinen Glatze polieren dann gehst du wieder. Wir sind einfach mehr Biker gerade als die. Alter. Ach ja Hobbs hat schon die neuen Marshall Skins angegangen. Die Leute die sich gerade fragen wo wir letztes Mal abgestimmt haben, dass die nicht so schön aussehen. Hobbs hat ja die schon angefertigt jetzt. Sehen echt gut aus. Werdet ihr staunen wie geil die aussehen, die neuen Skins. Fangen wir mal los, wenn wir den Stuff los die ich dabei habe. Sandi Parkplätze da gemeint, kann ich fahren. Ach da habe ich schon mal gewesen. Naja geil. Notfall war jetzt jetzt wo Müll am ist. Was ist? Ja, es liegt wieder einer von uns. Okay. Na ja meint es geht, keine Ahnung. Ich suche gerade einen blauen Mülleimer, nicht wundern. Ich suche gerade einen blauen Mülleimer, nicht wundern. Na die Aksel. Sandy Parkplatz aber wir fahren jetzt wieder Richtung, Richtung Shop dort in Sandy. So, wo war jetzt das Ding? Da muss doch hier irgendwo. Hier war doch irgendein Mülleimer, ne? Noch kreis gesehen. Ah, hier ist er. Hab den Müller einmal gefunden. Ich hoffe das ist der. Da muss nämlich die Genossflaschen loswerden. Die sind noch vor dem Admin Stream. Passt. Äh, ja. Passt perfekt. Gut, da hatte ich mal gesagt wir fahren wir Richtung Partail hoch und dann fahren wir Richtung, ähm, ich nehm mal ein Chillertuch. Du willst den Manchaliert mit den Dingern hoch? Das ist ja die Challenge. Wir könnten auch einen Fallschirmausflug machen, wer drauf Bock hat. Wenn so einige im Krankenhaus landen, das sag ich jetzt schon. Ja. Wo ist genau euer Standort jetzt gerade? Kleidungslohn beim SG. Jo, wir kommen. Dann warten wir da mal ne Runde. Er fährt einfach ruhend an. Na du? Na? Du kleiner Flauschi. Nicht weggehen. Na du kleiner Flauschi. Jetzt weg ist er. Na du? Na? Ja, wer ist ein guter Hund? Ja, wer ist ein guter? Ja, wer ist ein super Hund? Ja, ist so ein guter kleiner Hund. Er schnüffelt gerade an deinem Popo. Hast du was mit dem Popo drin? Nein, an meinem Bike. Nein, am Popo. Ich seh das doch. Ja, ich hab Hundefutter dabei. Ihr Futter. Im Popo oder was? Ja, in der Gesäßtasche. Achso. Ich hab Futter am Arsch. Wer ist ein Feini? Wer ist ein Feini? Das ist ein richtiger Feini. Der passt ja auf. Der ist richtig süß. Mh. Echt, dann gib mir mal ein bisschen Fressen. Ich hab... Habe ich euch noch Hundefutter dabei? Nee. Schade. Die haben sie es gegeben. Hi. Sind wir wieder alle, ne? Ja. Was? Wir fahren beim Kartell vorbei und dann auf Mount Gilead. Vielleicht... Ich weiß nicht, wie sieht es aus. Haben wir alle Fallschirme dabei? Ich nämlich nicht. Ja, ihr schon. Ich nicht. Müssen wir sonst vielleicht... Hund, steige auf. Ich weiß nicht, wollen wir das machen mit Fallschirmen? Oder ist das dumm? Ich würd's cool finden. Dann, äh... Kaufen wir das schwer Fallschirme ein. Ja. Boah! Alter! Habt ihr's grad gesehen? Ich hab... Hat das grad... Hat das grad... Hat das grad... Ich hab die High Speed, was grad vorbei ist. Hast du nicht gesehen? Die hätten dir fast den Motorrad mitgenommen jetzt gerade. Alter, war das schnell. Das war ja, äh... Lichtgeschwindigkeit gefühlt. Ich spinn doch. Alter. Dann stell doch vor, wir wären da grad rausgefahren. Ja, das wär's tot gewesen für uns alle. Ich hab allgemein nichts. Ja, ich kann hier... Dann fahren wir noch zum Walmart. Gehen mal ein bisschen einkaufen. Falsche. Und dann fahren wir rauf auf Mont Chiliad. Hier oben. Mach mal. Und dann schauen wir, was hier oben machen. Ja, da waren wir beim Kartell vorbei, oder? Ja, natürlich. Ah ja, stimmt. Zuerst Dings holen, dann Kartell und dann mal ein Chiliad. Jo. Lustig. Ich hab das wieder durchfetzt. Uiuiui. Dann los geht's, wir fahren erstmal zum Walmart. Oh, uiuiui. Geht's nicht zum Kartell andersrum? Ne, wir fanden's erst Walmart. Wir wären da nicht eh vorbei, wenn wir's im Spiel dach wollen. Äh, ne. Wir fahren ja dann anders. Ach so. Hast du wieder einer gemault? Aufpassen. Alles gut? Ja. Wir fahren zwei Meter weg und es liegt schon wieder jemand. Ich weiß jetzt, warum die Biker keine Bikes fahren, weil es immer einen gibt, der sich hinsemmelt. Es gibt immer einen. Es gibt immer einen, oder? Immer. Einen gibt es immer. Ich fahr nochmal zurück. Mal wahr und blinkern. Aber einer semmelt sich immer hin. Soll ich vielleicht langsamer fahren? Vielleicht mit Tempomat 80 oder so. Ich würde auch verschlagen, vielleicht Tempomat, dann haben wir weniger. Ja, ich mach einen 100er Tempomaten. Also machen wir 130, das reicht auch. Ein Legzimmer. Ich weiß, Leute, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, wir fahren mitten auf der Straße. Es ist viel Platz. Gut, ein Kopfloser fährt mal hinher, aber trotzdem. Geht es ihm jetzt gut, oder müssen wir wieder Krankenwagen rufen? Ich glaube, wir brauchen einen Krankenwagen. Oh je. Also wenn das so weiter geht, brauchen wir noch 5 Stunden bis auf Motilat sind. Aber jetzt wie ich Tempomat 100 oder so machen wir jetzt dann gleich. 100 oder 130? Oh ne, mein Bike. Oh ne. Am Ende fallen noch welche von Motilat. Oh, ich wollte mein Bike vorher einparken. 15.000 Dollar. Obwohl nichts dran ist. Ja, ist ein Plak zu kasten. Wichtig und richtig. Wup, 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 wup. Das ist der Sound auf der Spende. Eie. Ja, am Ende kommt keiner an. Das ist schon, du kannst mit dem Bike. Okay. Haben Sie irgendwie Schmerzen am Brustkorbbereich? Irgendwas? Oder an der Wirbelsäule? Nee, jetzt nicht direkt, habe ich gesagt. Ach, der wurde mitgenommen? Ja, ja. Über das Auto gesteppert. Ah, kacke. Ja, muss da auch wieder passieren. Also das, liebe Leute, das soll der Bikeausflug sein. Wir stehen schon das dritte Mal, wenn jemand auf die Fresse fällt. Das kann's doch nicht sein. Statt einem Energy Drink einen eigenen Red Dorsch oder 1 zu 7 Eistee oder ähnliches wäre beste Werbung. Aber Eistee bringt ja jeder auch raus, ne? Diese ganzen Eistees, die es derzeit gibt. Ich finde, da gibt es auch nichts mehr Neues. Das ist doch Neues entwickeln, so. Weil wenn, dann musst du schon was Eigenes entwickeln, so vom Geschmack her. Aber Eistee irgendwie, jeder Rapper bringt irgendwie ein Eistee raus. Ist das schon mal aufgefallen? Was alles für Eistees schon mittlerweile gibt? Von irgendwelchen Rappern? Ja, hab ich auch schon gesehen. Genug. Die mediterrane Nudelpfanne. Andl hat im letzten Stream sich verraten, dass der Pagani F3 0 erscheinen wird. Leak, thanks Andl. Hä, das ist aber, das ist aber ja kein, äh, Leak oder so. Die, die zwei Autos, die, die Leute gewonnen haben auf, äh, RLO 2.0. Da war ja ein Pagani dabei. Und dieser Rolls Royce. Dieser SUV, die sind beide auf 3.0 normal zum Kaufen. Dann erhältlich. Auf 2.0 sind sie exklusiv für die Leute, die das gewonnen haben. Ist aber nur so ein Preview, sag ich mal. Ja, die kommen auf 3.0 über das Kauf rein. Aber das war davor schon so bestätigt von uns. Also, es ist kein richtiger Leak oder so. Seit Dienstag 40 Jahre. Grüße bitte meinen Sohn Kevin von Checky. Natürlich, den Sohn Kevin, guck mal, ja, Wolzen. Dankeschön, Checky. Und, äh, äh, einfach seit Dienstag 40 Jahre dann. Alles Gute, Nachträglich. Tobi, letzte Spende verfolge ich seit 3 Jahren. Dankeschön Tobi für 5 Euro Hündchen vor 5 Minuten. Was ist weiß und tüpfst von Baum zu Baum. Österreichischer Arzt bei der Zeckenimpfung. Ejo, klick mal hin. Alles Gute dann. Ah, hör auf. Ciao, ciao. Ach nee. So Checky und Tobi, danke für eure Drohnen. Vielen, vielen Reizdarm. Sagt man bei uns. Das sagt man so bei uns in Österreich. Jungs, wir werden immer weniger. Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch mitfahren kann oder nicht. Ah. Perfekt. Schau mal. Ich glaub der wartet. Ey, ähm, wirst du abgeholt? Äh, nö. Waut gerade kurz, bis sich der Kreislauf wieder stabilisiert. Achso, okay. Also, der kommt gerade gesagt von wegen, dass er halt später dazu mal auf dem Herr sich checken lassen soll. Das mache ich auf jeden Fall. Okay, dann machen wir das so. Wenn's ne innere Blutung ist, werden wir's eh merken am Berg oben. Perfekt. Da wird nämlich die Luft immer dünner und dünner und irgendwann brichst du zusammen. Klar. Alter, cool, am Berg oben. Super. Ne. Achso, probier mal aufstehen. Ach, wohl, geht's schon wieder. Da hab ich's. Da hab ich's. Äh, Epel. Einen Bewusstlosen. Alle mit Motorrad. Ja. Also, wenn ich auch schon voll spät darf. Ja, jetzt ist 100er Tempomat für alle, ne? Jo. Okay. Wollen wir mal zur Information, wir machen einen 100er Tempomaten rein, bitte. Danke. Auf der Autobahn 130. Wir spielen dann. Check. Check. Äh, Dolor, wo bist du dann? Hol ich dich. Wir sind im Haus. Wir sind, wo sie gelandet sind. Ich höre dich nicht. Danke. Gibt es nicht die Fallstürme, sag mal hier, ne? Fallschirm. Was kostet so ein Ding überhaupt? 2.000$ nur, ich habe es zu teuren in Erinnerung. Rasenmäher mitgenommen, perfekt. So. Gamer Mix, kennst du mich noch? Ich kenne noch einen Gamer Mix. Nein. Alles Gute in Achtung, ich danke schön. Zendiert es aber dann für 2€. Verklickt dann für 1€, danke, danke. Und Tacha! Was passiert eigentlich mit dem M3, gehaftet auf 3.0? Der bleibt immer noch private. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. So, wir haben Kartell vorbei. So, dann fahren wir alle zum Kartell. Ja, wir kommen gleich wieder hinten ran. Ich hole uns, äh, zu low vom Geländer ab und dann sind wir dabei. Jawohl. Ich mach mich auch auf den Weg. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich niedergeschossen werden, wenn wir dort vorbeifahren, oder ob die relativ friedlich sind, wenn wir friedlich sind. Mal schauen. Kannst du mich auch mehr abholen? Ich kann nicht mitnehmen, wo bist du? In meinem Haus. Leute, lasst mal Liebe da, hier. Wir sind kurz von 5.000 gleich, schubt mal rein hier. Kurz von 5.000. Leute, haut auf den Like-Button, bis er bei der Polizei bei euch anruft. Würde mich sehr freuen. Hau mal drauf hier. Hau mal drauf hier. Hau mal drauf hier. Hau mal drauf. Muss. Wir fahren mal ein Chili-Ato. Vielleicht holst du noch irgendein Geländewagen. Was hast du für ein Verliebung da vorne? Ähm, wenn ein Radfahrer vorbeikommt. Okay. Wie lange brauchst du das noch ungefähr? Das ist grad legale Geschwindigkeit hier. Ich finde das aber richtig geil, wenn man so rumcruist, ne? Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Einfach cruisen. Und Vorfahrt genommen bekommen. Genau mein Humor. Ja. Liege. Bitte? Hast du auf jeden Fall gesehen, das Haus? Ja, ja. Aber... Aber nee. Wolltest du es doch nicht mehr kaufen. Teil doch für Darko, geil, 18 Millionen. Weißt du mir, ob das hat 12 Millionen. Aber... Na ja, das ist 18, dann wollte er 14. Und dann wollte ich Kalinen plus 4 Millionen oder so. Alter. Nee. Traumparadis oder so. Bei der Marke haben wir gefragt, wie viel das gekostet hat. 10,5. Da will der so viel Geld dafür. Was geht denn bei ihm falsch? Ja Leute, jetzt geht's... ...hart auf hart. Jetzt schauen wir, ob wer da ist. Wir wollen ja heute eigentlich ne Lösung finden. Aber wenn halt keiner da ist von denen, ist das problematisch. Ich könnte es mal probieren, hier Toni anzurufen. Der abhebt. Stell mich einfach da vorne hin und ruf ihn an. Auf einmal schießen die uns einfach den Schädel weg, wenn wir davor stehen. Würde ich jetzt hart fühlen. Bei uns wieder zu keiner Einigung. Dann geht der Krieg wieder weiter. Gegen so einen Vorfall. Nee, aber es ist halt... Eigentlich ist es dumm, was wir machen. Aber ich finde es irgendwie lustig. Weil wir halt einfach komplett ungeschützt da hinfahren. Und schauen, ob wer da ist. Mit dem wir reden könnten. Oh, davon sind Radfahrer. Ich muss. Wir sind ja gerade noch in der Stadt, der uns abholen könnte. Scheiße. Na ja. At least I tried. Die Bikes scheppern schon, ne? Scheppern. Ja, sieht eher nicht so aus, wer wäre da. Ich verstecke sicher. Ja. Hätte ja sein können. Weiß schon jemand, ob irgendwer da ist von der Führung? Wurde da schon was gesagt? Na, also ich hab noch nichts gehört. Hat er gesagt, er meldet sich? Na ja, ich hab gesagt, er schickt mal SMS. Ey, soll ich jemanden anrufen? Ich hab ein paar Nummern. Ach, die haben wir alle gekauft. Ne, frag mal. Ja, aber nicht, dass er es vergisst oder so. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir ja hier. Hier. Ich könnte nochmal Toni nur einspeichern, ne? Hier ist doch noch Platz. So, das hebt er auch nicht mal ab. Schauen wir mal. Schauen wir mal Tonis Nummer. Ein Kilometer. Sorry. Das ist die hier. 13491 13491 13491 13491 13491 13491 Oh, nee. 13 13491 Da wollte ich nicht drauf. Aber danke schön, Bruder. Guck mal an. Äh, Chef? Ja? Der Maximus hat mir grad geschrieben, dich wird gleich jemand anrufen. Also, ich wollte mich grad wo anrufen. Perfekt. Weiß ich Bescheid. Dann fangen wir mal los. Auf geht's! Wie seid ihr aktuell? Äh, vorm Kartell. Okay. Wir würden sonst Richtung, äh... Warte jetzt nochmal kurz anrufen. Bist du jetzt angerufen? Ah, ja. Wir sind einfach mitten vorm Gelände. Komplett offen. Es ist keiner da. Es ist niemand da vorm Kartell. Ach, wir haben hier aber schon ein schönes Gelände hier, ne? Soll ich schon sagen. Die Weinberge. Fühl ich hart. Niki, Hexion wollte dich fragen, wann wieder die Bewerbungsphase beginnt. Ich weiß es noch nicht. Das ist, äh, je nachdem ob wir gerade Leute brauchen uns zur Bewerbung. Jetzt derzeit ist das Server, wie man sieht, relativ gefüllt. Also, ähm, da brauchen wir erstmal keine neue Phase, aber... Ich bin aus der Polizeikontrolle raus. Auf Instagram gerne vorbeibuppeln. Da kündige ich auch an, sobald Phasen sind. Auf, ähm, Discord. Auf meinem Discord-Server, der unten verlinkt ist, könnt ihr vorbeibuppeln. Da kündige ich das an. Und sonst auf YouTube kündige ich das auch an, sobald Phase offen ist. Die letzte Phase war ja, glaub ich, ein Monat offen. Das war die längste Phase ever. Deshalb haben wir ja auch jetzt so viele Spieler. Weil das echt eine lange, äh, Phase war. Also ich bin, ich muss sagen, ich will, ich will auf RLO gar nicht mehr so als 200 Spieler haben. Das 500 ist halt da, dass du halt immer einloggen kannst. Aber so 200 ist schon so das, wo ich sage, das reicht mir. 220 vielleicht. Maximal mal als, als Push so. Aber ja, ich will jetzt, ich will jetzt zum Beispiel auf RLO keine 500 Spieler draufhaben. Aber, also die Anzeige ist nur da, dass wir halt immer reinscheuen können. Wenn da jetzt 500 Spieler wären, ich glaube, das wäre mir etwas zu viel. Wir haben ja zu viel Tumult. Oh, wir haben Fake-Tanzverbot hier im, im, äh, Dings. Direkt raus. Nutzer auf Kanal ausblenden. Einfach Fake-Tanzverbot bei mir drin. Ne, äh, 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 lustiger Lache, sowas kannst du direkt rausbannen. Der hat dasselbe Bild drin, der hat, äh, den Namen exakt gleich drin. Einfach rausbannen. Weil Tanzverbot hat bei mir, ähm, sogar VIP damals gut. Ich weiß nicht, ob er noch VIP ist. Aber ich, ich verlängere dafür immer bei ihm mein Prime-Abo. Muss ich, muss ich mal gucken, ob ich noch Prime-Abo bin bei ihm. Frage, wo ich schrumpel, Gott. Ich steh vorne. Chef? Ja? Ja. John hat mich grad angerufen von den Kartellern. Mhm. Der Toni müsste bald landen. Er meldet sich dann verlässlich bei uns. Okay, passt. Äh, ich hab ihm gesagt, dass wir jetzt grad, dass wir uns gedulden sollen, hat er halt gesagt. Ja, passt, machen wir so. Ziehen wir so durch. Ja, passt. Jawohl. Informativ an alle. Äh, wir haben jetzt grad mit einem vom Kartell geredet. Ja, der Toni müsste bald landen. Speed zu dem Gespräch. Haben wir jetzt klack Waffen. Ich stehe den Stand dabei. Jawohl. Ja, klar. Perfekt. Gut, dann fangen wir los. Äh, nochmal zur Tankstelle. So, nächster Zielort. Tankstelle. Boah, dann gibt's heute doch noch ein Gespräch mit Toni. Ey, da freu ich mich drauf. Das finde ich richtig geil. Da werden wir uns aber richtig schön herrichten dann. Achso, können wir ja nicht. Wir dürfen ja nicht, äh. Was ist der Sound auf der Spende? Äh, mich und Igor, wir hatten jetzt einen Motorradunfall. Äh, Igor ist jetzt und mich nicht. Was seid ihr? Boah, jetzt schwierig zu erkennen, oder? So. Fahr mal klar unten Westheimer. Danke, oder? Jawohl. Ich bin da jetzt auch schon. Alter, wann Webby LP. Dankeschön für 10er. Hoffe, dass bald wieder Slots auf RL frei werden. Würde gern mal bei euch zocken. Egal, wenn auch Militärpolizei gäbe. Ja, aber Militärpolizei war nicht geplant. Aber Militär wüsste ich jetzt auch nicht. Ich geh nochmal schlafen. Vielleicht komm ich später wieder. Wenn Morgan Ramsey wieder da ist, sagt ihm meine Karre ist auf. Kann er mitfahren. Mal gucken, ne? Schlafen. Weil ich wüsste nicht, was würden das Militär übernehmen bei uns auf RLO. Was würden die einfach machen, so? Das war ja die Frage. Wobei man könnte Militärjob schreiben, ne? Aber es ist halt Militär. Da finde ich gehen dann zu viele gute Cops dann vielleicht weg. Wo die Cops mehr Unterstützung bräuchten, weil Militär ist halt. Ja. I don't know. Deutsche Ente. Kannst du mich grüßen? Also Max, grüß bei den Max. Natürlich. Natürlich. Mixix nochmal. Dankeschön. Daidoni und Manager. Wie wärs mit nem Hundekacke-Joghurt. Würde ich fühlen. Würde ich fühlen so Hundekacke-Joghurt. Dass man schön den Rucksack ausschütten kann. Du hast ne Frage. Hundekacke-Joghurt. Da ist dann einfach Schokopudding drin. So ähnlich wie Cod von Palüten. Dieses Nutella da. Wo Cod draufsteht. Der Cod-Bruder. Der Cod-Bruder. Der Cod-Bruder. So, auf geht's Leute. Ich hoffe ich überlebe das, wenn ich einen Monchiliat-Hofa mit der Kiste hier. Ich jetzt... Ich halte Dauer-Wheelie, alter. Das Ding muss so gefahren werden. Don't, vielen Dank fürs Resub. Vielen, vielen Dank. Wobei ich glaube, das ist ein Twitch-Resub grad gewesen. Ähm... Der hat mich grad auf Twitch gesubbt. Das seh ich hier auch, glaube ich. Subscription. Glaube ich halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Twitch war. Der wurde nicht eingezeigt, ne? Don't real. Subscription. Resub mal 4. Könnte Twitch sein. Ja doch, ähm... Oder? Ach, keine Ahnung. Doch, müsste Twitch sein. Müsste. Die Resubs werden mir sonst nicht... Ja sicher. Ja. Es hat grad wer auf Twitch mich gesubbt. Ich seh das rechts. Ja moin. Es war nicht mal so ein Amazon Prime-Abo. Der hat 4,99 da gelassen, der Ehrenbruder. Heftig, weil ich mach grad auf Twitch nichts. Er lässt trotzdem ein Abo da. Also das ist... Das ist ein krasser Support. Also don't real. Wirklich. Wenn du den Stream hier siehst und nicht auf Twitch, kurz geht raus. Achtung. East Highway ist ne Speerzone, die auch tatsächlich noch existiert. Weil da ist... Er kommt einfach auf Twitch nichts. Er macht einfach trotzdem subscriben. Vielleicht kommt ja mal was auf Twitch. Er weiß schon. Und ein Marshal. Zusätzlich ist ein... Roter Raptor über... Überm... Ähm... West Highway... Hinter die... Hinter Seege weggefahren. Da müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Das ist ja gerade Waffenstillstand. Ja nö. Nur falls irgendjemand Interesse hat, da... Du und vielleicht Tops zu nehmen. da vaute... Was ist denn... Das ist der Sound dörpisch findin? Hoppala... Ich hab's nicht gesehen. Also mit einer Chopper bergauf gefahren auf eigenen Berg hab ich auch nie gemacht. Chop, 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 chop! Entweder der ist tot oder der liegt da. Da kommt einfach ein Biker entgegen. Ganz komisch. Biker mit Bikes? Wow! Ne, ich glaube das war kein Biker. Der hatte keine Weste um. Hast du ja gemacht. Biker haben ja auch kein Bike. Stimmt. Wobei heute habe ich mir den Motorrad gesehen. Da vorne. Ja, ich nehme extra die Offroad Strecke, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Wie ihr damit umgehen könnt, weil es natürlich vom Berg hoch geht. Heute mal einen schönen Tag habe ich für sowas. Ach, da einer fällt sage ich mindestens. Ich warte mal ein bisschen, bis alle nachkommen. Sind wir jetzt alle, die hier sind? Oder ist er gefallen? Warte, wir sind... Ne, dahinten kommt noch. Oh nein, mein Bike raucht. Hast du ein Werkzeugkasten dabei? Ne. Ja, ich hätte noch einen sonst zum Notfall. Ja, ich hätte noch einen sonst zum Notfall. Eieieiei. Welcher qualmt denn? Eieiei. 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 Und so, wir проchnpt so ein Lager genug. Da müssen wir dann wieder eine Großbestellung machen. Ja, ja. Müsste, ja. Guck, wer sich aufregt. So, Ding ist wieder neu. Flo, tritt denn mal vom Fahrrad. Steh. Nee, danke schön. So, jetzt alle, die hier übrig sind. Und im Notfall hat jetzt keiner mehr im Werkzeugkasten, ne? Ich glaube, wir haben viel geschafft. Perfekt. Ja, wir müssen hier runter fahren müssen, ja. Müssen wir lang. Einfach niemand mehr im Werkzeugkasten. Also wenn ein Deutzwehr Probleme mit so einem Motorrad bekommt, dann war es das. Aber guck mal, wie schön es hier aussieht mit der Grafikmod, Alter. Ich liebe das. Vor allem, ich finde vor allem so, wenn man hier das so sieht, dieses saftige Grün. Bei der Grafikmod kommt hier alles so schön zum Vorschein, finde ich. Jetzt mit dem Ding hier richtig hoch. Ja, so Sand und Grün sind halt echt schön. Und vor allem hier oben der Himmel. Wenn du so weit hoch fährst, dann wird der Himmel so richtig blau. Das wäre halt auch geil. So schön blauer Himmel. Boah. Mal schön aufpassen, ne? Wenn man da hochzieht. Die letzten, die jetzt übrig geblieben sind, sind die guten Motorradfahrer. Ne, wobei, die einen konnten ja nichts dafür. Da ist ja das Auto voll reingefahren. Ja, die konnten ja nichts dafür. Boah. Alter. Jetzt geht voll Gas drüberfetzen. Das war ne schöne Straßensperre. Sorry. Das klappt ganz gut mit dem Motorrad eigentlich. Ja. 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 Ich komme hier hoch, oder hier komme ich nicht mehr so hoch. Ja perfekt. Ich guck grad wie ich hier hochkomme. Ja hier über den Treppen musst du auch. Ja, kannst ja nicht mit der Chopper oder? Ja, aber daneben gehört es nicht. Ja. 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 Wir haben es schon mal hier hoch geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, alles sogar. Ja. Ja. Ich hätte gedacht einschmeiß es auf jetzt mindestens. Ja, mir ist es auch fast weggeschmissen. Ich hätte folgende Idee gehabt, wir fahren über diese Schanze und machen da unseren Fahrschirm auf. Krass. Wie viele überleben das? Gar keiner. Nein, eigentlich müssen das alle überleben, wenn wir alle unsere Waffen wegpacken, niemand ans Handy geht und jeder einen Fallschirm dabei hat, das ist wirklich Numero Uno, das ist ganz wichtig. Und wir müssen das machen, ohne dass irgendwie jemand hinten sitzt. Der, der hinten sitzt, fliegt immer auf die Fresse. Also immer einzeln, also wir fahren eh alle einzeln, ne? Perfekt, weil wenn du hinten drauf sitzt und du springst dann später ab, dann ist es oft meistens zu spät. Und natürlich, so an schnell können wir uns eh nicht, dann passt das, ja. Aber eigentlich sollte das, das sollte hinhauen. Ja, Steffi, du machst als erstes, ja? Du wirst lachen, ich habe das schon einmal gemacht. So ist das ja nicht. Das ist halt, ich sag mal, Hardcore-Fallschirm springen. Dafür ist der Berg da. Und wo landen wir? Parieter-Bikeplatz, oder? Ja. Versuche erstmal überhaupt irgendwie zu landen, dann passt das schon. Ja, sicher, Alex Gaudi, schafft mal. Da wollte ich mich wohl dabei. Ja, ich bin auch optimistisch. Wir werden alle im Oceans landen. Nein, aber das... Ja, so darfst du nicht denken. Das, das... Weiß jeder, wie er seine Kordel zieht. Jeder. Ich glaube schon. Du glaubst? Die linke Kordel, oder? Genau, die linke Kordel. Okay. Wenn du, wenn du die rechte Hand nimmst, der linke Zeigefinger, damit ziehst du die Kordel. Okay. Äh, da muss ich ja filmen mit euch. Ich liebe euch. Ich hab' euch alle lieb, ne? Ui. Das Ding ist offen? Wurmquad gefunden. Das gehört jemanden? Ja. Wurmquad... Das gehört ein Biker. Der stand vorhin an einer Bikerbar. Ja. Der hat einen Quad gefunden. Das ist von einem Biker. Der stand vorhin an einer Bar unten. Ah ja, Wurmquad. Fängt der andere da aus. Wo seid ihr denn überhaupt gerade? Man chillert. Man chillert. Wir machen jetzt Adrenalin Chunky mit Motorrädern über Schamte mit Fallschirm runter. Äh, ja. Das ist... Wo ist euer Ziel zum Landen? Dann stell ich mich da schon mal nämlich hin. Palito. Wir könnten auch zum Schiff rüber, ne? Weil da kann ich euch nicht holen, wenn ihr jetzt... Doch, das geht? Ich? Ich hab das einmal gemacht. Aber Palito-Bike, das wäre doch besser, oder? Ich finde Palito-Bike, das wäre doch besser, oder? Ich könnte gerne machen, aber dann wirklich nur die, die es sich zu 100% zutrauen. Ja, aber es wäre schon lustig, wenn wir da... Ich glaube, dass keiner eine Langwaffe auf dem Rücken hat, weil die verheddert sich ansonsten in den Schnüren vom Fallschirm. Aber heute ist, äh, ist okay, ne? Hab ich. Ja, war das Palito-Park? Ich meine, ist halt schon cool. Dann können wir es mit dem Boot abholen, weißt du? Da fällt ein Bike runter. Ja. Äh, wo? Ich glaube, er meinte, falls da jemand erträgt uns noch... Ah, seht ihr das nicht? Nö. Okay, dann sehe ich das mal. Äh, Mike, was? Die steht da hinten. Ja, aber wir stellen auch alles. Mir fällt die gerade den Berg runter. Ja, ja, dann steigt mal auf, dann ist sie wieder da. Ah, da ist sie wieder. Genau. Deck raus, hä? Was? Was? Ich bin, ich glaube, noch überlegen, ob ich mein Bike zerstören soll oder vom Bike aus Quatsch. Also, jetzt müssen wir überlegen. Ich würde es cool finden, wenn wir aufs Schiff rauf gehen und dann von einem Boot abgeholt werden. Ja, ich glaube, er meinte lieber wegen, äh, falls unterwegs was passiert, was hier was ertrinkt etc. Wie sollen wir, komm, wir, also, Entschuldigung, aber wir sind jetzt hier alle den Berg hochgekommen, wir schaffen das doch bis zum Boot rüber. Große Frage, konntest du eventuell ein Boot holen und uns dann bei der Yacht abholen? Kann ich auch machen, ja. Ja, machen wir das, das ist nämlich der absolute Adrenalinpegel hoch. Oh Gott. Oder auf die Insel, wir machen einmal Seven vs. Wild, oder? Da drüben. Ich färg, nein, Seven vs. Wild. Wir sind erst mal sieben Tage drauf verharren. Ja, aber da haben wir keine Bären und sowas, also, da sind wir aufgeschmissen. Ich hab noch eine Frage beim, wenn man im Flug ist mit einem Fallschirm, äh, kann man doch fangen, äh, funken. Äh, ja, funken kannst du schon, das ist kein Problem, ich würde nur das Handy nicht rausholen, ich weiß, ich hab's noch nie probiert. Eine Waffe würde ich nicht rausholen und, äh, ja. Ist halt so viel Handy, ist kein guter Ding. Puh, Handy ist kein guter Ding. Wie oft ist das schon aus dem Krankenwagen gefallen, mit so einem scheiß Handy. Gut, bevor die Sonne untergeht, das schaffen wir noch. Wer macht das Erste? Ja, sicher. Wer schaut sich? Ja, sicher, jawohl. Äh, die obere Yacht. Okay, vergiss nicht abspringen, ne, ist wichtig. Das hab ich vorgehofft, ja. In Richtung Angel. Was, ja, die obere, da bei der Laufzumwelt verliegt, ist doch geradeaus rüber. Okay, passt. So, Wolfi ist jetzt da verspringend, wir sehen uns. Jawohl, viel Glück. Wow, das Bike hat mich vorstärschlagen. Oh mein Gott, das funktioniert. Guck, guck, guck. Alle schaffen's, oder? Ja, schaffen alle, schaffen alle. Komm, komm, kommt, Jungs und Mädels. Nein, ah doch, einer schafft's auch noch, ja. Das bin, glaube ich, ich. Hallo, ja, ich bin's. Servus. Ich schaffe's eigentlich. Ich hör die ganzen Geräusche von den Bikes, die da runter auf den Wetter. Wie sieht das aus? Umwelchverschmutzung. Hätt doch wieder aufgesammelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, wir haben's alle geschafft, ne? Ich glaube. Ich sehe mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Vollschirmen. Ja, ne, einer fehlt. Einer fehlt. Ne, oder? Doch. Noch fehlt. Der letzte gesprungen ist an sechs Schatz. Ich bin als letztes gesprungen. Wir kommen auch vor, wir waren nur zu sechs, ne, wir waren sechs, oder? Das ist jetzt blöd. Waren wir bis sieben? Ja, wir waren sieben. Ich glaube, wir waren sieben, ja. Ich denke, wir haben endlich was geschafft. Also fehlt einer? Ja. Eins, zwei, drei, vier, es fehlt einer. Ja, wir haben die Mitarbeiterliste, du kannst sagen. Das ist gleich. Warte, eh, noch alles zur Yacht, oder? Das machen wir dann, wenn sie noch zwei bei der Yacht fallen. Aber ey, es hat super funktioniert. Eins hat, eins hat, jetzt waren es nur sechs. Also, Chef, landen wir im Buster, dann machen wir die ultimative Challenge und landen auf der Yacht. Auf der Yacht, das ist doch die Challenge. Die Challenge ist, auf der Yacht zu landen, ohne sich zu verletzen. Leute, es war schön mit euch. Wolf gleich raus, der Funk. Ach, Floh ist, glaube ich, nicht mehr bei uns. Ja, wer sich nicht traut, der soll mit dem Wasser landen. Ja, Floh hat sich verabschiedet. Die Leute, ich glaube, es waren sechs, ja, aber das wissen jetzt IC nicht, ne? Sechs hast du mitgebracht. Anscheinend, äh, waren wir sieben, seitdem. Ich war schon mal runter. Ich habe versucht, Kloppen, weil wenn der Kreis, kann ich noch mehr fliegen. Wie weit mit dem Fallschwer einfach kommt, ne? Ich bin schon schon tief jetzt. Ja, jetzt, man muss jetzt langsam auch tief fliegen, dass man wieder hoch... Ja, ja. ...dass man die Geschwindigkeit abdämpfen kann. Oh, ne, das geht nicht gut. Wir sehen euch. Ich glaube, alle sieben, wer doch noch einen erwischt. Äh, doch, über uns. Da wollte ich mich ankommen. Oh, 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 oh. Ich fliege noch. Ja. Also, ich werde bei uns auf dem Schlauchboot landen. Es ist nur einer oben, der landet ja. Oh, ich glaube, ich komme zu schnell. Ah! Ja, ich fahre uns zu schnell. Ich bin im Wasser gelandet. Geht schon. Ah, shit. Hab's geschafft. Wolfi, gehört hab's. Hab mir nicht mal wehgetan. Die haben so ein bisschen... Leute, das ist nicht Blut, das ist scheiße. Das ist, man sieht's. Das ist kein Blut, das ist ne Kacke. Ich bin nur eingeschissen. So. Das war ein Burger. Du hast den Barthed-Tabst, war ja easy. Mal schön Adrenalin aufgetankt für heute. Ja. Vorteil, ja. Wir haben nur einen verloren. Also, passt doch. Ja, scheinbar. Überleg mal, wie viele wir auf der Fahrt verloren haben. Alter, wann's mehr. Wir fahren mit dem nächsten Taxi. Wir fahren mit dem nächsten Taxi. Ach, ich hab gefrisset. Ja, und das Boot springen. Genau mein Humor. Weil ich sowieso schon los bin. Ob wir nicht losfahren? Ich bin sowieso schon los. Da fehlt aber noch einer. Ah, ne, passt. Ich muss nochmal aufmachen. Äh, mach mal auf. Geil. Ah, sehr schön. Aber sowas brauch ich halt auch mal, ne? War gut. So, dass einer ist auf mir gelandet, aber sonst was gefasst. Auf dir? Ich bin, ich, ich bin gegen's Boot geflogen und bin ins Wasser gefallen. Das ist nicht besser. Was ist das für eine OP? Ähm, was das für eine OP ist? Kannst du in real life nicht mit dem Motorrad eine Schanze runter und mit einem Fallschirm? Geht das nicht? Ja, Flo, kannst du eine Bike-Klose machen. Also, tatsächlich kenn ich Leute, die sowas machen. Ist da mitgegangen. Geht's wie mit Fahrrädern, aber was ist der Unterschied zwischen Motorrad und Fahrrad? Wenn du genug Geld hast, machst du auch mit dem Motorrad, oder? Es gibt genug Leute, bei uns in Österreich gibt's das zumindest, äh, da gibt's so Schanzen, wo du mit dem Fahrradschirm runterspringen kannst am Bergen. Und da fahren manche Leute mit dem alten Fahrradl hin und, äh, fahren dann mit dem Fahrrad und schmeißen sich den Berg runter, weil es Adrenalin pumpt. Also in real life auch möglich. Kein Fail-RP. Gibt viele Leute, die's machen. Aber vielleicht ist das so ein Ding, dass wieder Österreicher sowas machen. Ich weiß nicht. Aber ich kenn halt sowas. Keine Ahnung, wie's bei euch ist. Das ist halt Extremsportler. Ach stimmt, die Deutschen haben ja keine Berge, die kennen sowas nicht. Ja, das hab ich jetzt gegeben, ne? Die kennen sowas nicht. Wie sich da wieder beschwertet. Was ist das denn für ein AP? Unrealistisch. Kurz der Erfrischung nochmal gewohnt. Nein, möglich. Alles ist möglich, Leute. Gibt's mit dem Motorrad aus? Ja, sag ich doch. Gibt's vielleicht mit einer Chopper, ein bisschen übertrieben, aber physikalisch, so auch technisch, umsetzbar und möglich. Wenn du genug Geld hast, also hätte ich in Real Life genug Geld, würde ich auch mit Motorrad sowas machen. Wobei, ich glaub, ich würd mich nicht trauen, aber maybe, ne? Fabio Wippmer, macht der das auch? Ist doch auch ein Österreicher, ne, der Fabio? In Bayern auch. Ja gut, Bayern hat auch schöne Berge. Dann rutscht er aber wie auf dem Bauch, wie so ein Pinguin. Bist du an die Zugspitze, Digga? Auf die Berge. Ne, aber in Österreich, du musst aber gucken, in Österreich gibt's sehr viele Schanzen. It's no shit. Also wenn du an einem Berg stehst, wo es richtig runter geht, wir haben da einfach eine Schanze stehen. Ist halt normal hier. Also bei uns macht man das schon, wenn man vier Jahre alt ist, dass man mit einem Dreirad den Berg mit einem Fallschirm durchspringt. Das waren uns ganz normal Leute in Österreich. Ganz normal. Ja, das kennt's doch so schön aus. Wer wollte denn Dietrich? Und natürlich, wir müssen vielleicht haben alle Flügel, wegen Red Bull, so ist es. Wer braucht Dietrich? Ich hab nur drei Nagelbänder. Die anderen kann hier schon mal einsteigen. Ich hab nur Nagelbänder. Ihr könnt euch auch irgendwie gegenseitig nur kurz hinten noch tragen, der X7 ist eigentlich ein Siebensitzer. Habt ihr den einfach hinten drauf? Man, dafür steht die 7. Das sollte sich eigentlich ausgehen, oder? Na, das geht's doch nicht mehr aus. Doch, wenn jeder einen trägt. Ja, ja, dann schon. Ja, das sind aber noch vier Leute draußen. Ach, ich wollte tragen. Ach komm. Jetzt ist mein Arsch draußen. Ja, Durchzug, weißt du? Das Schöne ist, wenn du dich nicht anschneidest, tue ich mir nicht weh, weil ich schön von dir abgefedert werde. Ja, jawohl. Danke, danke, danke. Hau nochmal gegnern. Das Panoramadach, das zahlst du mir. Ah, das ist ein Loch. Wer war denn das? Irgendwann, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo es war. Ah, ich sehe hier raus, am Fenster, Drive-By. Auf jeden Fall ist er sehr still. Ja, Flo ist auch still. Ist Flo, Flo ist hingefallen? Oh, ich werde angerufen. Ich werde von Toni angerufen. Wir müssen irgendwo hin. Wir müssen irgendwo hin. Ich kann jetzt nicht abheben, weil ich gerade getragen werde. Ich habe Angst. Kannst du, kannst du fahren? Nee, ich mache es lieber nicht jetzt. So möchte ich mit dem Telefonieren, aber sicher nicht. Ah, danke. Warte, ich muss abheben. Ah, Ahirsch. Hallo? Hallo? Ich hatte, glaube ich, gerade keinen Empfang. Hast du vorhin schon angerufen? Bitte? Ich kann dich kaum verstehen. Hast du schon vorhin angerufen? Ich hatte keinen Empfang. Nee, ich habe vorhin schon. Wir wollen genug, wenn es bei Autos ist. Ah, okay. Alles klar, weil ich war gerade am Berg oben. Ich dachte schon, vielleicht hast du schon öfters angerufen, wäre aber ein bisschen blöd gewesen. Nee, nee. Ich habe nur gerade gesehen, dass du angerufen hast vor einer knappen halben Stunde und dass Daniel Wolf den gegeben hat. Wir sollten uns mal melden. Genau. Ich wollte heute eigentlich ein Treffen mit der Führung vereinbaren, wenn möglich. Naja. Ähm, natürlich ein friedliches Treffen, wenn es möglich wäre. Beidseitig natürlich. Ja. Geht das bei dir auch durch? Auf jeden Fall. Ja gut, wann hättet ihr denn Zeit, dass wir uns treffen können? Jetzt. Jetzt? Wo wollen wir uns treffen? Mirror Park. Wir sind gerade alle hier. Mirror Park. Wo seid ihr denn genau? Seid ihr in dieser, dieser Gas hinten drin? Ja, wir können uns so aufstellen, dass ihr uns direkt seht. Okay, alles klar. Ohne Waffen. Wir machen ohne Waffen. Ganz normal. Treffen. Passt. Zieh mal durch. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Toll, jetzt haben sie mich allein gelassen. Zur Information an euch. Ihr würden uns jetzt gleich treffen. Mirror Park. Ohne Waffen. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal drei Maybachs geholt. Wir holen dich jetzt kurz ab und dann fahren wir runter. Perfekt. Zu Info, ich und die Igor, wir sind hier als Oceans. Jawohl. Sollen wir euch dann abholen oder? Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Achso, ihr seid... kannst du in den Maybach ansteigen. Hey, die Drifti ist überfallen. Die Waffen nur irgendwo ablegen? Ne, ihr könnt sie schon, aber nicht auspacken. Das geht's. Packt sie einfach nicht aus. Zur Information, Waffen einfach. Ihr könnt sie schon dabei haben, aber nicht auspacken. Ich habe einen Beinholzer. Ich glaube, dagegen dürfen die eigentlich nichts sagen. Ne, wenn ich Beinholzer, bitte. Geht um gezogene Waffen. Also, wir fahren jetzt Richtung, äh, Mirror Park, in dieser, in der Gasserei, wo sie wohnen. Also, wir fahren in ihr Gebiet, kann man sagen. Wir fahren gerade rechts der Wehr. Westhighway, Richtung Höhe, Angelladen sind wir gleich. Jetzt ist es spannend. Also, ich weiß nicht, theoretisch, sie können uns jetzt einfach anlügen und uns einfach, uns einfach niederschießen. Oder, wir klären das jetzt halt. Ist halt die Frage, was wir machen. Ich bin, ich bin, also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, was ist passiert. Ich vertraue denen jetzt mal. Ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal ein Typ des Vertrauens, ja. Der, ein Typ der Ehre. Ich schaue mal, ob sie jetzt wirklich, 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 die Waffen stillhalten. Ich weiß nicht, ob das ein Hinterhalt ist, aber ich wollte ja ein Gespräch haben. Weil von unserer Seite aus, wir wollen jetzt ja wirklich eine Lösung finden. Um das geht's. Wir alle haben ja schon gesagt, ich meine, die anderen haben ja auch schon gesagt, sie wollen eine Lösung finden. Ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass das Kartell auch eine Lösung finden will. Ich wollte auch eigentlich noch eine kurz holen. Kannst du mir irgendwie was mitnehmen? Bring dir eine Wette im Kofferraum. Dann nehme ich mit einem P5. Weil wir auf keinen grünen Zweig kommen, wirst du? Elementi. Es gibt auch einer, der mit dem Motorrad in der Wüste eine Klippe runterfährt und den Motorrad auch ein Fallschirm geben. Ach, das Motorrad hat ja auch ein Fallschirm drauf. Ja. Nicht schlecht. Kann man machen. Wird bei uns in Tirol gemacht, mit Fahrrad im Winter, mit Ski. Ich bin bei der Bergbahn, habe es gesehen, ja. Wie gesagt, Österreich, Schweiz, überall wo es Berge gibt, macht man das halt. Ich glaube, ich glaube, die sind auf dem Weg zum Flo. Uff, der arme Alter. Aber weißt du, eine muss das mindestens immer wischen, weißt du? Immer einen. Ich und Tony haben Wetten abgeschlossen. Echt? Wer hat gewonnen? Weil ich am nächsten dran war. Was hast du gesagt? Ich habe Fleck 3. Er hat gesagt, 5 bis 6. Also, quasi alle. Live, DJSH. Hallo, hast du was an Weihnachten vor? Nein, noch nichts. Alter, war es jetzt mein Leck? Nee. Ich hatte da leichte Koffe. Ja, ich auch. Ich glaube, der Fahrer hat da ein bisschen Problematiken gerade gehabt. Ja, alles gut. Kann mal passieren, Chefe. Kein Mensch ist perfekt. Ich hole mal Rubbellöschen. Geht hier nicht. Geht hier nicht. Natürlich geht es ja. Also, auf 3.0 werde ich hier schon begrüßt, wenn ich reingehe. Nur so zur Info. Das fehlt mir ein bisschen. Hier ist kein Kassierer mehr drin, der mich begrüßt mit. Hello, what do you need? Dieser eine Kassierer da. Auf 3.0 gehst du in den Laden und der begrüßt dich. Oh, leg die die. Oh, ich wollte nicht einsteigen. Upsala. Mal voll tanken. Ich tanke voll in der Zwischenzeit. Oh, Tank ist voll. dann habe ich nichts gesagt. So. Mario R, danke für 2 Euro. Kai Klosner, danke für 2,49. Lincoln, was? Millard, danke für 4,49. Auch Twitch. Jetzt kommen wir auf Twitch alle. Funwebi, LP, auch auf Twitch gesuppt. Witcher Horror, danke für 1 Euro auch. Marvin, danke für das Wieshaben. Martin, verfolge deine Träume und mache das, was du gerade möchtest. machst du, genauso machst du andere glücklich. Kuss geht raus an Martin. Wie, weise Worte. Danke für 10,70 Euro und die Fies sind auch mit am Start. Red Bull geht auf mich, kriege ich ein Dosh-Hype. Wir hauen einfach mal einen raus, Leute. Lasst alle mal einen fetten, 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 fetten Like da. Wir treffen uns gleich mit dem Kartell. Lasst einen Like da, Leute, pushen wir den Stream in die Trends. Wir hauen mal einen Dosh-Hype raus. Haut auf den Like-Button, was das Zeug hält. Like-Button, raufdrücken. Jetzt wird es spannend, Leute, jetzt wird es spannend. Das könnte, das könnte jetzt das Finale werden, was wir jetzt machen. Das könnte das Kriegsfinale werden. Sag mal. Das ist die finale Staffel heute. Könnte, muss es nicht. Wenn wir jetzt abgeschossen werden, ist es nicht die finale Staffel. Wenn wir eine Lösung finden, ist das jetzt die finale Staffel des Krieges. Das ist schon wichtig jetzt hier. MRP, sehr wichtig. Paul Schmolke, danke für den Euro auch. Ich habe ja ein Mirror Park im Haus. Ja, wäre toll, wenn ihr Tactic-Medics fürs Ruck macht. Wenn Tactic-Medics. Wenn keine Seite aufgibt, denke ich, werden sie uns über einen Haufen Schiss. Na, ich glaube nicht. Du, es ist geil. Sie müssen froh sein, weil sie verlieren eigentlich. Wir müssen denen jetzt ein bisschen vertrauen, die müssen uns vertrauen. Das ist jetzt so eine Sache. Das Problem ist, wir fahren halt in ihre Home-Basis. Ich weiß, aber weißt du, was ist, das zeigt auch, dass wir Anstand haben, dass wir uns sowas überhaupt trauen. Überleg mal. Wir trauen uns, dass wir überhaupt dorthin zu kommen. Die würden niemals zu uns an das Anwesen zum Beispiel kommen. Nee, nee. Oder in die Grove entweder warten. Nee, pass auf, wir müssen jetzt entweder, wir vertrauen uns allen gegenseitig und finden jetzt eine Lösung oder es wird in einem kompletten Chaos ausgehen, was ich hoffentlich nicht vermute. dass wir den Unentschieden gefallen lassen. Aber sie sind doch eigentlich am Verlieren, also müsstest du ja froh sein. Ja, trotzdem sind sie der Meinung. Ja, pass mal auf. Wir haben den Krieg angefangen. Pass auf, wir werden ein Gespräch führen, wir schaffen das schon irgendwie. Wir machen das schon. Na gut, dann. Ich hab bloß wieder da. Ist ein Kofferraum. Ah, perfekt. Ein PC-Biker, der einfach Stream-Snipe und euch da auf das Random entgegenkommt, muss los. Hey, der hat uns auch nicht gestream-Snipe. Was ist der nächste Punkt? Casino. Hab Platz. Warum soll der uns den Stream-Snipe und was hat er denn gemacht? Der ist einfach nur rumgegurkt. Weil, oben war doch ein Biker mit seinem Quad anscheinend. Also, Stream-Snipe haben wir hier kaum. Wir kommen jetzt auf Platz. Der Motorrad, der kommt, ich mein, schau mal, wir haben gerade 194 Leute online, dass uns mal jemand entgegenkommt, ist wohl logisch, oder? Ich sag ja nichts, wenn wir ein Server mit 20 Leuten werden, aber bei 194 Leuten, wenn du da mal ein Biker entgegenkommst, mit einem Bike, ja. Ja, aber was halt auch noch ist, wir, also wenn wir uns jetzt auf einen Unentschieden einigen, haben wir komplett Minus gemacht durch den Krieg. Wir haben ihn angefangen und... Ja, das ist, das ist jetzt erstmal egal. Wir machen das schon irgendwie. Das ist mir doch egal, ob ich jetzt Minus durch den Krieg mache. Ach, wir haben sowieso nicht Minus gemacht, wir haben unsere Geschäfte weiterlaufen lassen. Und ums Geld geht's... Das Kartell hat Minus gemacht. Schau mal, ums Geld geht's mir doch gar nicht. Ja, ich mein, ich mein, für die Schemenkasse zum Beispiel. Welchen Deal? Ja, und selbst der war kacke. Weil mittlerweile kriegen wir bessere Preise beim örtlichen Dealer. Also der Deal mit dem Kartell, den können wir uns sonst wohin schieben. Mittlerweile zumindest. Aber wer weiß, ob die jetzt auch bessere Preise haben, ne? Ja, gut, das müsste man halt irgendwann mal vielleicht in irgendeiner Zeit mal rausholen. Naja, aber ich wüsste nicht, ob ich direkt, also ich würde jetzt nicht mit dem zusammenarbeiten wollen. Ich will nur, dass das eigentlich jetzt hier mal irgendwann beendet wird, weil es keiner bewockert hat. Das ergibt die Zeit dann. Also wenn, wenn sich die Zeit wieder ergibt und sich wieder so eine Situation aufmacht. Ich meine, durch den Krieg sind wir relativ gut mit den Bikern und mit der Pizzeria geworden. Ja, muss man halt gucken, ne? Es kommt noch jemand nach. Okay, wir behalten nochmal kurz beim Taxi an, weil es kommt noch jemand. Ja, John kommt jetzt noch nach. Malbach. Lass dir Maske da auf. Schade, dass jetzt Freddy nicht dabei ist. Wäre sicher ein schöner Moment für ihn gewesen. Aber was muss, das muss. Boah, wenn ich ehrlich bin, ich würde ja gerne noch mal Tony in der Kugel gehen, zwischen die Augen setzen. Warum? Er hat mir am Anfang vom Krieg, wo wir noch nicht, wo das noch nicht offen und ehrlich ausgesprochen war, dass wir Krieg führen, hat er mir am Hauptplatz in der Kugel zwischen die Augen gesetzt und hat mich davor noch ganz schnell niedergemacht und das wollte ich mir eigentlich noch zurückgeben. Das war aber auch ein Grund, ne? Wo wir gesagt haben, das reicht so. Ja, ja, du, alles gut. Wir haben ja gegenseitig provoziert, nur er hat halt dann die Waffe gezogen und auf mich geschossen. Ich meine, ich hätte es genauso machen können. Alles gut. Ja. Das ist halt, ich weiß nicht. Weißt du, auf was ich jetzt so keinen Bock habe? Scheiß mal drauf, ob wir die dort hassen oder nicht. Wir gehen so darum, dass wir, dass wir Ruhe einkehrt, weil wir die ganze Zeit in demselben Outfit rumlatschen müssen. Wir müssen immer in Sicherheit gehen. Weißt du, das ist einfach so der psychische Aspekt. Und das scheiß jetzt komplett auf das Geld, was wir irgendwie verloren haben oder was weiß ich, auch wenn wir den Krieg angefangen haben, verloren hat keiner. Richtig. Ja, das Ding ist ja einfach, gerade psychisch, die Leute, die jetzt wirklich seit sieben Wochen fast durchgegangen sind, die, wie ich jetzt zum Beispiel, wir sind einfach müde. Ja, klar. Wir können einfach auch nicht. Ja, klar. Also ich war gestern nicht da und letzte Woche war ich zwei Tage nicht da. Ansonsten war ich jeden Tag da. Aber deshalb, ich, mindestens drei bis vier Stunden. Es geht ja darum, ich muss ja die Gegenseite auch fragen, wie das bei denen ist so, wie die das fühlen. Wenn die jetzt sagen, ja, ihnen ist das scheißegal, pipapo, dann werde ich auch sagen, gut, dann leckt mich so auf die Art und Weise. Wenn sie aber sagen, wir wollen, ja klar, wenn die sagen, sie wollen auch eine Lösung dafür haben, dann, jo. Geht ja darum, eine Lösung zu finden. Ich meine, die Arroganz vom Kartell, da können wir jetzt schon mit rechnen, ähm, wird, denke ich mal, jetzt in dem Gespräch, dann hat das größte Hindernis sein. Aber, schau mal, ähm, das Ding ist, wenn wir da durch sind, mit denen müssen wir auch nichts mehr zu tun haben, so, auf die Art und Weise. Müssen wir ja nicht. Wir müssen ja nicht best friends werden. Wenn wir eine Lösung finden, auch wenn die eine Arroganz an den Tag legen, wenn wir trotzdem eine Lösung finden, ist mir das auch egal. Ja, klar. Dann kann der mit der Nase auch bis zu Mount Everest an die Spitze hoch, an die Zugspitze, kann die, kann die Nase scheinen, ist mir das egal. Äh, ist Ryan eigentlich auch noch da? Ryan ist, glaub ich, ist Ryan nicht vorhin gestürzt? Ryan war doch gar nicht da eigentlich, irgendwie. Weil Ryan ist eingetragen. Ja, der ist schon die ganze Zeit eingetragen. Ich dachte, er ist da. Ich dachte, er ist nur gestürzt oder so. Ich hab ihn jetzt mal ausgetragen. Na gut, dann geh ich mit dir ins Gespräch, wenn du mich brauchst. Ich bin dann der Nächste. Ich würde es aber sagen, dass wir das Gespräch offen machen für alle. Kommt drauf an, was das Kartell mag. Ich würde das Gespräch nicht offen für alle machen. Wenn das Kartell wieder Führungsetage möchte, dann... Passage. Nee, ich würde Führungsetage machen. Das ist jetzt nichts, was die Leute was angeht. Also mit Manager dann auch. Ich meine, wir können da schon zu zweit reingehen. Das ist das Problem, weil ist das jetzt sonst keiner da. Eben, das stimmt nur wir beide. Außer halt, wie gesagt, eben noch die Manager. Das waren Ramsey, Holger, Liam und Vince noch mitnimmt, aber dann sind wir halt sechs Leute. Das ist halt auch ein bisschen viel. Ja, uns gucken wir mal, wie wir das machen. Schauen wir mal gleich. Ja, John wieder raus, Wir sind nur zu viert. Vincent, Vincent. Ach, er war in Sandy. Stimmt, wir hatten, äh, ja, letztens, äh, mussten wir gerade schlafen gehen. Äh, es ist gerade bis zum Untergang gegangen, sorry. Wir sind nur zu viert. Du, Ramsey, Mark und ich. Wir müssen gerade nicht da. Ich bin da, aber ich bin gleich schlafen. Ja. Aber du bist gerade nicht hier, das meine ich. Ja. Ja. Na gut, dann wären wir zu fünft mit Mark. Krieg sie feier, äh, sechst, nein, für sieb werden. Spiele, vielleicht, dass das Militär die Waffenteile lagert und sichert. Das wäre eine Möglichkeit für das Militär. Ja, den vergisst man immer so geil. Äh, also Waffenteile lagern und sichern, finde ich halt. I don't know. Äh, Liam, ich hab dich schon mal ausgetragen, ne? Marvin, ist Whip geworden, Antantation, also Simi ist auch Whip geworden, Strax, 20.01 auch Whip geworden. Vielen Dank. Also, wie eine Subscription sehe ich gerade. Wenn du drei bin, dann nicht fertig. Jetzt genieße ich nur noch dein Stream für heute. Kuss. Kannst du mich grüßen? Also Max, grüße bitte. Max, natürlich. Nick, 8, 5, 8, 5, 8, danke fürs, fürs, Samen. Äh, Just, Fabi, danke auch fürs Whip werden. Vielen Dank. Ähm. Igor, du bist doch im Oceans, oder? Leonard, bist echt toller, toll herbe Wuffel. Dankeschön, Leonard, vielen Dank. Hi, komm zu Weihnachten, dein Video weiß ich noch nicht, Sebastian. Maybe. Ich wäre tatsächlich soweit, aber ich, du lohrst nach hier und habe noch keine Behandlung. Justin, Geber, hier geht's dir. Sehr gut, ich hoffe, ich hoffe, Justin. Van Bebby, LP, Dauerwebsendung, was? Tomar, Tomarien, gegen Kopfweh. Tomar, Tomar Frien, kenne ich gar nicht. Casino, also quasi Taxi-Stand sind wir jetzt gerade. Okay, wir schauen. So, was geht jetzt aber gleich los hier? Gleich fahren wir rein, Indis. Wir fahren gleich ins gegnerische Gebiet und hoffen, dass wir nicht beschossen werden. Wir wollen das wirklich friedlich klären jetzt. Eine friedliche Klärung. erste Abfahrt. Wir fahren nicht Volkerach oder rein. Wir fahren gediegen. Hoffen wir mal, dass das klappt, ne? Wenn wir jetzt gleich, also jetzt könnten wir jederzeit auch schossen werden, theoretisch. Jederzeit könnten wir jetzt eine Kugel in den Kopf bekommen. keine Langwaffen auf den Rücken und Waffen bleiben auch erstmal in der Tasche. Ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, aber schau mal mal. Ah, da stehen sie. Hotel steht schon da. Ah, aufgestellt. Wartet, wartet. Ein paar Künstler. Wir sind Führungsebene. Wir können hier drüben parken. Wir dürfen das, ne? Richtig. So. Schön, dass das geklappt hat. Mhm. Guten Abend. Abend. Schön, dass das geklappt hat. Naja. Schön erstmal unbewaffnet, das so zu sehen. Gut. Wie ein Gespräch. Wie wollen wir das machen? Wollen wir das unter Führungsetage machen? Ich würde sagen, die Führungsetage spricht. Mhm. Wollen wir uns dazu irgendwo hinsetzen oder reden? Also jetzt nicht hier. Können wir auch. Können wir das schon hier machen, wenn ihr wollt. Was wollen wir hier machen? Also wir würden es auch vor der Familie machen, das passt schon. Vor der Familie. Ist auch okay. Wie wir wollen. Mir ist das egal. Also wie folgt, ähm, wir hatten jetzt die Idee, darum, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so mittlerweile, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir sehen... Ihr kommt auf keinen grünen Zweig? Nee, nee. Ich glaube, wir zwei kommen auf keinen grünen Zweig. Auf keinen grünen Zweig, also... Das glaube ich auch. Das Problem ist nämlich, weder wir noch in eurer Sicht sehen wir irgendwie etwas, wo wir sagen, das hat jetzt sehr gut gemacht oder das hat jetzt richtig funktioniert und jetzt haben wir die richtig fertig gemacht. das ist so, ich sag mal, relativ ausgeglichen. Es ist... Absolut. Es ist auch schwer festzustellen, wer jetzt wen hier fertig gemacht hat. Und ich möchte auch so sagen, das, was wir angefangen haben, das war, ja, aus Frust. Das war aufgrund der Sachen, dass wir einfach uns disrespekt behandelt gefühlt haben. Wir haben das ja gestartet, das wisst ihr auch. Aber ich glaube, wir finden beidzeitig mit dem ganzen Krieg, den wir jetzt hier hatten, keinen grünen Zweig mehr, weil wir das schon jetzt seit, ich glaube, sieben Wochen durchziehen. sieben, acht Wochen. Ab heute acht Wochen. Und ich glaube, ich glaube, also, die Leute kommen zu mir, sie sagen einfach, sie können nicht mehr. Es ist einfach, mittlerweile einfach so, so viel. Wir könnten schon weitermachen, aber wo führt es hin? Das ist die Frage. Es führt zu nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das gleich seht, auch eure Gruppe das so sieht, aber ich glaube, bei uns führt es nirgends hin und ich glaube, bei euch führt es ebenfalls nirgends hin. Ich sag mal so, bei uns hätten alle gesagt, bis zum bitteren Ende, aber wo ist das Ende bitte? Ja, das Ende ist nicht in Sicht, das ist das Problem. Ich muss dir ehrlich sagen, wir haben dasselbe gesagt. Wir haben gesagt, wir kämpfen bis es nicht mehr geht, aber das Ende, es naht nicht, es kommt nicht, es gibt kein Ende. Wir haben keinen Schlussstrich und den ich sehe ihn auch nicht in der Zukunft. Es bringt sich halt nichts. So, jetzt haben wir die Idee gehabt. Ich meine, müssten wir beide zustimmen, ist eine Idee von unserer Seite aus, die mir Leute gesagt haben, was vielleicht eine gute Sache wäre. Es gibt ja, ich sag mal mal, ein Geld für den Verlierer. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch hier einen Verlierer sieht. Ich fand's ausgeglichen. Ich hab nie gesehen, dass einer von uns irgendwie, weil irgendwie mal es mehr gemacht hat, dass ihr es war einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Wir können jetzt natürlich alles mitzählen. Sollen wir das? Nee, machen wir nicht. Wir spielen hier keinen fucking Cluesbudget. So ist es, so ist es. Pass auf, jetzt war die Idee, wir beide liegen zusammen, dass, ich sag mal, Verlustgeld und spenden es an einen wohltätigen Zweck, ans AMR und ans FD. Das war unsere Idee, weil die ja sehr viel wegen uns zu tun hatten und, ich sag mal, auch sehr viel geholfen haben und wir mit diesem Geld etwas Gutes machen, dass wenigstens eine gute Sache dabei rauskommt. Ist halt die Frage, wollt ihr das? Würdet ihr ihm den zustimmen und sagen, komm, wir legen da jetzt beide zusammen und machen aus dem, was jetzt alles passiert ist, wenigstens noch was Gutes draus? Finde ich gut. Ein grüner Zweig ist, glaube ich, in Sicht. Würde ich auch sagen, wenn ihr dem zustimmt, dann machen wir das so. Dann beenden wir das Ganze. Wir machen den Betrag aus und dann werden wir, sagen wir mal, den großen Geldkoffer Richtung LRFD und Richtung AMR bringen und ich glaube, die werden sich drum freuen, dass wenigstens hier was Gutes rauskommt als gut und wohltätige Spende. Und wie viel habt ihr gedacht? Ja, das müssen wir jetzt besprechen. 5 Millionen von beiden Seiten. 5 Millionen von beiden Seiten? Ja. Ziehen wir durch, machen wir. Passt. 10 Millionen Dollar gehen zusammen. Ans FD und ans AMR. Gut, dann können wir uns jetzt erstmal ausziehen nach so langer Zeit. Endlich. Ah, ist das schön. Es tut mir leid, ich kann auch nicht. Ich kann nicht. Ich hab das selbe. Okay, oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, wir besiegen das noch mit einem Handschlag. Der Krieg ist damit offiziell beendet und wir machen jetzt was Gutes draus. Perfekt. Alles klar. Wie sollen wir das mit dem AMR machen? Die sind nicht mehr im Dienst. Ja, müssen wir nicht heute machen. Müssen wir nicht heute machen. Entweder so, wir vertragen es nochmal oder das FD gibt es halt weiter. Das könnten wir auch machen. Wir fahren uns zum FD, das gibt es weiter. Es ist halt die Frage, wem vertrauen wir 10 Millionen Dollar an beim FD. Ja, man sollte sich dann verfragen mal kurz was durch. Klaus Wolf könnte man es machen. Klaus? Ist Franz noch da? Kannst du mir mal bitte seine Nummer durchsagen? Weißt du die? Ich glaube, ich hab die sogar. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal gucken. Der Krieg ist offiziell beendet, Leute. Er ist offiziell. Ich kann es nicht glauben, wir haben eine Einigung gefunden. Ich hab's jetzt nicht gedacht, dass es so easy geht. Passt. Danke dir. Ciao. Brauchst du, Vince? Nee, ich hab's ja, danke. Ich glaube, wir sind jetzt beide, glaube ich, froh. Beidseitig, dass jetzt mal Ruhe einkehlt, oder? Es braucht definitiv einfach mal wieder Alltag. Ja, so ist es. Weil das, was da gerade Alltag geworden ist, ist absolut belastend. Das sind beide Seiten so, denke ich, ja. Aber, wann gut da kamst, geh mal zur Seite, bitte. Ich bin froh, dass wir was Gutes draus gemacht haben. Hast du kurz Zeit, in den Mirror Park zu kommen? Letztlich schon, weil alles andere war schon schwierig. Es war schwierig, ja. Ja, das sieben Wochen, Leute. Das sieben Wochen. Ja, also, ich muss sagen, ich hab mir jetzt auch die letzten, also, muss ich dir ehrlich sagen, ich hab jetzt eine Woche lang, glaube ich, nur über eine Woche, einfach Urlaub genommen, weil ich das einfach auch nicht mehr ausgehalten habe, so. Ich glaub, es war noch bei uns, weil ich sie gesagt hab, ach, jetzt auch keine Lust mehr, so. Es ist halt, ja, immer belastend. Es ist psychisch für alle Seiten belastend gewesen. Drei Tage, ansonsten sieben Wochen durch. Ich war zwei Tage nicht da, ansonsten sieben Wochen durch. Du warst sieben Wochen lang da und warst nur zwei Tage nicht da. Ja. Bei mir waren es drei Tage, also, finde ich mal. Alter. Ich seh mir die Tage schon immer, es kommt jeder Tag mehr vor. Deswegen hab ich ja gesagt vorhin, Chef, dass ich müde bin von dem Ganzen. Ja, ja. Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, also, ich glaube auch, dass bei euch in der Familie eben auch Leute da waren, die wirklich tagtäglich einfach da waren und für die Familie einfach gekämpft haben und ich glaube mal, ich sehe mal, aus so einer Situation wie so einem Krieg hat man auch einfach an beiden Seiten viel gelernt und ich glaube, damit sollte man auch einfach dann, ja, quasi jetzt im Guten auseinander gehen und naja, was die Zukunft bringt, das kann man ja dann immer noch sehen. Also, es ist ja nicht auf den Stein gemeißelt, dass jetzt zwischen uns nie wieder irgendwie irgendwelche Beziehungen, egal ob geschäftlich oder privat, erschen. Aber ich denke mal, es wird erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen werden. Es gab vor dem Scheißkrieg definitiv gute Beziehungen. Die kann man sicherlich wieder aufbauen. Bis dann. Und was sonst die Zukunft bringt, das sehen wir dann. Das ist die Zeit, die es dann macht. Also, das FD ist gerade noch in der Prüfung. Die nehmen sich aber jetzt gleich Zeit, Franz und Raylan. Und wir sollen einfach ein Dispett schicken, wo die kommen sollen dann. Dann würde ich mit Steffi kurz zum Gelände fahren das Geld holen. Machen wir so. Ja, das machen wir auch. Genau. Und die anderen können ja erstmal hierbleiben. Ich meine so. Wollen wir uns dann einfach hier mit den Treffen? Ja. Ja, die können herkommen. Ja, machen wir das jetzt. Dafür würde ich auch herkommen. Ich hatte noch eine kleine Forderung an alle. Der Shit-Talk muss aufhören. Auf beiden Seiten. Definitiv, ja. Weil ich kann euch versichern, wenn die Scheiße so weitergeht, dann irgendjemand reicht und der dreht durch. Dann fängt die Scheiße wieder von vorne an. Wir haben doch gerade im Auto drüber geredet bezüglich dem Streit am Hauptplatz. Mit der Kugel. Ja, ja, das war am Anfang. Das war doch auch Shit-Talk, oder? Das war Provokation von beiden Seiten. Eben. Dann lassen wir das auch und auch die Situation. wo man sich sicher fühlt. Das ist halt ein bisschen irgendwo sicher. Du, auch die Situation, wo ich dann einfach mal für Ruhe gesorgt habe im Krankenhaus. Ich glaube, das war auch von beiden Seiten einvernehmlich. Das war unnötig von uns. Nein, nein, es war jetzt das war letzte Woche. Ja, egal, es war dabei. Es geht jetzt einfach um die Zukunft. Ja, bleiben wir einfach neutral angestellt und behandeln jetzt nicht jeden wie Dreck oder so. Einfach neutral bleiben. Wir vertragen uns das erst mal. Ich glaube, man kann sagen, dass der Scheiß-Krieg einfach Vergangenheit ist und alles, was da drin während der Zeit passiert ist, einfach vielleicht nicht vergessen werden sollte, aber ich glaube, bevor man in Zukunft irgendwas handelt oder irgendetwas sagt, sollte man einfach zweimal drüber nachdenken. Weil man hat gesehen, dass ich gerade hier so durch die Reihe, sorry, dass ich unterbreche, aber ich gucke gerade durch die Reihe und zwei Sachen kann ich nicht vergessen. Das sind Edin und Ryan. Das, was die von sich gegeben haben, war maximal belastend. Ja, ja. Das habe ich auch schon den beiden gesagt, aber ich meine, Ryan lässt sich relativ wenig sagen und Edin habe ich zusammen gestaucht. Was haben die gesagt? Es haben beide gesagt, dass, also wenn ich den Wortlaut nochmal wiederholen, darf, wenn ich es richtig weiß, dass haben sie beide Toni, glaube ich, sogar angerufen oder Billy und haben gesagt, dass sie ihre Familie zerficken werden. Nicht nur das hier, sondern dass ihr oberste Prämisse ist, dass wir unsere Gedächtnisse verlieren. Und das geht nicht. Muss nicht sein. Geht auch nicht. Aber du hast ja zusammengestaucht. Ich habe sie, also Edin habe ich mir zur Seite genommen und habe gesagt, was das soll. Dann saßen wir zu zweit im Auto. Da hat er gemeint, für ihn war es in der Situation richtig. Nee, muss nicht. Ich kann es euch auch sagen, ich habe Edin, meine passenden Worte dazu auch schon rund getan und dann hat sich eben Ryan eingeschaltet und hat maximal noch Salz in die Wunde gestreut und das war einfach nicht angebracht, weil Edin hatte schon zurückgesteuert. War dann noch ein guter Move von ihm, aber das, was dann von Ryan kam, einfach zu verachten, der Typ. Muss nicht sein. Ich hatte so ein gutes Verhältnis mit ihm vor dem Krieg. Auch jetzt ist das vielleicht neutral, aber da braucht es definitiv ein paar Steinchen, um das wieder aufzubauen. Das gibt es, glaube ich, in vielen Situationen. Ich glaube, das ist auch, wie wir gerade sagen, das ist, glaube ich, von beiden Seiten verständlich. Natürlich. Das ist aber auch was, was nicht von uns als Gruppe ausgeht, das kommt wieder von Einzelpersonen. Das sind Einzeltäter, natürlich. und ja, da wäre es vielleicht gut, wenn man sich da dann vielleicht mal auch entschuldigt von deren Seiten aus, aber es kommt halt immer drauf an, das muss von denen auch kommen und die müssen so ernst sein. Ich denke eh, dass es auf beiden Seiten auch Firmen intern dann nochmal Nachbesprechungen geben wird und ich denke mal, das wird jetzt aber noch ein, zwei Tage dauern, bis sowas stattfindet und ich denke mal, spätestens nächstes Wochenende kann man sagen, dass zumindest eine Entschuldigung da noch angebracht wäre, spätestens. Weil ich habe zu Edin schon gesagt, so ein Verhalten ist eigentlich nicht zu entschuldigen, weil ja, auch wenn es Krieg war, aber ich meine, die Gesundheit von der Person, auch wenn man auf sie gerade geschossen hat, sollte trotzdem einem irgendwo noch am Herz liegen. Wir wussten zwar nie, wer unter der Maske steckt, aber trotzdem, es sind alle trotzdem nur noch Menschen. Weise Worte. Danke. Gut, dann würde ich sagen, ich fahre mal los. Oder wir fahre mal los, wir kommen dann gleich wieder, wir machen das hier, glaube ich. Ja, wir fahren auch eben los. Alles klar. Jawohl. Bis gleich. Dann ziehen wir uns gleich. Oh, ich kann endlich meine Sachen ausziehen, bin ich froh. Ey, können wir bitte irgendwo zu einem Shop vorbeifahren, dass wir uns umziehen können? Ich halte es nicht mehr aus. Chefe, eine wichtige Durchsage, die mache ich gleich per Funk, du wirst es gleich mitbekommen, kam von Freddy und Ryan. Einmal an den Funk, es wird ab sofort rein Anzug beziehungsweise Hemd mäßig nur noch von der Führungsetage getragen. Die anderen bitte irgendwie ein bisschen absetzen. Warum das? Das hat er nämlich, pass auf, weil bei der Einstellung von Giorgio, doch, aber nicht dauerhaft und auch nicht zu irgendwelchen großen Events, so wie jetzt zum Beispiel gleich, wenn wir uns mal mit dem Kartell treffen, zieht die Führung Anzug an und der Rest halt irgendwie anders kleid, bitte. Ne, das ist die, fordkott mir Robach rein. Können auch einen Chefanzug holen. Obala. Also ich würde auch ganz gerne irgendwie so ein Firmenanzugsoutfit für die Führungsetage einfach festlegen, weil Freddy meinte eben zu Giorgio, Giorgio war mit Anzug am Vorstellungsgespräch und da hat er ihm die Frage gestellt, ob er wirklich immer Anzug trägt und da meinte Giorgio, man sieht mich nicht anders. Da hat Freddy und Ryan, Frein, genau, haben beide gesagt, dass sie eben eher die Führungsetage in Anzug sehen und nicht die anderen. Oh, okay. Verstehe ich. Boah, ich bin so froh. Oh, Alter. Das Ding ist, das Ding ist aber Fried, ich hätte es, ich hätte mir alles gedacht, ich dachte mir nicht, dass das heute hinhaut, ne? Ich dachte nicht, dass das heute hinhaut. Anzug neu. Ich will, glaube ich, diese Weste jetzt erst mal die nächsten Tage nicht mehr sehen. Ja, ebenfalls. Oh, das ist die schmale Krawatte. Perfekt. Ja, genau. Ja, ich habe die dickere. Schmale Krawatte und Handschuhe habe ich. Okay. So, dann brauchen wir noch die 5 Millionen, die holen wir noch ab. Ja, genau. Das ist eine dicke Spende. Was, wie ist man jetzt Anzug anziehen, oder was? Führungsetage, schwarz. Ja, ich höre ich, mein guter Mann. Pass auf, pass auf. Äh, Ding, schau mich an. Äh, ja, ich glaube, ich habe so ihn. Irgendwie sowas würde ich auch als Führungsetage anziehen. Ja, genau, der schmal Anzug. Ich meine, wir haben ja, ich hatte ja früher mal den Firmenanzug erfunden. Der hat sich ja sogar ein bisschen durchgesetzt. Du hast ihn erfunden. Ja, ja. Das war ein Anzug, den Olli und ich damals, immer wenn wir uns irgendwelche bei Besprechungen hatten, den haben wir immer getragen. Und irgendwann hatte den dann wirklich fast jeder. Das ist zues, äh, ein Jackett mit roter Dönerkrawatte. Wir können uns auch einfallen lassen, dass man zum Beispiel sagt, äh, Führung trägt schwarze Krawatten, die andere eine andere oder so. Weißt du, was ich meine? Wäre auch eine Möglichkeit, dass man es an der Krawatte ausmacht. Oder dass man, oder dass man zu großen Events Outfits erstellt, ähm, gibt es ja auch diese, ah, wie heißen die, ja, so eng anliegende Kragenpullover. Mhm. Und da, dass die Führung schwarze Westen oder weiße Westen zu großen Events anzieht und die anderen schwarze oder eben dann die andere Farbe. Genau, da kommen wir mal gucken, was wir machen. Finde ich aber mal ganz cool. Ja. So. Puh, 5 Millionen Dollar weg. Aber wenigstens für was Gutes. Was haben wir da noch in der Firmenkasse? Ja, wir haben über 8 Millionen drin. Ja, gut. Also es, es stört, finde ich, nicht so krass, weil es liegt eh nur rum. Und wir haben ja erst fett Autos gekauft im Krieg jetzt. Und ich denke mir so, und ich muss auch sagen, ich bin froh, wenn wir nächstens was Gutes draus machen, weil die hätten es jetzt echt mal verdient, dass die da sich das dann aufteilen dürfen. Ja. Mein, hallo, sind 10 Millionen Dollar. Kannst du schon mal anfangen, da kannst du alles ins Equipment reinstecken. Sollen wir mit dem Maybach wieder in Krono oder ist hier ganz was geworden? Könnt ihr machen, ja. Maybach. Ja, da machen wir den Tresor mal auf. Die Seine, wochen, bei euch noch goldenen und auch schwarzen, das da stehen symbolisch nur da. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Fünf Millionen Dollar. Immer noch Millionen Dollar. So, ich hole mal einen Koffer. Ich fack das mal schnell ein. Jawohl. Passt. Fünf Millionen Dollar ist verpackt. Krass. Wie wenig es dann doch in so einem kleinen Koffer aussieht, gell? Ja. Ja, wenn du, wenn du fette Scheine hast. Ja, wir auch. Ja. sind alle dabei, kriegt keiner da. Sieben lange Wochen. Naja, du weißt ja auch nicht, sie waren schon viele. Wenn man es ausrechnit, wenig waren sie nicht. Ich glaube, an Rechnungen haben wir bestimmt vier, fünfhunderttausend gezahlt. Also alleine Blitzerrechnungen. Guck mal, ich lege es hinten rein. Ja, ja, klar. Ich habe heute alleine nochmal 114.000 in Blitzerrechnungen gezahlt. Aber genau deshalb zahle ich mir die Rechnung immer direkt. Ja, ich habe es halt jetzt einmal, das sind immer so wochenweise, also wirklich. Da, dass wir kaum von der Polizei angehalten wurden, haben die das eh nicht mehr kontrolliert. Und dann. Boah, was glaubst du, was sich die Polizei freuen wird, wenn dieser Krieg vorbei ist, wenn ich da draufkomme irgendwann. Aber wir sagen es nicht. Einfach nicht sagen. Einfach, einfach sich so denken, oh, die sind ja auf einmal weg. Heute war Brot aufnehmen bei, ach, das wäre schön, Marius. Wir müssen uns auch nochmal ein Firmenkonzept überlegen, was wir jetzt an die Öffentlichkeit weitertragen, ob wir, ja, Hundebande bleiben, Saugstauber GmbH wieder eröffnen oder. Ja, werden wir mal gucken, was wir raus machen. Ich meine, das mit dem Westen ist halt sehr auffällig, wer da heißt, das ist die Scheiße. Aber, ja, klar. Ja, wir werden uns da was einfallen lassen. Ich meine, dass wir so untergetaucht sind ein bisschen, war ja nur, weil wir umgezogen sind. Aber, es spricht sich halt eh wieder rum, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nach ein paar Tagen spricht sich das rum. Es weiß eh jeder, es weiß eh jeder, dass wir da sind. Eben, das ist das Problem, das bringt sich halt nichts. Wir wollten halt, die ersten Tage wollten wir halt, ne? Ja. und war halt so ein bisschen testweise, aber so komplett undercover können wir eh nie sein. Das wäre nie funktionieren. Also, bis zum Kriegsanfang, bevor wir nicht mit Hundebande-Weste gesehen wurden, hat es tadellos funktioniert. Also, nur die Kunden und die Biker wussten, dass wir noch da sind. und ansonsten die Mafia und... Ja, wer weiß, ob irgendwer gequatscht hat, du weißt es ja nicht. Muss nur wieder irgendwer am Hauptplatz irgendwas gelabert haben und dann war es da schon wieder. Weißt du? Das ist halt das Ding. Ob wir da jetzt wohl in die Feuerwehr-Zeitung kommen? Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ob wir da da rin kommen. Wir parken einfach jetzt mal zweite Reihe, weil wir es können. Ja, wir können es einfach. Jetzt erst mal ein Tick, jetzt ruhig schon noch schnell. Musst du mal aufmachen, komm noch schon hier den Koffer raus. Achso, ja, warte. Ähm, ja? Na, komm mal. Ah. Oh, Tür ist offen. Mal zu. Zack. Wow. Vielen Dank. Hallo. Es hätte Menschenkegel gegeben gerade. Habt ihr schon mal fünf Millionen Dollar im Koffer gesehen? Jetzt habt es. Je. Hey, weil jetzt macht doch mal auf den Laden da. Ich übernehme den kurz. Kannst sagen. Nehmen wir den. Jason. John, was kriege ich im Outhouse für fünf Millionen? Jason? Ja? Zieh diese scheiß Weste endlich aus. Ah, Entschuldigung. Das ist so nicht. Nicht doch. Wir sind unterwegs. Ja, ja, wir warten. Wolfi, ich habe eine Allergie gegen die Weste. Zieh sie jetzt bitte wirklich aus. Mal ganz kurze Frage. Hat jetzt eigentlich jemand von Flo was gehört seitdem? Nö. Der ist einfach krank. Das ist sowas. Der ist immer nur ein kranker. Ich hatte so einen warm Ausschuss da hat mir geschrieben. Ah, okay, gut. Ich habe mir komplett vergessen. Schau, Chef. So was, was, so was, was, äh, Wolfi quasi anhat. So die Kombi. Sie haben Kragenpullover, Anzughose, Anzugschuhe. Erinnert mich aber... Das ist von der Beerdigung von Thomas. Nein, das ist nicht. Auch ans Auto vom Kartell, wenn du es mal vergleichst. Die haben dasselbe an und andere Farben. Ach, du, das weißt du doch gar nicht mehr. Stimmt, ja. Weißt du doch gar nicht. Du kennst doch Thomas nicht mal. Alter, das wisst du von mir. Hä? Bei mir steht der Thomas Beerdigung dran, du. Vergiss nichts. Auf meinem Anzug, ah ja, okay. Ja, nicht auf deinem, aber auf meinen, der genauso aussieht wie einer. Damit es einen halt nicht aussieht. Ach so, auf deinem. Aber wir überweisen gleich 5 Millionen Dollar. Ach so, okay. 5 Millionen. An die Cops hätten wir es auch geben können, aber derin hätten die nicht annehmen dürfen. Das ist das Problem bei Polizei. Du darfst bei Polizei nichts geben. FD, AMR kannst du immer gar nicht geben. Ist das Sicherheitsabstand? Ja, anscheinend. Bei Polizei auf jeden Fall. Corona-Abstand. Auf noch. So, du musst dich richtig rein. Ein bisschen mehr brauche ich schon von dir. Also das mit dem Aufreihen klappt drüben besser. Ja, das wollte ich gerade sagen. Auch schon daraus wollen wir die sagen. Einer muss von links nach rechts, bitte. Von euch. Oder er schiebt. John. Sonst schieben wir auf, oder? Ja, er schiebt. Komm, ich bewege mich einfach. Schieben, schieben, schieben. Ich bewege mich, wenn ich das mochte, ich konnte es nur schieben machen. So, jetzt über das Zelt jetzt. Jetzt ist halt über. Ja gut, lass mal so. Ja, war's schon. Einfach so lassen. Lass einfach. Also hört mal auf rein, funzt ja drüben besser. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, wir machen, guck mal, Chefs vorne und die Mitarbeiter hinten. Dass die Rangordnung klar wird. Das sieht aus wie, wenn wir so warten auf eine Hochzeit, ne? Wenn so wer reinkommt und da vorne steht die Braut und der Bräutigam. Ich würde sagen, Braut und Bräutigam steht schon rechts von uns. Stimmt. Ah, ja. Ach, Eheberatung. Ah, ich verstehe. Ja, wir sind schon so weit, dass wir Eheberatung haben. Wissen die überhaupt, warum sie hier sind? Ne. Glaub ich es ja noch nicht. Ne. Wissen Sie noch nicht, warum ihr hier seid? Lass da verteilen. Ich will es eh nicht sagen. Ich will es eh nicht sagen. Ich warte nur. Er muss natürlich noch so eine gute Minute geholfen. Lass uns den Haus bluten. Guck mal, ich habe das FD jetzt erst gesehen. Alter. Ey Leute, wisst ihr gleich, wie schön das ist, wenn wir uns endlich wieder normal anziehen können. Wir können normal auf die Straßen gehen. Wir machen was Gutes. Beide Seiten haben sich jetzt geeinigt. 5 Millionen Dollar. Also für alle, die jetzt eingeschaltet haben, 10 Millionen Dollar gehen ans FD und AMR. Schade. Was ein Dreck, Junge, wirklich. Wir haben einfach einen Ausweg gefunden. Ich wollte gerade sagen, Krieg ist beendet. Einfach mit 14 Leuten in Juve rein. Let's go. Das ist sieben Wochen lang. Sieben Wochen. Das würde ich schon sehen, bin ich ehrlich. Aber es los sich gar nicht. Egal. Einfach von Fun. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ich würde das auch passen, wenn Wolfi jetzt hier zwischen uns kommt, dann sind wir auch perfekt aufgereizt. Na, ich kriege gar nirgends hin. Lass es mir ruhig. Ist da jemand? Da stand aber noch jemand. Was? Ist nicht ausgerückt worden. Ach, Leute. Ne, ich glaube, da stand wirklich jemand. Oder, warte. Ne, glaube ich nicht. Da floh war es wieder. Schiebt es euch mal einer da rein. Okay, komm. Was ist jetzt mit Floh? Schieben. 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 Komm, komm, komm. Oh, Schmiederschein. Das ist aufschieben. Okay, komm. Jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ja, besser. Dann komm, jetzt ist es besser. Erzähl mir gleich alles. Ich sag dir ehrlich, ich dachte irgendwie, dass deine Kette so ein Kopf-Bench ist. Es sieht aus wie so ein Zivi. Können wir uns auch einigen, dass wir diese schmale Krawatte nicht benutzen können? Weil ich glaube, das Outfit sagt so einiges. Drei mit der Breiten, einer mit der schmalen. Ja, das muss halt dann was anderes angepasst in seinem Körper. Triggert mich gerade. Tja, lang und schmal, aber... Ja, okay, gut. Ja, das wollte ich nicht wissen. Das war nicht die Frage. Ihr wisst, in den Krawatten muss man aufrollen, also... Achso, tschak. So lange, wenn du nichts anderes rollst, dann ist gut. Achso, da kommen sie. Oh, doch. So, jetzt Menschenkegel dahinten. Ja. Ich dachte, der ist vor allem eingestiegen. Ich weiß nicht mehr, wer Billy ist und wenn nicht. Stimmt. Ich bin der Richtige. Ich wollte gerade sagen, Billy ist ein bisschen mit dem Hemd. Achso. Ich bin der Richtige, Sam. Ja, Mann. Billy, hast du einen Zwillingsbruder? Oh, das ist schon ein paar. Ja. Ja. Krass, Bruder, das ist zwei Sitz 2. So. Der hat auch der Schwerstbesoffen. Gut. Bitte. Ist er bei ihm? Ja, kann er mitbringen. Ihr dürft. Vom AMR kommt tatsächlich noch jemand. Dann können wir es gleich... Dann warten wir da noch, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, dann warten wir noch. Ja, wenn ihr den Moment auch noch habt, der Jan vom AMR kommt noch. Ah, wunderbar. Ja, wir haben vorhin keine Lange. Ah, jetzt ist Flo nicht dran. Naja, es ist nicht im Dienstag, oder wir haben ihn gerade erreicht. Falsch hat Platz. Ja, das ist, Leute, das ist ein einmaliger Moment, den wir jetzt gerade betrachten können. Ganz verwirrend, ne? Wir machen das erste Mal was Gutes. Hör auf, Alter. Warum habt ihr nicht eure Mai-Bad-Limusine geholt? Aber warum? Wir machen kein präpotentes Auftreten, oder? Die Präpotenz. So, jetzt Hydro, die Dank für's Whipwerden. Ileano Sänger, Dank für's Whipwerden. Dogdriver, danke auch für's Whipwerden. Marius Fischis, vielen Dank auch für's Whipwerden. Und jetzt Ballfraktion auf dem Christkindl. Mag ehrenamtlich Punch ausschenken. Wir wollten die Zwecke. Sehe ich mich. Nummer 5 Euro, schau dich schon sehr lange. Bis eine tolle Person. Da ist schon Leonard nochmal. Vielen Dank. Boah, You-Chin voll. Luca, gell mir dann für 2 Euro, You-Chin. Kannst du mich meinst von Darko, You-Chin? Mai, dank für's Whipwerden. Wie schwer das Ding ist? Marc, schöner Dispatch. Ja. Stell du dich in einen Meter, das sieht doof aus aus. Achso, mich meinst du? Ich dachte schon, was sieht denn so doof aus? Das ist der Sound, ob ich bin. Ich meinst wegen der Krawatte. Nein. Ich trögerest, dass die Krawatte da ist. Ich passe nicht mehr in das Hemd rein. Ich bin so fett geworden. Ich hab so viel Pizza gefressen, das ist nicht mehr normal. Ab morgen also Sportprogramm? Definitiv. Bist du warst, finde ich, will mir die Zellwurm bringen. Sport. Ja, ich wollte gerade sagen, wie der Sport ist Mord. Sport am Mordplatz habe ich gerade ein Déjà-vu. Deswegen habe ich da gesagt. War das nicht Drill Sergeant Freddy? Was war denn was? Matsch, Wolf und Igor vom Kran. Was? Aber man hat ihn noch gehört, der kam gerade so mit seinem bunten Fallschirm. Wir sind am Hauptplatz nach einer Runde Sport mit Freddy Fallschirm sprengen gegangen in dem Kran da. Und Wolfs Fallschirm ging nicht auf und Igor ist irgendwo hängen geblieben und dann auf der Runde geklatscht. Ach, mal wieder ging er nicht auf. Das würde ich jetzt behaupten, ja. Soll ich euch sagen, warum der Fallschirm nicht aufging? Ja, wir haben ja nicht angerufen. Erstmal drauf, ja. Wolfi, weißt du noch? Kannst du den Koffer kurz halten? Ja. Ja, irgendwie. Er hat schon probiert, das Zahlenschloss zu knacken, hast du gehört? Er hat schon probiert. Oh, mein Freund. Na? Ich glaube, ich habe noch mehr. Rüber da. Er hat Angst. Ich glaube, der Fahrer ist gemein. Ja. Ah, das ist Jeff, glaube ich. Wir haben reingefahren, sind in die Limousine. Weißt du, guckt er den Platz hier an und er packt sich genau hinter die Limousine, Alter. Ich glaube es nicht und packt dann erstmal voll, kann er ein. Wie mad da hinten. Guck. Da geht gerade das Mad ab. Guck. Das zahlt er jetzt den Schaden. Das ist der Sound, auf ich spende. Oh, nö. Darfst ruhig näher treten. Das ist der Sound, auf ich spende. Das ist nicht der Sinn der Sache, Jan. Dann stell dich zu Franz. Wollt ihr gerade sagen? Ich würde sagen, ihr hattet die Idee. Marc, vielleicht kannst du nochmal erklären. Ja, nee. Wir wollen einen wohltätigen Zweck damit bewirken. Aufgrund dessen, dass, ich sag mal so, die letzten Wochen sehr viel Arbeit bei euch war, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir euch ein bisschen Geld spenden. Für den wohltätigen Zweck fürs AMR und fürs FD. Aufgrund dessen, dass es, wie gesagt, die letzten Wochen sehr hart zugehen bei euch. Und aufgrund von gewissen Umständen, haben wir ja mitbekommen. Und aus dem Grund würden wir euch, also dem kompletten AMR und dem kompletten FD, gerne 10 Millionen Dollar spenden. Ui, 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 was? Da ist ein starkes Stück. Du kannst gerne schreien. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gefasst, aber sehr angetan. Und gerührt. Danke. Wir würden halt gerne die Koffer euch gerne übergeben. Also einmal AMR und einmal FD, wer auch immer den Koffer haben möchte. Und wir freuen uns, dass wir irgendwo wenigstens helfen können. Sei es Fahrzeuge oder sonst was. Ja, wir freuen uns, dass die Streitigkeiten beigelegt werden konnten. Das freut uns am meisten, aber vielen Dank für die große Spenden. Jan, magst du einen? Ich hole mir den, ich weiß nicht, ich hole mir den von Jan Ruppe ab. Mach mal so. Ja, mach so. Ab jetzt gratis Behandlungen für alle. Bis die fünf Millionen aufgemacht sind. Ganz gratis schon mal, ja. Ja. Oder wir machen so eine Punktekarte. Jede hälfte Behandlung ist gratis. Bitte alles ausrechnen an die ganzen Angestellten und dann halt ausbezahlen. Wie sich das gehört. Oder halt, dass die Angestellten da ausbezahlt werden. Müssen wir gucken, dass es ein bisschen, wir werden, wir werden auf jeden Fall, wird jeder was davon haben. Ja, wir machen Auszahlungen für jedermann, Franz. Ja. Weil so bekommen dann auch alle was davon, wenn sie viel gearbeitet haben, ja, die letzten Wochen. Vielen Dank, Herr Ruppe. Gut. Ich danke euch nochmal für den Einsatz. Das war sicherlich eine maximal belastende Situation in der Zeit. Und war ja auch immer relativ stressig und dazu kam noch der Shit-Talk von beiden Seiten, wo ihr auch keinen Bock mehr drauf habt. Dann kam das mit dem heutigen Tag alles beiseite gelegt. Es war viel Stress, wir haben viel ackern müssen, aber wir haben zum Glück, soweit ich weiß, jeden holen können. Ihr habt es einfach durchgeackert. Naja, und die Bärte hat auch ziemlich durchgeackert, muss man auch sagen. Die Nachtschicht durchgeackert. Ah, die hat ihren Teil schon. Die hat bestimmt 25 Kilometer abgenommen. Ja, ja, deswegen hat sie von uns schon ein halbes Schwein gekriegt mit Senf und Toast. Wenn sie wieder auf jeden Fall 150 kommt. Die ist jetzt gleich. Deswegen ist Flo jetzt auch im Krankenhaus. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass wir wenigstens was... Fand ich, war eine sehr, sehr gute Idee, Max. Ja, die kommt von tatsächlich unseren Leuten, die hatte ich gar nicht. Die kam von unseren Leuten, die fand ich auch super, die Idee. Weil so haben wir wenigstens was Positives gemacht dann noch. Das ist echt gut gewesen. Wer von euch hatte nochmal die Idee? Ah, da. Also eigentlich geht auch ein großes Dank an dich raus, dass du die Idee überhaupt hattest. Ja, genau. Gute Idee, wirklich. Ich denke, damit könnt ihr gut was anstellen, ob das jetzt irgendwie Fahrzeuge sind, ob ihr das aufteilt für die stressige Situation, irgendwie als Sonderpaycheck, was auch immer dabei rumkommt. Gibt's nicht alles, Bertha. Genau. Nee, nee, die hat ihre drei Schwanenfeige bekommen, die ist glücklich. Die ist irgendwo auf einer Insel. Meinst du, ich krieg ein Pflaster für 5 Millionen? Klar. Ein goldener. Kann ich vielleicht 5 Stück von der Heilsalbe haben, die kühlend ist? Könnt ich mir da immer draufschneiden. Die die Schutzverletzung heilt, oder? Ja, genau. Kann ich ihn gleich rausgeben, Herr Rumpel, kein Problem. Bei der Purge hatte ich einen Verbandskasten, so einen könnte ich gebrauchen. Oh, da stimmt, da stimmt. Bei der Purge hatten wir Ärzte. Jawohl. Und Mechaniker. Also nicht nur ihr hattet Ärzte zur Purge. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich von irgendeinem Suburban oder einer Bierkette überfahren wurde. Wirklich. Die Turmzahl. Ja. Es ist so schlimm gewesen. Gut. Wir müssen weiter. Ja. Der restliche Dienst ruft noch. Wir bedanken uns, wie gesagt, nochmal und wir sehen uns dann im Alltag dann wieder. Die gehen jetzt safe in Urlaub. Auf Alltag. Die beiden zusammen. Wir machen erst mal eine Woche. Drei Wochen, mal da, ab geht's. Wir fahren direkt ins FD und dann geht das in die Zählmaschine und dann ist gut. Ja. Gut. Vertraut mich, oder was? Ja, ist so Zählmaschine. Weißt du, er betont es doch mal extra, da geht es erst mal in die Zählmaschine. Dass wir das jetzt einstecken wollen. Nein. Ja, gut. Gut. Gut, danke euch auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Jawohl, danke schön. Vielen lieben Dank. Danke. So, wenn wir uns den Standortspruch bringen, immer schön sauber bleiben oder lassen wir das lieber? Ich, ja komm. Raus aus der Straße. Er muss erst mal hier durchkommen. Übrigens, das Haus gehört jetzt auch uns. Guck mal, er hat kein Auto. Aber er hat 5 Millionen. Ich glaube, davon kann er sich ein Auto kaufen. Schön gut. Ich werde jetzt instant it's out, aber er weiß das gar nicht. Alles gut, du kannst es einfach unter dein Fußmarze liegen lassen, ne? Ich glaube, der hat kurz hell zugekauft. Nee, das hat der Kont ignoriert. Wir ignorieren ihn einfach beim Rückwärtsfahren. Das ist echt lange her, dass wir mal goldene und schwarze Maibachs zusammenstanden, ohne dass man sich direkt die Reifen zerschossen hat. Es ist insgesamt schön, gegenüber zu stehen, ohne eine Kugel zu kriegen. Absolut. Wurde echt Zeit. Ja, auf jeden Fall. Damit ihr das auch für euer Gefühl wisst, so lange hätte es von unserer Seite auch nicht mehr gedauert. Nee, ich bin echt froh drüber. Ich bin heute wieder zurückgekommen, nachdem ich mir ein bisschen Urlaub genommen habe und hatte das schon die ganze Zeit im Schädel und dann kamen halt die Leute auf mich zu und meinten, sie haben sich genau dasselbe schon schon gedacht und ja, habe ich gesagt, wir sollen auf der anderen Seite nicht viel anders sein. So ist es. Ja. Gut. Dann belassen wir es dabei. Neutrale Einstellung gegenüber. Dann passt das und ja. Opa auf dem Hauptplatz wieder einmal. Ja, was? Stimmt. Opa auf dem Hauptplatz wieder einmal. Wir können wieder auf dem Hauptplatz. Ich würde sagen, wie wir da los sind am Go-Kart fahren, aber das wird wahrscheinlich ein Chaos. Ja, das stimmt. Nicht wirklich. Stellt euch mal vor, Alter. Fütschleute beim Go-Kart fahren. Lasertag ist das FD bereits wieder voll belegt. Lasertag ist, glaube ich, zu sehr begrenzt. Ja. Stimmt auch wieder. Ja, wir brauchen aber wieder unsere alte Farbe. Ich will das nicht mehr sehen. Wir haben noch genug Zeit. Was hatte die für eine Farbe davor? Dieses Bräumliche. Ja, wir hatten die vorher. Das wird es auch wieder werden. Ich dachte, ihr lautet immer schon die goldenen, die normalen. Das wusste ich gar nicht. Nein, nein. Das war immer so, aber das war halt, wie ihr jetzt schon sehen könnt, lauft mal dahinter das Haus, dann sieht der Pullman aus wie ein Schwarzer. Ah, okay. Es ist einfach drin. Je nachdem, wie das Licht fällt. Jetzt steht er auch noch gerade unter einer Laterne, aber wenn er im Dunkeln steht, sieht er schwarz aus. Das war ja am Anfang bei der Schießerei unten an der Versicherung. Das war einer der ersten großen. Da wusste man ja gar nicht, welcher Maybach da jetzt wirklich von uns ist, von euch ist. Es wurde einfach auf alles und jedes geschossen. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, dass es der grün wäre, ganz am Anfang, der hier. Das ist ja so dunkelgrün, oder? Dunkelgrün mit schwarz, dachte ich zuerst. Ich dachte, ich hätte eine Farbschwäche. Nee, aber wenn du wirklich weit weg bist vom Auto, dann denkst du zuerst vielleicht ein bisschen dunkelgrün, wenn es dunkel ist, ja. Alles klar, dann belassen wir es dabei und ich wünsche euch, einen schönen Abend, hätte ich gesagt. Alles klar. Euch auch. Schönen Abend. Dankeschön. Ciao, ciao. Man sieht es uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ach, ach, ach. Ach, das war jetzt was, ne? Da hab ich gefragt. Er kann mich zum Haus bringen? Jo. Intenser Moment, Alter. So intens einfach, dass das geklappt hat. Ähm, Marc, hast du dann noch fünf bis zehn Minuten? Aber natürlich. Ich müsste mit dir nochmal... Du, ich hab jetzt Zeit. Holger. Ich werde jetzt erstmal meiner Frau schreiben, dass ich sie endlich einstellen kann. Also meiner... Wir sind ja nicht verheiratet, meiner Verlobten. Äh, ich geh den jetzt abholen. So. Ei, ei, ei. Okay, perfekt. Malbach, jetzt weg. Erstmal. Malbach, jetzt weg. Ja. Ey, ich... Alleine das ist schon für mich jetzt grad Luxus, ne? Ey, das ist mal... Wir haben alle grad... Sick Life sieben Wochen scheiße gelebt. Jetzt fängt das Leben wieder an. Ist das schön. Endlich wieder chillen. Endlich wieder chillen, ne? Aber was fahren wir denn jetzt auf einmal? Weißt du, weißt du, davor... Malbach würde ich sagen. Nein, nein. Ganz ehrlich. Weißt du, davor... Entweder Kennzeichen ab oder Folgetöne und jetzt weiß man nicht mehr, was man fahren soll. Ach komm. F-Malbach. Ja, dann wird sich jetzt alle Platz, ne? Komm her, Schiffe. Oh, ich versuchte. Ich muss grad sagen, die können hier ja selber... Ah ja. Ja gut, weil ich hab hier keinen Schlüssel fürs Haus. Oh, jo. Du tust gleich, dass du hier wohnst. Ich hab auch nur einen Schlüssel fürs Kuschverkaufen für die. Ah, okay. Daher, dass ich halt wirklich jeden Tag da war, konnte ich halt jeden Tag Preise auch checken. Na ja, meine Zeiten waren 18 bis 2 Uhr in der Früh. Jeden Tag. Jeden Tag? Boah. Aber ey, das ist echt heftig, wenn ich mal... Also, weil ich das gehört hab hier auch. Äh, einfach immer da gewesen bis auf, äh, zwei Tage. Jetzt immer. Ja gut, bei mir waren es drei. Daher, dass ich jetzt gestern und vorgestern jetzt da war. Ansonsten wär's bei mir ein Tag gewesen. Ja, aber ganz ehrlich, also ich hätt das nicht durchgehalten. Ich hätt Urlaub gemacht für ein paar Tage. Immer wieder zwischendurch. Ich hätt, ich hätt's nicht aushalten. Wirklich nicht. Ich hab halt für mich gesagt, ich mein, klar, Director-Position ist jetzt, sag ich mal, sie ist wichtig, aber nicht kriegsentscheidend, blöd gesagt. Ähm, aber ich hab halt trotzdem einfach immer geguckt, dass zumindestens auch wenn irgendwie die Mitarbeiter Probleme hatten, dass sie halt zumindestens einen Ansprechpartner immer hatten. Und Probleme wurden ja eh dann immer geklärt, direkt von dem her. Aufgestaut hat sich nur eine Sache und die besprech ich noch kurz jetzt mit dir und dann genau. Dann erstmal hier fett, äh, Partywagen. Oh ja, hinten DJ-Polt und ab dafür. Ja. Wenn noch ein bisschen was angehen, schätze ich mal. So, wir fahren mal nach vorne. Ich bin am überlegen, ich, 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 ich stell mich einfach hier. So, jetzt bitte wieder hinten parken. Wie bitte? Es wird jetzt wieder hinten auf der großen Wiese geparkt und nicht mehr vorne in der Garage. So. Wollen wir es hier draußen machen oder wollen wir ins Büro kurz gehen? Wir können ins Büro gehen. Ja. Dann hat das auch keiner, wenn es wichtig ist. Es ist sehr wichtig, ja. Ja, dann lieber im Büro. Boah, hat irgendwann auch von daher ein Kennzeichen, was du mal eben so jetzt im Hauptplatz bald verspringen kannst. Ja, ja, ich bin gerade weggefahren. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, ist so. Ja, passt. Äh, könnte bitte nochmal, wirklich jeder, der gerade nochmal kann, also Holger und Ramsey auch bitte nochmal kurz zum Gelände kommen. Ich, wie gesagt, kurz ein Chef in Thema. Ich würde dann gerne nochmal euch, von euch dann auch nochmal die Meinung von euch allen hören. Ja, das ist ein Glächer. Also, Führungsetage einmal bitte nochmal zum Gelände. Ähm, an alle jetzt nochmal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Äh, Vince, bleibst du kurz draußen? Ich rede kurz. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. So. So. Was gibt's denn? Ähm, es ist jetzt vorgestern und am Mittwoch letzte Woche ist was vorgefallen, was von Freddy, der Person gegenüber, klipp und klar, die Ansage rüberkam, dass er es zu unterlassen hat und dass er aufpassen soll. Es geht um Igor. Mhm. Ähm, er hatte einen Gedächtnisverlust, hat sich nach seinem Gedächtnisverlust in der Kriegszeit viel zu viele Sachen erlaubt. Hat, ähm, auch dazu geführt, dass Leute von uns draufgegangen sind. Da hat er von, ähm, Freddy schon eine Ermahnung bekommen. Ja. Dann, ähm, hat er sich uns Vorgesetzten total respektlos verhalten, was in Situationen geendet sind, die wirklich nicht an der Schön waren. Ähm, hat er auch nochmal von Freddy eine Abmahnung bekommen und hat gesagt, es wird keine dritte Ermahnung geben. Und vor zwei Tagen kam jetzt halt an mich heran, ähm, von mehreren Mitarbeitern und auch vom Liam aus der Führung, dass Igor sich in den letzten Tagen aus der Kriegsführung komplett rausgehalten hat, ähm, sich ausgeklangt hat, sich mit Zivilisten getroffen hat, äh, trotz Kriegskleidung und, und, und. Und selbst wenn wir die Shootouts mit dem Kartell hatten, hat er sich komplett ignoriert, ist außer Funk gegangen, hat sich nicht mehr bei uns gemeldet. Ähm, ich würde dich bitten, ich, wie gesagt, ich will nochmal einmal kurz die Meinung von den anderen drei hören, ob die da auch nochmal was mitbekommen haben, ansonsten, dass ich du bitte mal mit Freddy besprichst. Ja, das wollte ich gerade sagen, das würde ich dann gerne nochmal mit Freddy besprechen, wenn er ihn schon beruf, dass er mahnt hat, dann kann ich da besser urteilen. Genau, dass er eben auch nochmal Freddy dir die, äh, Seite zeigt, die er, also, oder mal Dinge erklärt, einfach auf seiner Seite. Ähm, und dass ihr dann beide euch da bitte nochmal zusammensitzt, weil, ich glaube, niemand hat was gegen Igor, aber sein Verhalten, äh, sein Verhalten nach seinem Gedächtnisverlust ist einfach nicht angebracht derzeit. Alles klar, ne, dann, äh, werde ich das Freddy ansprechen nochmal, wenn er da ist. Ja, ist klar. Äh, Führung 7, da kommt ihr kurz mal ins Chefführer. Ja, ja. Dann können wir die nochmal gleich zu fragen, ansonsten. Ja. Ja, wie gesagt, äh, das ist sowas, das würde ich immer mit Freddy besprechen, vor allem, er hat ihn zweimal ermahnt, hast du gesagt, ne? Genau. Ja, gut, dann. Zwei, zwei Ermahnungen ausgesprochen und es wird keine dritte geben. Ne. Und deswegen. Äh, nur schon mal ganz kurz für euch, ähm, Holger war jetzt die letzten Wochen nicht da, der wird das, denke ich mal, nicht mitbekommen haben, aber, ähm, ihr habt das mit Igor mitbekommen? Ja. Ja. Was ist eure Meinung dazu? Er hat von Freddy zweimal gesagt bekommen, dass er aufpassen soll. Geändert hat sich nicht wirklich viel. Vor allem, ich kann mich noch an die Worte von letzte Woche Samstag von Freddy erinnern, ein drittes, eine dritte Ermahnung wird es nicht geben. Ähm. Hey, die 50 ist überfallen. Wie gesagt, ich hab's jetzt scheiße weitergegeben, grad auch, dass eben das Aktuellste jetzt mit, ähm, dass er sich eben komplett außer Funk gehalten hat und es ignoriert hat. Er wird's mit Freddy besprechen, aber ihr seid, also ihr habt, blöd gesagt, auch das Gleiche gehört wie wir alle, dass er, ja, sich halt nicht angemessen verhält auf jeden Fall. Aber das ist erst, nachdem er jetzt einen Gedächtnisverlust hatte? Es war davor auch schon. Auch schon. Also das mit dem respektlosen Verhalten, gerade mir und auch, ähm, Liam und Edin gegenüber. Aber was ist das für ein Verhalten? Also wie verhält er sich gegenüber respektlos? Also was macht er? Wenn wir ihm, wenn wir ihm Ansagen machen, ähm, ja, führe das nicht aus. Also egal, auch wenn es große Gruppenansagen sind, zum Beispiel, wir treffen uns jetzt da und da, heißt es immer, ja, nö, ich fahre noch weiter oder hin und her. Ähm, es sind Beleidigungen. Ähm, die Beleidigungen haben auch soweit geführt, dass ich ihn tatsächlich mal, ähm, eine, ähm, ja, ins Gesicht geschlagen habe. Mhm. Was so eskaliert ist, dass er ihn im Endeffekt ohnmächtig geschlagen hat? Genau. Weil Igor durch das respektlose Verhalten zurückgeschlagen hat und das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber, ja, wie gesagt, ich, äh, kann das verstehen, ähm, ich würde es halt noch einmal mit Freddy besprechen, weil er dann auch noch genaue Sachen weiß, wenn er eben zweimal an der Hand hat. Ja, also Freddy ist auf jeden Fall eingeweiht bei Igor. Er weiß Bescheid. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Igor hat dann direkt nach seinem Gedächtnisverlust ein Auto verkauft. Über 20, 25 Minuten, ähm, ging der ganze Verkauf. Drei Zivilisten waren mit dabei. Und das Kartell hat... Hat halt geplaudert mit denen. Genau. Hat halt da einfach ganz lustig geplaudert. Wir hatten eine Kartellsichtung mit vier Fahrzeugen, haben sie beschossen. Er hat, ähm, nichts weiter sich dabei gedacht. Ist außer Funk gegangen, hat uns bald wieder eben komplett ignoriert. Und als unsere Leute dann bei ihm beim Autoverkauf, es war an einem Haus von uns und gegenüber war ein anderes Haus von uns, ähm, haben Leute von uns eingeparkt. Und das hat das Kartell mitbekommen irgendwie, ähm, hat sich auf die Hausdächer platziert und hat insgesamt sechs Leute von uns und einen Zivilisten, ähm, das Leben gekostet. Wer den Zivilisten erschossen hat, wissen wir nicht. Wir können es nicht irgendwie wieder... Also es weiß niemand, wer die finale Kugel geschossen hat, aber es wurde von beiden Seiten bestätigt, dass beide, egal ob es unabsichtlich oder absichtlich war, auf den Zivilisten geschossen haben, weil er einfach direkt durchs Feuer gelaufen ist. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass die ganze Situation hätte nicht passieren müssen, wenn... Weil er sein Auto verkauft hat, ja. Richtig. Der Autoverkauf war nicht abgesichert. Er war viel zu lang gehalten und viel zu offensichtlich. Ja, und das Letzte, was wir wollen, ist, dass irgendein Zivilist deshalb drauf geht. Also das ist halt schon... Richtig, richtig. Er hat halt alle in Gefahr gebracht. Das ist schon dumm. Das war die erste Ermanung. Die zweite, wie gesagt, jetzt mit dem respektlosen Verhalten. Und, ja. Aber wie gesagt, red das mit Freddy nochmal ab. Ich wollte nur, dass du es auch nochmal hörst. Weil Diem und, ähm, Edin und ich haben uns da ein bisschen besprochen gehabt und meinten, es muss nochmal beredet werden. Und... Also, wenn er schon zwei-, dreimal ermahnt wurde, dann, ähm, sehe ich da eher weniger Sinn, da jetzt nochmal zu sagen, ja, ich drücke nochmal ein Auge zu, wenn er schon dreimal ermahnt wurde, weißt du? Ja. Das ist halt... Ist halt eben das... Die Entscheidung liegt dann bei euch. Alles gut. Genau, deshalb, ich möchte nochmal Freddy's Meinung wissen, was er dazu sagt. Aber wenn er schon gesagt hat, das ist seine letzte Warnung, dann wird es bei ihm auch eher negativ auffallen. Aber dann werden wir uns da auf jeden Fall nochmal besprechen, bevor wir da weitertragen gehen an die Sache. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich ehrlicherweise gesagt habe, das will ich nicht euch per E-Mail-Verteiler reinpacken. Das ist eine persönliche Sache. Ja, ja, ist auch wichtig, dass das so geklärt wird. Ja. Okay. Nee, aber wie gesagt, dass du nochmal mit Freddy dir den Kopf, die Koffer zusammensteckt, eventuell auch mit euren... also mit Ryan und so. Klar. Sollte noch dazu gesagt werden, dass vor seiner Amnesie ja auch schon ein oder zweimal verwandt wurde, einmal von mir, dass er sich zurückhalten sollte. Da war ich halt noch kein Manager. Er hat jetzt noch nicht so viel Gewicht. Nee, aber was schon gesagt, davor schon. Er hat sich halt da schon ziemlich aufgespielt und... Halt, respektloses Verhalten gegenüber anderen Leuten bei uns. Ich habe schon verstanden, dass er sich da anscheinend ein bisschen was mehr erlaubt. Es ist halt, auf gut Deutsch gesagt, seine große Klappe, die ihn da ein bisschen dran hindert und die kann er auch nicht abstellen und... ja, es ist halt schwierig. Aber ich denke mal, das werdet ihr schon hinbekommen. Ja, kriegen wir schon hin. Jawohl. Alles klar. Gut, nee, das war's schon. Werfen ihr beide noch irgendwie was? Nee. Nö. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ja, jetzt haben wir erst mal wieder Urlaub. Boah, ich bin bestimmt überlegen, ob ich heute mal nicht bis um 2 Uhr da bleib, ne? Warst du, sind immer bis 2 Uhr da? Bis 4 Uhr. 18, 19 bis 2 Uhr meistens, ja. Letzten Tage immer. Ja, die letzten zwei Tage war ich halt nicht da, weil ich hatte in Europa einen Treppensturz und... ja, semi-optimal. Das hat meine Französischlehrer immer gemacht. Zweimal. Erst ist sie zu Hause die Treppenstufen runtergefallen. hat sie sich das Steißbein angebrochen. Zwei Monate nicht da. Dann war sie zwei Wochen in der Schule, ist vor dem Sekretariat die Treppe runtergefallen. Zwei Rippen gebrochen. Für den Rest des Schuljahres nicht da. Ich wurde ja vorausgesetzt, dass wir die 4 Stunden Französisch, die wir hatten. Und unsere Freizeit dann genutzt haben, um das ganze halbe Jahr an Schulstoff selber zu erarbeiten. Alter, was wollt ihr von mir? Gut. Jo. Könnt mich mehr zur Versicherung bringen? Okay, jetzt. Achso, ja, klar. Ich müsste nämlich meinen Motorrad da wieder rausholen, glaub ich. Ja, nehmt. Ich glaub, das hat ein Teil. Ich müsste auch... Ja, wenn Schäffel dich kurz trägt. Ja, was, ich trag dich mit. Ist kein Problem. Hinten die zweite Sitzbank ist noch mitten. Überall-Kräfig zu. Ja. Wird eng. Das sind ja diese scheiß Notsätze. Egal. Krieg ich nur schon zwischen. Geklimms. Es ist ein befreiendes Gefühl, sag ich ehrlich. Ja. Können wir kurz an den Wildautomaten halten vorher? Ich hab genug Geld dabei. Passt. Man muss sich mal nachdenken, wo du Angst haben musst, erschossen zu werden. Das ist schön, ne? Du kannst überall hinfahren. Wir können wieder auf Raubzug gehen. Ich... 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 Ich würde gerade sagen, ich würde es nicht Angst nennen. Ich würde es eher so diese gewisse Vorsicht nennen, also... Also... Hast du keine... Kannst du keine Angst, den Kopf zu kriegen? Also ich hatte die ganze Zeit irgendwie Angst, dass ich gleich beschossen werde, wenn ich irgendwo rumstehe. So offen, weißt du? So offen rumstehen, Tankstelle und so. Ja, eben. Also die sieben Wochen haben wirklich abgehärtet. Am Anfang... Angst, ja. Mittlerweile war es dann wirklich nur noch dieser gesunde Respekt, beziehungsweise die Vorsicht einfach. Wenn ich wusste, wir sind nicht mehr viele Leute, dann habe ich auch keine dumme Aktionen mehr zum Beispiel gestartet oder so. Ne, wofür auch. Ja, klar. Also ein bisschen Risiko war immer dabei, aber... Ja, das gesunde Mars... Ja, das wird schön. Wer braucht Geld, du? Ich brauche Geld. Schauen, sind die offen? Ne. Ja, das... Irgendwie wollte ich dir gerade einen Einkaufschip... Und ich wundere, ich habe da den... Ich habe da den Rollsy drin, den Rolls-Voice. Der ist da drin. Der gehört auch nicht mehr, den müssen wir verkaufen. Ach, ich wollte den Rolls-Voice rum davon und dich aufs Ohr legen. Schönen Abend noch. Ich bin da an Abion. Schau. 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 Das sieht man auch nicht alle Tage, denn im Anzug mal krumplen und auf Motorradl. Das sieht man nicht alle Tage, Leute. Lass mich halt allein hier stehen. Das ist ja kein Krieg mehr. Alles gut. Ich weiß. So, habe ich dich irgendwann ein schönes Auto gekauft, das jetzt die fahren konnte wegen dem Krieg? Mir kommt vor, ich habe erst mal grumpen und schönes Auto gekauft. Was habe ich nochmal für ein Auto gekauft, dass ich immer rumgefahren bin? Aber, Boller Schaße. Der Pferd schlägt aus. Fahr mal mit 200 durch die Filmstudios, Alter. Ja, ich habe Frau Brot schon angeschrieben, aber da kam nichts zurück bis jetzt. Oh, ich muss noch Kennzeichen ändern. Ich habe noch Fuck You Kartell auf dem Range Rover. Kennzeichen regt, entfernen, weil wir wissen jetzt keine negativen Vibes mehr. Ich kann es nur noch nicht entfernen, weil mein Koffer rum damit voll ist. Ja, mit was voll? Meth. Ach, ja gut. Ja, dann fahr es einfach nicht bis dahin. Ich packe einfach um. Ach stimmt, den P1 habe ich mir geholt. Stimmt. Grüner P1. Da ist er. Ich glaube den, oder Aventador, was habe ich mir denn alles geholt in letzter Zeit? A35 habe ich mir geholt, P1 habe ich mir geholt. Aber dieser Kröne P1, aber was war denn das neueste Auto, was ich geholt habe? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich den A35 mal geteunt? Ach komm, äh, brauchst du irgendwie noch eine Weste? Äh, nö, bin full. Schade. Schade. Ja. Gut, kann ich den auch nicht mal machen. Jede Kofferraum ist voll. Echt. Pablo, wo seid ihr? Seht ihr was? Wo seid ihr hin? Auto raus. Auto raus. Was? Passt. Einen Challenger habe ich mal geholt. Ich weiß gar nicht mal, was ich mir als letztes geholt habe. Das letzte, was ich mich erinnern kann, war der... X6. Ja. X6 war das letzte, weil ich habe mir irgendwas Sportliches gekauft, kommt mir vor. Dann die G-Klasse habe ich geholt. Ne, die G-Klasse war das allerletzte, was ich geholt habe. Und dann X6... Ne, X6 doch, X6 war das letzte. X6 war... X6 war danach. Ich muss mal gucken, mein G-T-R, da müsste noch irgendwo drinstehen. Wobei... Ach nee, was ist das denn? Ne, ich hole mal meinen G-T-R raus, ich weiß nicht, ob die stehen hier. Ja doch, der war relativ neu. Ne, G-T-R und P-1 waren relativ neu, aber ich fahre mal meinen G-T-R rum. Der geil ist. Boah, ich muss ganz schnell pipi, bin gleich wieder da. Boah, ich muss so dringend pissen, Leute, ich bin gleich wieder da. 7er BMW, oder? Ne, 7er habe ich mir nicht geholt. Aber dann war das schon richtig, entweder P-1 oder Lambo, ich muss mal gucken. Ich mache hier schnell eine Pinkelpause, Leute, ich muss ganz schnell trinken, genau. Ganz schnell pissen, bin gleich wieder da. Bis gleich. In der Zwischenzeit gerne auch im Shop vorbei wuppeln, ne? In der Beschreibung verliebt. Bis schon, schönen Abend, bis morgen. Schau rein, tschau tschau tschau. Richtig. Jism8- bis Ahora. Wirklich. Die Minute. Nossa Probemelde. Richtig. Wie ist das die in der Zeit vom Wirklimen? Eben uns noch aus dem raw成onen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Baby, Baby Baby, Baby Kommt noch nichts zurück, also Freddy schreibt immer noch, das ist nicht gut und Freddy viel schreibt, kann nichts Gutes mehr rauskommen Wie bitte? Ich bin gespannt, was da zurückkommt Leute, ich lese euch das vor, was hier zurückkommt im Teamchat Ich lese euch das vor, das könnt ihr ja nicht mitlesen Aber ich sehe gerade, Freddy schreibt Punkt, Punkt, Punkt Ich hoffe nicht, dass er zu mehr hart ist Aber wie könnt ihr ohne mich das gemacht haben ohne meine Einstimmung Ohne mich, das geht doch nicht Ich dachte, wir zusammen starten wenn wir auch zusammen beenden Die Folie, die unten reiben sich jetzt die Hände die können mir immer noch im Buckel runterrutschen Das ist aber genau das, was wir eben nicht wollten Das ist aber auch immer noch im Buckel runterrutschen Und das ist aber auch immer noch im Buckel runterrutschen Und das ist aber auch immer noch im Buckel runterrutschen Und das ist aber auch immer noch im Buckel runterrutschen Ich habe jetzt geschrieben Genau das ist eben, was wir nicht mehr wollen Auf beiden Seiten hatte keiner mehr Bock Ich hatte jetzt länger Urlaub genommen, weil ich jetzt wirklich nicht mehr ausgehalten habe Jeder einzelne Tag, in dem Krieg länger gelaufen wäre Wäre ein Schächter-Tag gewesen Es gab einfach kein Hände Deshalb habe ich es heute beendet Punkt Muss man ja so machen Also ich sage es euch ehrlich Jeder einzelne Tag, den wir jetzt noch verschwendet hätten mit diesem Krieg Der hätte zu nichts geführt Zu gar nichts Zu nichts Nothing So, jetzt muss man mal gucken In dem Fall, theoretische Prüfung 500 Dollar habe ich die? Ja, die habe ich Start, ja Sie werden von der Polizei angehalten Wie werden Sie sich verhalten? Ich drehe durch und richte die Waffe Ich verhalte mich ruhig und konfrontiere mit der Polizisten Wenn Sie jemanden ein Fahrzeug überholen Dann werde ich Darf ich nicht beschleunigen Was ist denn heftig? Was machen Sie? Sie fahren weiter Mit den Rettungen Genau das ja Sie hören, sehen, wie Sie In einem anderen Moment Links ran fahren So Wenn Sie eine Ampel rechts abbiegen Bla 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 Sie prüfen, dass es kein anderes Fahrzeug Wenn Sie 100 Gramm Haar fahren Oder Nein, Sie werden langsam aber 80 Wann können Sie eine Ampel weiter fahren? Wenn die Ampel grün ist Und das ist es Wenn sie grün ist oder bei Rot Wenn Sie eine Straße rechts abbiegen Was machen Sie, wenn Sie ein anderes Fahrzeug überholen wollen? Ähm Oh, nur links So Von dem Spur wechseln muss ich den Blinker setzen So, zack Gut abgeschlossen We did it Hat er mit dem Motorradführer Der Motorradführer schon auch abgezogen So ein Scheiß Immerhin habe ich den 4000 Dollar LKW-Führerschein nicht gemacht Boah Magkrumpe bei der Fahrschule, Alter Macht richtig Spaß und Bock Au Stopp Hier musst du Vorrang geben Ja, an Stopp anhalten Stopp anhaltes Schild Das ist doch jedes Kind, oder? Schau auf den Verkehr Und achte auf die Ampel Zum Kotzen Stell mal vor, Antilek in dem Golf Golf GTI So, ich hole jetzt erstmal meine 13-jährige Freunde von der Schule ab Ich fand Golf GTI Chefchen macht glatt Und mal Monster Energy Also ich darf ja hier mit 133 verlassen War da War vergessen So, den Marke hier verpasse ich jedes Mal hier rechts Ich schau, dass ich das schaffe, ohne dass ich einen Punkt bekomme, ja Ich möchte, ich möchte das komplett durchziehen Aber für einen Golf GTI, das ist ein Fake Golf GTI Der ist ja so langsam der Wagen Der kommt gerade so auf seine 130, ne Hör mal Warnblinker an, weil ich Fahrschüler bin Boah, wie ist mal sowas Doofes bei der Fahrschule passiert Ich schwöre euch, wie ich meine, wie ich meine, ähm, nicht Prüfungsfahrt, wie ich meine Lehrfahrten hatte Da hatte ich immer so einen richtig coolen Typ mitnehmen sitzen Richtig entspannt und chillig Ich habe einen Tag einen anderen Fahrlehrer bekommen Und der war nie so chillig Ich konnte mich, ich schwöre euch wie es ist Die ganze Zeit nicht konzentrieren, weil der Typ übelst mad war Das war so ein richtig, er war zwar freundlich und so Aber mad war der Äh, ein bisschen, mit und ohne Ich tue immer ein bisschen abbremsen, dass ich nicht zu viel habe Ja, und jedenfalls, der war so ein bisschen mad und so Und ich, der hat mich voll nervös gemacht Die ganze Zeit Und der hat halt immer eingegriffen Und dann hat er immer erst zu spät die Anweisung gegeben, wo ich fahren soll Ihr müsst euch vorstellen, ich fahre hier so auf der Spur, so hier Und, ah ne, warte, ich fahre auf der linken Spur Ich fahre hier auf der linken Spur Rechts vor den Autos Und ihr müsst euch vorstellen, vorne hier, wie bei der kreuzten Ampel Und rechts vor den Autos, er sagt hier vorne rechts abbiegen Genau hier vor der Ampel Zack, was soll ich denn machen, wenn der Autos fahren Dann reißt der mir ins Lenkrad, dann fahre ich dort rein Erstmal nach dem Schock, wo er mir ins Lenkrad reinreißt Wenn der Autos gefahren sind Oh, hier ist 80 Perfekt, so viel dazu Ähm, bin ich halt gefahren und gefahren und gefahren Und auf einmal steht da so eine ältere Dame vor mir, ne Eine ältere Dame wollte die Straße überqueren, weil sie sich eingeparkt hat Äh, stand dann mitten auf der Straße die Frau Wirklich, also so, wisst ihr, wenn eine ältere Dame aussteigt Und es die Tür offen hat, steht die da So, was mache ich, weil der Gegenverkehr kam Es gab keinen Platz, an der vorbeizufahren, weil die mittendrin stand Ich mache halt Warnblinker an, so Und stehe dann da Von hinten werde ich angehubt, als Fahrschüler Und mein Fahrlehrer sagt, was machst du denn? Ich so, ja, was soll ich denn machen, wenn die da aussteigt? Ja, fahr dran vorbei Dann habe ich erstmal warten müssen, dass der halt Links vorbeifährt Dann bin ich, ist der links vorbeifahren, dann konnte ich überholen Ey, da ist so viel Scheiße passiert an dem Tag, ich hätte so kotzen können Aber diese alte Dame, die dann da stand Die stand, die standen mitten auf der Straße Ich dachte, sie will über die Straße gehen Dann mache ich einen Warnblinker an Was du ja nicht darfst, wenn du einen Unfall hast War ja kein Unfall oder so Hätte ich nicht dürfen Aber ey, wenn du einen Fahrlehrer hast Der einfach richtig unangenehm ist Wo du echt unkonzentriert dann bist Dann baust du auch nur Scheiße Sonst immer gut gefahren Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal einen Fahrlehrer habt Der Scheiße ist zu euch Also nicht zu euch scheiße, aber so Mad halt Und immer eingreifen und Ach, keine Ahnung War unwohl, mit dem zu fahren Und anderen war alles chillig Ja, ist halt so War bei Schandl glaube ich auch so Andl war die alte Dame Oder bei Andl war das Bei Andl hat mir auch irgendwas erzählt Bei dem war irgendwas Der hatte auch einen Fahrlehrer, der auch unangenehm war Irgendwas war bei dem Da hat er sich auch nicht konzentrieren können Profifahrer Kürtel Ja, das waren halt die ersten Fahrstunden, die ich hatte Das Beste war sowieso Ich war die erste Der erste Tag Fahrstunden Hat er mich gefragt, ob ich fahren kann Hab ich gesagt Ja, ich hab mit 10 Autofahren gelernt Mit Gangschaltung Ist no joke Ich hab mit 10 Autofahren gelernt Und aus dem Grund Hat der Typ mich einfach direkt in den Straßenverkehr geschmissen Also wir sind am Übungsplatz 5 Minuten gefahren Danach direkt raus War noch schnell mein Motorradführer ausschein Was ich mir vorstellen bin ich halt Ja Freddy hat dir geantwortet Und Ryan hat auch was Ich schau dann, ja Ja Mein Motorrad scheint auch noch schnell Damit ich den auch noch hab Ne Was war das Bei Ähm Perfekt Ne Also 5 Minuten gefahren Und dann Genau Da hab ich hier geblieben Ich bin 5 Minuten gefahren Und hab mich schon rausgeschickt Perfekt Danke Das ist schon fast das Was ich mir gedacht habe Du hast Ultrakopfschmerzen gerade Willst du mich? Ja Ja toll Ich muss ins Krankenhaus Du hast Ultrakopfschmerzen Man bleibt hier vorne Automatisch stehen Bei der scheiß Fahrprüfung Ach Ich hatte keine Kopfschmerzen Ich stand halt direkt Da gibt's keine Bremse Der macht Instant Bremse In meinen Augen In meinen Augen bist du weitergefahren Und dann warst du wieder hier Ich hab dich nicht gesehen kurz Alter Ja ich muss ins Krankenhaus Ja ich fahr dich Oh ne Das wollte ich nicht Wobei müssen mich jetzt nicht die Polizei abholen Die geht gerade außer Dienstag Ja gut dann Stimmt Ja dann ist Krankenhaus für mir Ich hab mich gerade mit dem Schädel irgendwo angehauen Ach perfekt Das tut mir so leid Ja das Ding ist auch kaputt Also ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht Ach bitte fahr nicht so dicht dran Wenn ich da vorne gleich stehen bleibe Ja ich hatte ja Abstand Dann hab ich dich nicht gesehen Bin weitergefahren Und dann warst du wieder da Ah so ein Scheiß Mitten in der Fahrprüfung Naja viel Abstand wird es nicht gewesen sein Ach Da hat es anscheinend gerade auch irgendwen angefahren So ein Scheiß So ein Scheiß Oh Oh Ich hab's mal wieder behandeln lassen Weil der Frau Bär da Ich kann so kotzen ey Immerhin ist halt keiner mehr im Dienst Ich äh Polizei geht auch außer Dienstag Haben so geschrieben Also er meinte der gehen außer Dienstag Jetzt gehen sie alle siehst du Hätt sich nichts wei gebracht Ja Gehen alle außer Dienstag Ja Naja Wieder ne Rechnung von over 4000 Tempol Limit 81 Das hat damit zu tun Das das gesetzt ist damit Wenn du 80 fährst Nicht direkt durch die Prüfung fällst Steht 81 km Als äh Richtwert So nicht direkt durch die Ja komm wenn du in der Prüfung 1 km mal drüber fährst Dann bist du auch nicht direkt raus aus der Prüfung Dann bist du schon Ich hab mir die Behandlung überwiesen Oh äh Danke Sehr nett Ich war's schon immer hin Ich muss jetzt zurück zur Fahrschule Zum Motorrad Zum Motorrad Du musst das zurückbringen Äh wir müssen zum Motorrad glaube ich Da hin und wieder Ja Ja müssen wir So ein Scheiß Ja guck jetzt sind die Cops Außer dienst bis auf einer Fährt das Ding noch oder? Ach weiß ich muss grad schreiben Warte ganz kurz Also Fahnen Selig A Saat Na Saat Na Fauna Taat Taat Vielen Dank. Ja, verzieh dich wieder. Auf nach Malle mit dir. Ciao, ciao. Guten Abend. So. Ich schau mal, wie das jetzt klappt mit dem Ding. Ob ich das jetzt vergessen kann. Ich habe jedenfalls, äh, acht Fehlpunkte. Dann war ich mal den kompletten Scheiß fertig, ne? Schau mal, wie viele Fehlpunkte ich sammeln kann. Ein Fehler, Respekt, ja. Äh, ich kann ja nichts dafür, ne? Schreib RP. Was? Schreib RP. Äh, wir haben einen RP-Chat. Der ist halt im Discord. Da schreibe ich ja gerade. Das ist ein, äh, IC-Chat. Es gibt ein OOC-Team-Chat und ein IC, äh, Team-Chat. Mit dem habe ich doch gerade geschrieben, also, äh, ah, don't know, was du gerade von mir willst, wenn du schreib RP, weißt? Ja, jetzt war ich die ganze Strecke umsonst, aber ich schaue, dass das Ding kaputt geht. Ich gucke, wie lange das, äh, Fahrzeug noch wuppelt. Was machst du? Bin gerade gekommen, ja. Ich, äh, hab den... Er ist wieder so dicht dran. Es ist ja doch kein Abstand. Ich bin, äh, durch die Prüfung gefallen, weil, äh, mein Kollege hinter mir drauf gefahren ist. Jetzt muss ich die nochmal neu machen. Jetzt muss ich den ganzen Kreisel mal fertig fahren. Kann ja nicht einfach abbrechen gehen, oder so. Jetzt war ich den ganzen Kreisel fertig. Weil ich hatte schon so viele Fehlpunkte, weil ich als Beifahrer drin saß. Ich kann so lachen, wie ich den Führerschein trotzdem bekommen will, mit 14 Fehlpunkten. Weil ich, äh, wie ich hergekommen bin, hatte ich schon 7. Als Beifahrer. Er kann es nicht really ziehen. Bei der Fahrprüfung erstmal really ziehen, er kann es nicht. Er zählt meine Fehlpunkte gar nicht mehr, merke er es? Obwohl ich viel zu schnell bin, er zählt gar nicht mehr mit. Dem ist das schon scheißegal. Warte, warte, warte. Heißt das, wenn ich nicht, wenn ich unter 80 komme, ne? Ich muss erstmal unter 80 und dann zählt er erst. Ah, das heißt, wenn ich... Warte, 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 warte. Das heißt, wenn ich nur einmal den Fehlpunkt habe, und niemals unter diesen, diesen Wert komme, komme ich durch durch die Prüfung. Okay, das ist, das ist... Warte, 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 warte. Das teste ich jetzt aber. Ich darf halt nie auf 80 kommen. Ich muss immer... Ich muss immer... Ja, hier haben wir den Test nicht bestanden. So, ich probiere das mal. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ne, ich muss ja neu machen. Achso. Ja, natürlich. Aber das teste ich jetzt aber. Das heißt, wenn ich jetzt mit 140 dauerhaft fahre... Oder? Das ist doch... Oder? Also, jetzt nur theoretisch, ne? Aber ich probiere mal, wenn ich jetzt 150 fahre. Ich fahre die ersten... Auf der Autobahn übertrete ich dann die Geschwindigkeit. Brutal. Ich darf ja fünf Fehlpunkte haben, ne? Hier unten fahre ich doch normal, weil da muss ich anhalten. Aber theoretisch, wenn ich dann auf der Autobahn... Wenn er mir den Punkt dann nicht mitzählt, kann ich damit 300 fetzen und ich schaffe die Prüfung. Ich kann 100% finden, das ist ja... Eigentlich... Alter, also dann ab Autobahn darf ich Vollgas geben, Leute, ab Autobahn, damit ich Tempomat deaktiviert und da darf ich niemals unter 130 kommen, ist das Problem. Mach halt Tempomat 150. So, dann werde ich gleich schreien, das geht nicht, das ist zu schnell. So, es ist 130, jetzt darf ich nur nicht mehr unter diesen Wert kommen. Wenn ich jetzt alles mit 150 durchfahre, ist alles gerippt, Leute. Komm, scheiß drauf, ich zieh den voll durch. Ich mach Prüfungen einfach auf andere Art. Mit Wheelie, Alter, ich zieh durch. Ich wusste gar nicht, dass das geht, Alter. Ich krieg wirklich nur einen Punkt. Und ich krieg noch einen Punkt, wenn ich vorne langsamer werde bei... ...wenn es auf 80 geht, glaube ich. Ja, wenn es auf 80 geht, krieg ich, glaube ich, sonst einen Punkt, wenn ich da nicht abbremse. Aber dann krieg ich doppelte Punkte. Scheiße, nee, krieg ich ja doppelte Punkte. Ja, das... Wobei, wenn das updatet, Abfrage... Abfrage macht er eine neue rein. Nee, dann... Ich krieg ja... Vorne werde ich jetzt doppelte Punkte krieg. Sag euch, was das ist. Das ist abbremsen. Das ist gleich volle Kanne abbremsen vorne. Ah, Vollgas. Oh, es hat sich mitgezählt, heftig. Und ab hier muss ich jetzt mit... Ich krieg nicht mal einen Punkt. Wie geil ist das denn? Du bist ganz schön durchgeheizt gerade. Ja, ja, ist... Ich mach das schon richtig. Ich weiß schon. Auf 3-Punkt nur gefixt. Ich wusste nicht, dass das geht, ne? Ich hab's jetzt mal getestet. Du darfst nur nicht wieder unter 130 kommen. Also auf 3-0 werde ich da... ...n Loop reinballern. Da war die Super gerade zu tief. Dass das nicht mal möglich ist. Aber gut, dass ich das jetzt weiß. Da müssen wir dann eine dauerhafte Geschwindigkeitsabfrage reinballern. Aber so... Äh, funktioniert das halt nicht. Oder der eigentlich... Ey, der muss doch eine dauerhafte Abfrage in Loop... Äh, was haben die denn gemacht, bitte? Also theoretisch... Achso, wenn du 80 übersteigst. Ich würde da einfach machen, IF ist gleich größer als... ...dann würde es dauerhaft reinballern. Und dann eine Funktion für den Raid-Type. Ich kann mal, dass er dich nicht dauerhaft durchschallert damit. Aber die Abfrage trotzdem... ...alle 3 Sekunden durchläuft. Oder 2. Reicht ja aus. Ja, war schon fix dafür, aber... Das mache ich schon auf 3.0. Nicht hier. Erkennt es auch schon anscheinend, ja? Habe ich mir nicht gedacht. Hat sich anscheinend rumgesprochen, dass das möglich ist. Gut, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Dafür müsste ich erst mal alle aus der Versicherung holen. Klar. Bist du eigentlich wieder im Funk? Äh, nee. Ja, ich habe meine Führerscheine wieder. Ich weiß noch, was das für ein Chaos war, als da wir so einen Piloten-Schein gemacht hat. Aber warum? Wir hatten alle ein bisschen Todesangst, als er mit dem Heli losgeflogen ist. Ah, okay. Verstehe ich. Nach den Fliegekünsten von Thomas... ...nicht gut. Weißt du noch, was Katharina mit dem Chat? Das weiß ich noch, ja. Oder du dann mit dem Fallschirm rausgesprungen bist. Das weiß ich noch. Das war ganz schön scheiße. Vor allem, ich sage ihm noch, er muss flacher anfliegen. Er so, nee, nee, das geht schon. Näh. Näh, näh, näh. Näh, näh, näh. Auf dem Jünger-Sahl-Teiler verschwindet. Dankeschön. Oder du musst dann... Ich habe ja ihm E-Mail geschickt. Nee, ich, pass schon. Holt die direkt hier hin. Genau, genau. Einen vier brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, dass ihr euch wegen eurem Beef-Mail sicher nicht meldet. Mein P1 war beschlagnahmt, aber warum? Vielleicht nirgendwo abgestellt. Ich weiß nicht mehr, was mit dem passiert ist. Vielleicht hast du den irgendwo abgestellt und nicht mitgenommen. Ram-D. Das ist so eine Idee, wo mein... Ah, ich weiß, wo mein P1 war. Ich habe noch Wobbelhose. Gebrauchtwagenhändler. Da habe ich den abgestellt. Stand heute ohne Kennzeichen da. Ich glaube, der Chef ist gerade vorbei. Ah, nee, der Chef steht. Hallo. Oh, die muss ich verkaufen. Der gehört gar nicht mir, der Wagen. Das ist gar nicht mein Auto. Ja, muss ich verkaufen. Das war ein Testauto. Muss ich mir das Geld aber abziehen, was ich bekomme. Ich habe jetzt 23.015 Dollar. Da habe ich dir mal ein Script getestet. Hat die alle was macht ihr oder was habt ihr noch vor? 24.015. Da ist ja noch einer. Wir überlegen nämlich gerade, dass wir gleich eine kleine Motorradtour machen. Ein bisschen Hopplas, ein bisschen Biker, ein bisschen rumfahren. So. Ich habe gerade mein Skateboard rausgeholt und mir ist eine leere M4 ohne Magazin aus der Tasche gefallen. Warum auch immer. Und wo auch immer die herkommt. Die war noch unterm Skateboard montiert. Hallo wieder. Weihnachtsmann, ein bisschen früher da. Achso. Und dann ohne Magazin, was soll so ein Scheiß? Also Drive, bedankt fürs Tippwerden. Kalt wie hunde Schnauze. Ey, das ist ein Krieg zu Ende. Ich freue mich echt drüber. Okay, die hat das Mad-Frettchen. Das ist ein Freddy Mad. Also im Chat kommst du schon drüber, das ist ein Mad. Das war nicht, war der... Nee, ähm... Weil wir uns nicht zusammengesetzt haben. Er war ein bisschen traurig, dass er nicht dabei war halt, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ähm... Ich weiß, dass Freddy da ist, wird es ein bisschen dauern und ich wollte das heute einfach beenden. Ich wollte das wirklich so schnell wie möglich einfach beendet haben. Und da war es mir jetzt auch scheißegal, ob Freddy da ist oder nicht, muss ich ehrlich sagen. Damit das... Das Leiden endlich mal zu Ende ist. Er hat mich gerade mal wieder ein bisschen belästigt mit Telefon-Terror. Ähm... Er hat sich gerade ein bisschen beschwert, dass seine E-Mail, also seine Bewerbung nicht mehr, ähm, aktiv ist, weil wir sie gelöscht haben. Er schickt jetzt nochmal eine. Wir ignorieren sie einfach. Hat der, hat der am Telefon gesagt, dein Schäfchen ist neben mir? Jep. Ja, der, der... Der war gerade da... Er steht am Aufplatz. Lass ihn mal einpacken. Äh, können Sie... Ich müsste nur ganz schön zum, ähm... Darin doch direkt, dass die Bewerbung abgelehnt ist. Zum Parkplatz besser. Das war keine Spielchen mit. Ich werde auch nicht mehr gerannt. Ähm, er will sich nicht wahrhaben. Ja, aber ich habe es ihm schon mal gesagt. Dann kann ich ein Highspeaker sein, das Ding ist böse schnell. Ui. Dankeschön. Über 300. Sehr gut, wenn. Oh Gott, geht's gut. Gott. Frag da eine Waffe ins Gesicht gehalten. Wenn das anders nicht versteht. Das ist der Typ KB, wir würden sie gerade reden. Ich meine, jetzt müssen wir nicht mehr unser Kriegs-Ausfit fahren, jetzt hoffe ich nicht. Haben wir einen M3. Bin ich schon so eigentlich mitgefahren. Boah, ist das geil, das Ding. Boah, wie ich den vermisst habe, den Wagen. Boah, ich habe ja so viel... 800.000 Dollar habe ich für den Wagen ja bezahlt, ne? Ich gehe jetzt noch mal ganz schnell in den Keller, bevor wir irgendwas machen. Lackierung. Hat er diese Lackierung... Warte, ich schaue nur wegen Spoiler schnell, wo ich den tunen möchte. Ich schaue mal in die Tuning-Garage, das Ding ist halt echt Hammer. Ich halte zum Pomat auf 80. Ich halte zum Pomat auf 80. Was will er machen? Er steht noch am Hauptplatz. Beste Kennzeichen einfach. Ich komm wieder hoch. Kabler? Bitte? Wollen wir das dann machen? Ah, perfekt. Ihr könnt ihn gerne einpacken. Ist das Ding, das ich ja beschädigt, das kann ich nicht tun, ne? Ach, geht doch, Alter. Ich werde jetzt durchgedreht. Ich denke immer, 20 bis 30 Minuten dauert es bestimmt noch. Alter, das sieht schon... Oha, das ist ja krass. Das ist aber teuer, ne? Alles gut, ihr könnt es auch alleine durchziehen. Wenn ein Chef euch die Erlaubnis gibt, dann Abfahrt. Um was geht es gerade? Dass wir diesen Marco Corbo da kurz einpacken und ihm unmissverständlich klar machen, dass es nichts wird. Könntet ihr machen, wenn ihr wollt. Aber was hat er denn genau gemacht, also bezüglich Nerven? Ähm, er stand bei uns, bis das Tablet neu gemacht wurde auf der roten Liste, weil er uns und Kunden von uns gesnitcht hat. Achso, ja, der nimmt den mit. Und jetzt hat er halt Stress gemacht wegen seiner Bewerbung. Ich glaube, ich baue vorne die Lippe ein. Glaub ich, das sieht echt krass aus. Oder Dach. Ramp D, Ramp D. Willst du noch? Ja, auf dem Weg. Er tendiert halt zum Dings zu gehen. Zum Ausparken. Ein Automaten da. Was möchte? Er will, glaube ich, was ausparken gleich. Kommt der da gerade an, oder wie? Ja, ja. Schnapp ihn dir. 11.000 gekauft einfach, das Ding. Optik, äh... Lockierung. Vielleicht ne andere. Denk dran, dass keine Cops mehr da sind. Also... Ja, ja, alles gut. Wir lassen's. Oder schwarz? Den doch einpacken. Nein. Natürlich. Ihr dürftet ihn einpacken und bedrohen, aber ihr dürft ihm nichts abnehmen. Ja. Es ist ne Entführung. Es ist ne Entführung. Nein. Ja, stimmt. Never mind. Ich hab nämlich auch erst nicht nachgedacht. Einfach morgen egal. Einfach morgen egal. Ich hab auch gerade auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass hier keiner da ist. Stimmt. Die dürften ja gar nicht. Das was wir machen könnten wäre, bloß uns vor ihm hinstellen mit Waffen und ihn so bedrohen mal ein bisschen, aber sonst nichts. Ich weiß, ich weiß. Fetzt halt auch, ne? Der kommt schon wieder angekrochen. Eben. Der will von mir die E-Mail da drüben haben. Leg mich jetzt dann mal hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Und bevor das jetzt ein gutes Ende genommen hat. Alter, du kannst ja so geil was aus dem Wagen machen. Ich glaube auch, dass wir alle froh sind, dass es erstens vorbei ist und zweitens ja auch keine Seite so wirklich die Nase vorne hatte und gewonnen hatte oder verloren. Ja. Definitiv. Auch wenn es im Ego ein bisschen weh tut, ne? So viele Wochen Einsatz für, ja, quasi nicht. Gut. Passt auf euch auf. Schlaft gut. Gute Nacht. Ciao, ciao. Boah, Alter, die werden fetzig. Jetzt die drauf, ne? Ja, ich weiß nicht. Das sind, von der Optik her sind das eh die, die am besten drauf passen, die wir jetzt dran haben, weil die passen halt von der... Ja, das ist halt... Das ist halt das Problem. Die sehen halt von allen am besten aus. Können die vielleicht in... Nee. Naja, das passt schon so. Das ist schon gut so. Also der Wagen an sich ist schon... Ich habe jetzt so die Lippe vorne dran gemacht, aber der Wagen an sich ist ja schön getunt. Da kannst du nichts dran machen. Ich habe jetzt die Lippe, die macht es noch ein bisschen vorne aggressiver. Wobei, in Weiß wäre der auch geil gewesen, ne? In Weiß. Na, egal. Oder wir ballern halt wirklich das Silber drauf mit der Lackierung, aber das... Weiß nicht. Ist nicht so meins. Wir wollen uns kurz noch umziehen. Ich will jetzt mal gucken, würde der schon gepatcht, dass der jetzt schneller ist? Damals war der übelst langsam, da hat er nicht seine 300 geschafft. Er soll 300 schaffen. Laut Angaben. Na, 86. Au. Pff. Gut. Ich habe auch eine Abholung. Überschlag? Nee, Blackout. Wo müssen wir hin? East Highway. Unter diesen... Unter dieser Grenzkontrolle da, die untere Stadt einwärts. Ach. Ich bin in 400 Metern da. Ich will heute nicht mehr... Ich will heute wirklich nicht mehr ins Krankenhaus. Auf welche blöden Weisen ich heute ins Krankenhaus gehen muss, ist das unglaublich. Diese Scheiße Rubelos hat nicht recht. Als ich es noch nicht benutzt habe. Ja, geil. Komm, leck mich am Arsch. Guck dir die Scheiße an. Guck sie dir an, Alter. Ich bin bei ihm. Guck dir diese Scheiße an. Ich hab den grad frisch getunt und dieser blöde Kopf... Ich... Guck mir das jetzt doch mal an. Au. Dieser blöde Kopflose ist mir einfach reingerast, Alter. Ich könnte kotzen. Guck mir nicht so an. Ist doch das... Ja, ich kann nichts dafür. Der Kopflose ist mir reingefahren. Aber wo hast du Preise schickt in letzter Zeit? Ja. Minus 60 Dollar. Mev. Kannst du mir helfen? Ah... Ja. Ja, schauen wir mal. So. So, schau hier. Du musst mich rausziehen. Auf drei. Eins, zwei und... Drei. Du musst mich tragen. Ich hab Schmerzen. Guck mal. Schau mal. Setz dich mal hinten mit rein. Ja, ja. Leg dich hinten mal... ...auf die Rücksitzbank. So ein Scheiße. Warte noch kurz. Ich fahr mal kurz dein Auto noch ein bisschen auf Seite. Das ist doch total schade. Wie willst du denn auf die Seite fahren? Ich hätte ihn geschoben. Wie willst du denn schieben? Und dann kann man den relativ gut schieben. Warte. Ja. 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 Das hätte jetzt nicht sein müssen, dass ich da so auf die Fresse falle, oder? Unglaublich. Oh, da bin ich... Der will nicht. Metrospot. Moin. Meine Freundin meinte, ich sei ein... Was? Hab ihre Sachen gepackt und bin ... Oh mein Gott. Also mit maschinen Witzen kannst du echt nichts anfangen Dave der M3, der Lackier und den Spoiler ist das nicht verspontet, du hast das erkannt, du hast das mit dem Wagen gemacht Eingebaut hier und soll halt noch für rein fahren, wenn dann kann ich jetzt eh nix Drive bei Dank für 3 Euro und versippt werden So Lul, Dank für 3 Euro vorhin, Fendgamer, Spende 5 bekommst jede Anfangsstunde 10 Euro Deine Arbeit hat nicht, der Kuss, vielen vielen Dank Fendgamer, der Lul Norman mit Euro und VIP, Selina 1 zu 7, meine erste Spende geht an dich, Dankeschön für 10 Euro mit Fees von einer Stunde, Alter ich lese das jetzt erst vor, dann lese ich es vor, wann geht ihr nochmal anbauen, Likeup, ich weiß es noch nicht, mal schauen, also heute nicht mehr, ich heute auf gar keinen Fall mehr, äh, Marin Chocolate für 1,02 Euro von Webby LP, Gratulation zu 1,2 Millionen Follower, macht weiter so, Peace and Greets aus Wien, Dankeschön für 20 Euro, Fun Webby, von der Stunde, Julian, BFT, Dankeschön, der Erik, jetzt Ju, nein, bitte nicht, fettes Brot für alle von Fun Webby LP, nachdem sich da jetzt wieder geeinigt haben, alle fettes Brot, das war, Bank mit Kartell an Leuten, dürfen wir da nicht, man darf es nicht verbinden, darf es nur in einer kleinen Gruppe nicht verbinden, aber so als große Gruppe geht es nicht, ähm, ich spende es viel, das viel läuft, das ist halt einer der Geistes, ich überhöre, gehe ich auch schon seit 170.000, feierlich schon ewig, Dankeschön, FanGamer, und die Kleinigkeit, 10.000 Zuschauer von Stoneman, vor einer Stunde waren 10.000 Leute da, heftig. Soll ich dir raushelfen? Wenn du mir einen Rollstuhl bringst? Ja, warte kurz, ich hole kurz ein. Rollstuhl? Haha, mich hat's ja, hat er scheppert mit dem Auto, war ganz schön heftig. The Dog Drive, nett hier, aber waren sie schonmal in Baden-Württemberg? Ja, auf gar keinen Fall. Der Satz macht auch keinen Sinn, ne? Waren sie schonmal in Baden-Württemberg? Ja, auf gar keinen Fall. So, sitz dich. Ach, ist das schön. Ja, lass mich doch verarzten, schon das zweite Mal jetzt. Ich könnte kotzen. Juppie. Freut man sich doch. Mhm. Äh. Eine Frage im Funk? Aha. Leeroy Jackson von Baikern will eine AK-47 kaufen. Kann das heute jemand klären oder am Morgen? Nein, wir sollen noch warten mit den Waffen. Ich glaube, ich leg mich hier drin hinten. Ich sollte heute nicht mehr rausgehen. Ja, okay, dann trage ich das kurz mal. Kannst die Leute ausrichten, ich bleibe im Krankenhaus. Ja, ja, ich sag denen Bescheid. Ich trag dich aus. Oh, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Besserung vor allem. Dankeschön, oh, ich gehe schon falsch. Ich werde jetzt von Frau Bertha behandelt. Ja. Gute. Tschüss. Äh. Äh, Cheffe wird im Krankenhaus bleiben, wird sich von Schwester Bertha behandeln lassen und dann sich dort auch erstmal ein bisschen hinlegen. Okay. Also morgen. Äh, danke. Nach dem Autounfall sag ich Hi. Sayonara. Ja, wenigstens hat das Rubellos mir heute Glück gegeben, aber in irgendeiner Form auch nicht. Zwei mal nochmal 1000 Dollar gewonnen. Ehre. Damit erstmal die Arztrechnung ein bisschen ausgleichen. Ich glaube durch die Arztrechnung heute alles beglichen. So. Ähm. Ah ne. So war das. So. Ähm. Ich bedanke mich hier nochmal bei den Leuten an, äh, Itz, Hidroadi, Eliano, Dockdive, Marius, Fischis, Fisch fürs FIP werden. Ähm. Ähm. Leonhard, nochmal 5 Euro, schau dich schon sehr lange, bist eine tolle Person. Danke nochmal an Leonhard von, für die 5 Euro und die netten Worte. Luca Gaming grüße ich nochmal, falls ich den noch nicht vorgelesen habe. Ich glaube ich bin mit allem durch heute, ne. Ja. Ich glaube ich habe alles vorgelesen. Mettwurstbrot, äh, habe ich auch vorgelesen, ja. Liebe Leute, ich bedanke mich für alle, die heute mit am Start waren, die heute dabei waren. Es war heute echt mal emotional und lustig. Hat irgendwie Spaß gemacht heute. Heute war alles dabei, glaube ich. Ähm. Krieg beendet. Ist auch schön. Frieden geschlossen. 5 Millionen Dollar gespendet. Ja. Zufrieden. Jetzt kann ich zufrieden hier im Kranken ausschlafen gehen. Und beim Puls messen. Liebe Leute, ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich wieder übermorgen. auf einen neuen Stream in aller Frische. Ja. Da würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Alles klar, Leute. Also wunderschöne gute Nacht noch. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski. Danke für alle, die dabei waren. Die mitgefiebert haben heute. Es war echt, ähm. Ich dachte nämlich kurzer Zeit, wir werden gleich echt erschossen. Schaut auch gerne unter Werbung Hashtag Werbung in den Shop vorbei. Unten in der Beschreibung verlinkt. Tolle Produkte. Bald auch wieder die, ähm, Schilder sind dann wieder bald da. Die LED Schilder. So auch, ähm. Demnächst wird das 1 zu 7 Schild kommen. So ist es. Schaut also gerne vorbei. Wuppelt gerne rein. Also liebe Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und. Wer Called denpark 쌀로ties auch nichts besser trage. Also über die Vermontилäten purs, wenn wir schon wieder auf den Bergplatz was Develop laboratories. lers sind gewinnert. го kanske Taylor. Im phänzengef KAZ.